Ja, los geht's, meine Freunde! Ja! Ja, los geht's! Ja, los geht's, meine Freunde! Ja, los geht's! Ta-ta-ta-ta-taschenvoll! Hallo, kann man mich übrigens hören? Ja, ne? Geil, sauber, weiter geht's! Scheiße, man, den Affenskin hab ich schon gesehen! Aber ich warte auf meine drei, die ich haben will! Oh, warum, hallo? Oh, hallo? Braustadt? Nein! Tagsam! Ich weiß gar nicht, wie das nächste Lied ist! Geht das auch so ab? Sollen wir reinhören? Hallo? Das geht grüß vom Tätowierer, welcher Tätowierer? Ja, wie? Guckaloo! Geile Tänze gibt's auch? Ach, die Animation juckt mich nicht! Skins, Bruder, Skins! Moin, moin! Boah, spottet direkt rein, Alter! Danke für die We-Sub-32! Da macht sich wieder einer den Kürtis-Kuschaffen! Äh, 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 nein, oder? Nein, mach das nicht! Was lässt du dir denn machen, Shorty? Ich hoffe kein Emote von mir! Du lege Tour in den Schuh! Ey, wo wart die letzten zwei Tage? Ich war hier, keiner war da, ja? Was soll dat? Was ist da los? Wo warst du? Äh, äh, ja, hier! Unicorn! Welcher Charakter ist da, den ich da benutze als Wallpaper? Das ist One Piece, glaube ich, ne? Du kennst dich doch damit aus! Gesicht mit Grabstellen im Wald, okay! Hallo, meine Kinder! Ich hoffe, euch geht's gut! Mr. Powney, danke schön für den Prime-Sub im 43. Dankeschön, Da Vinci, dankeschön! Freut mich, dass du hier bist! Das ist Ruffy, hatte Ruffy nicht Schwarzhaare? Bin bei One Piece irgendwann ausgestiegen? Oder Gear 5 Ruffy im Hintergrund? Okay, sorry! Hä, bei mir grad ne Nachricht, dass du mir privat geschrieben hast, what the fuck? Haha, Theo Botlander! Ich höre einfach, einfach den Real-Name von Skrulls, Alter! Das ist meine Message, wenn ich live gehe, das ist so ne Dings, weißt du? So ne, so reingefallen bist du, haha, ist reingeguckt, so, verstehst du? Das ist ein God-Modus, okay, ich wusste gar nicht, dass der in verschiedenen Modis hat. Ah ja, muss! Ja, cool! Ich fand den Wallpaper ziemlich nice, Alter! Bin zwar nicht so der Anime-Gucker, aber der sieht fresh aus! Wo ist das, bitte? Äh, why is this serious? Dankeschön für den Prime-Slam von 15. Und guck mal kurz weg, warum? Wohin? Ich komm heute sowieso nur online, um Subs zu baiten, ich sag euch wie das. Ne, Oma muss, Oma muss. Hallo, Herr Morales. Du musst, ah, Danny, ne? Hallo, Danny. Und hallo, Kuba. Aber geile Idee, hat mich schon mega gefreut. Ich kann dir ja mal eine private Nachricht schreiben, wenn du dich darüber freust. Wir haben bestimmt in irgendeiner Season. Ausrufenzeichen Subs, das gebe ich dir nicht. Das wird er doch nie geben. Wird auch nie eine Anzeige dafür geben oder Sonstiges. Wen haben wir denn alles da? Mila hat dich gelesen. Hallo, Mila. Hallo, Danny, Kuba, Andy, Unicorn, Hallo, Yoko, Kani West. Oh, boy, oh, boy. Ganz, ganz kritischer Name momentan, Bruder. Sergeant Obi, Headcrash. Der gute Theo, Alter. Castello. Lerona, hallo. Boah, ich sag, der wird essen, der Sofian ist der Einzige, den man sich geben kann, Alter. Gott. Mr. Pony, Oma, hallo. Corporal, Avatar, hallo. Artist, Arvin. Arin. Too Strong, Chrissy, Daniel. Die Hauer. Aber Santes. Blitzlike, hallo. Blitzlike ist immer da, das stimmt. Shirley B. Ari V. Es geht, Monkey D. Curtis ist sicher, Junge, sicher, Alter. Sicher, Alter. Tony, Pan, Chrissy, hallo. Wottet, hallo. Masahiro, hallo. Vasco, hallo. Und Vasco, absoluter Ehrenbruder, der mir sagt, welche Skins grad drin sind. Ich warte immer noch auf Travis Scott, Alter, ich sag wie das. Audi-Fahrer. Was ist mit Gallonero? Ja, den auch. Aber ich mag halt diesen melodischen Flow, den Sophia noch hat, weißt du, dieses bisschen rumgesplitter und so. Wie cool ist das, bitte? Geht gut ins Ohr, Alter. Fortnite und trinke Ola. Klims, vielen lieben Dank für den Re-Sub im 30. Und liebe zurück. Unsere Art of War, danke schön für den Prime-Sub im 23. Auch. Sogar in Folge. Christian aus Nüssen. Und ich schande, danke schön für den Prime-Sub im 25. Aber Art of War hast du nicht vor ein paar Tagen erst gere-Subt? Man kann das ziemlich häufig teilen, ne? Boah! Hallo Crime-Time! Und hallo Sandy und Solid und Score! Komisch, ja? Twitch ist komisch, Alter. Komisch gebogen. Boah! Ey, da Mensch, ich hoffe, dir geht's gut, oder? War ein RP? Ach, das wird auch nie auf, Alter. Ich war gestern. Gestern war ich off-stream im RP. Kurz. Gestern. Kurz, aber nur. Ganz kurz. Schwöre. Und hallo Fende. Ich sah da der Allerechte. Ja, 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 ja. Komisch. Ist ein bisschen merkwürzig, Alter. Hallo Chucky, Lusen, hallo. Man kann immer einmal kurz davor, wenn man erneuert, teilen. Und dann, wenn wirklich erneuert ist, kann man nochmal teilen. Ah, okay. Das ergibt natürlich Sinn, du Schwein. Titus. G-Day, mate. Was ist das denn für eine Mode? Ey, yo, what's the dog doing? Kenn ich nicht. Jetzt hier ein voller Kommentar. Ey, du musst auf deinen Namen klicken. Du folgst seit dem... 2. November 2017, Bruder, Alter. Ui, Gott. In sieben Tagen ein Reporter-Game. Ja, Mann, Alter. Endlich. Ich hab richtig Schiss davor, enttäuscht zu werden. Aber... Ist halt so. Das ist sehr bisschen, sehr lange. Aber Alvarez, hast du deinen Namen geändert? Weil der sagt, eigentlich kenn ich immer sowieso die Pappenheimer. Und hast du irgendwann mal deinen Namen geändert? Weil dein Name sagt mir nix. Richtiger Oldschooler, yo. Hallo, Sugar. Bro, mein Following hat sich resettet. Komm, Unicorn. Du folgst seit dem... 8. Februar 2020... Ach, laber nicht, Junge. Du bist einer der Fraktionen. Ich entfolge einfach. Und dann folge ich irgendwann wieder rein. Affenpanda, Affenpanda sagt mir immer was. Bin seit gestern hier. 27. Mai 2017. Boah, lange ist das her. Wir sind alt. Wir sind sehr alt, Kuba. Hallo, Emo. Was geht, was geht. Kenne das. Wurde auch ein Fan-Followed. Ach, sowas. Ja, ich kenn das auch. Das ist mir vor kurzem bei Jordan Cobain passiert. Da hatte ich gefollowed. Dann bin ich irgendwann mal wieder reingegangen und dann war ich kein Follower mehr. Ich hoffe, du spielst Harry Potter wie diese Lara Croft nur für dich, da wünsche ich mir euch das. Genau so. Echt, sag doch mal nochmal dein erster Stream. Boah. Oh Gott. Wart mal. Erst. 29. April 2017. Da habe ich den Account erstellt. Ich glaube... 1. Mai. Ich glaube, 1. Mai war mein erster Stream. Ein paar Tage danach. Wenn ich Follow-Mode mache, kann keiner sich nicht schreien. Hehehe. 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 Ey, damals habe ich nur zwei Leuten auf Twitch gefollowed, ja? Mittlerweile sind das ein bisschen mehr, aber ich mache das immer wieder weg. Ich folge dir, Kuba. Keine Sorge. Aber wer Follow-Mode drin hat, ist eh Lust in meinen Augen. Ich glaube, Juni oder Juli kam ich hier rein. Über Stay. Aber da hatten Stay eigentlich, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, es hat am Anfang von GTA Live eine Zeit gehabt, wo er Stay oder ich Stay nicht leiden konnte. Also mehr P. Wie lange hat denn das dann gedauert, bis er das PD verlassen hatte und dann wir zusammengespielt haben? Moon Knight Seven und Stay, ja genau. Und dann kam noch irgendwann Nils dazu und E-Guy. Das waren so meine vier Mentoren. Und sonst habe ich eigentlich niemanden gefolgt. Fest, hallo, Klims. Ich glaube, ich habe eine Woche nach deinem Stream das erste Mal reingeschaut und kurz darauf gefollowed. Geil, Double X, hallo, Lemi, hallo. Und Nightlight, hallo. Auch noch nicht vorgelesen. Nibbler, hallo. Und Zugucker, hallo. Wenn ich vom echten Raul Gonzalez komme, dann kann man eh nicht ernst nehmen. Boah, Bruder. Jetzt musste ich gerade überlegen. Wie cool ist das, bitte? Jetzt zog ich vor Ort. Triss Cross, danke schön für den Prime-Sub im 23. Monat. War das dann nicht auch Ranz-Ratte-Bobble? Welche meinst du jetzt, Masahiro? Ja. Wie heißt der neue Car-Handling-Profi? Boah, das müssen wir heute erst mal klären im RP, Juri. Weil ich war gestern ganz kurz im RP und anscheinend gibt es da schon so eine Art Feature, wie du hast auf Pommes, Bruder. Dass man on the fleek das Handling verändern kann. Und ich glaube, das hat nur Tayanets und so. Und deshalb werden wir da heute auf jeden Fall mit dem Tacker kutschen gehen. Kann man auf YouTube sehen, dass du ihn nicht mochtest und sogar zu ihm gesagt hast, dass man seine RP vergesst kann und plötzlich wartet ihr super miteinander. Ich weiß ja, Herr Cap, Bruder, das ist ganz alte Zeit. Ich weiß auch nicht, wer mich da geritten hat. Ich weiß auch, dass ich einmal mit Moonday darüber geschrieben oder gesprochen habe, sogar damals, ganz, ganz früher. Dass der als Kopf übel die Welle schiebt und so. Aber wir waren alle ein bisschen dumm. Ich meine, ich bin heute nicht viel intelligenter als damals, aber... Das war halt eine ganz andere Zeit, ne? Lieb den neuen Hintergrund. Bist du auch up to date in One Piece? Nee, bin ich nicht, Bruder. Die haben ja so, ich glaube, 1200 Folgen. Aber ich habe gelesen, dass One Piece auf Netflix kommt. Und dann werde ich mir das richtig reinziehen, Alter. Ah, geh ich richtig in die Pommes. Hab auch Programm, dann kannst du Handling ändern für Beste VDM. Da wünsche ich, liebe dich, ne? Hallo, Juiceless. Und LJ Panda, hallo. Daniel, Formstead war legendär. Ich wusste noch, wie der... Ich weiß noch heute, ich werde das auch nie vergessen. Wie der Griddle mich auf Formstead angeschrieben hat und gesagt hat, Curtis, komm mal bitte ganz schnell in den Support, bitte. Und ich gehe in den Support und er sagt, Bruder, du musst mit Moonday quatschen. Und was der da im RP macht, das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Und dann habe ich mir Daniels Stream reingezogen und er ist mit dem Hand... Damals war das ja noch so. Also dieses strenge Hardcore-Ding. Und er ist einfach mit dem Handy durch den Fluss gerannt und so. Und dann mussten wir uns überlegen, was wollen wir mit dem machen? Und dann haben wir den einfach ins Gefängnis gesteckt. Bis der sich beruhigt hat, Junge. Und Peace kommt auf Netflix? Ja, doch, habe ich gelesen, nur bei Twitter. Das war schon ein guter Kick. Auf Netflix kommt nur der Reel-Life-Film. Ja, oder so. Scheiße. Dann habe ich mich verlesen. Hallo, Wusa. Hallo, Mauli. Du musst den einfach in so eine Isolationszelle packen, weil der komplett durchgedreht ist, Alter. Neuni, danke schon für den Prime-Star beim Elfen. Vielen lieben Dank, Mann. Kai-Uwe, Junge. Der hat auch nie wieder gespielt nach Homesnit, ne? Nie, nie wieder. Hallo, Schattenbund. Nie, nie fucking wieder, Alter. Rostrot, hallo. Bitte darf man einfach nichts mehr glauben. Toaster-Schrott schwer verletzt. Ey, wer hat meinen Toaster-Repost gesehen, Alter? Soll noch einer über meine Kochkünste lachen? Sogar Sterne kochen machen, das, was ich getan habe, Alter. Ich habe da doch im Discord gepostet. Von wegen, man kann kein paniertes Hähnchen im Toaster machen. Oder Pfannkuchen. Ich habe da gesehen, was für Kochkünste ich drauf habe, Alter. Soll mich ein und noch auslachen. Einer von euch. Selbst Five Guys hat einen Bacon-Milkshake. Ah, klingt irgendwie eklig. Hallo, Walkif. Und hallo, Yoshi. Und Yoshi, ne, Yoshi hat mich letztes Mal angemerkert. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stream dann war. Kann sogar sein, dass er bei Stay war. Dass ich, wenn mich jemand markiert in einem anderen Chat, mit meinen Emotes, dass ich nie antworte. Und Yoshi, jetzt wo wir hier sind, sage ich dir, warum ich das nicht mache. Ich bin noch richtig oldschool unterwegs, weißt du? Und einer meiner Mentoren hat mir damals gesagt, wenn du in einem fremden Chat bist, bei einem anderen Streamer halt, dann spammt man seine eigenen Emotes nicht. Weil das immer so rüberkommen kann, als würde man irgendwie so auf sich aufmerksam machen wollen. Und deshalb benutze ich nie meine eigenen Emotes, um irgendwie zu antworten oder sonstiges. Aber da weißt du Bescheid, das hat nichts mit dir zu tun. Gibt's keine Quizze, doch. Aber ich ignoriere meistens, wenn das mit meinen Emotes irgendwie geschrieben wird und so, weißt du? Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite! Damals war das zumindest so, dass man das nicht gemacht hat. Genau wie, dass man in anderen Chats nicht gefragt hat, jo, wann kommst du live? Deshalb mach ich das nicht. Aber Juri geht das fit. Ey, Juri ist mein Freund, Alter. Da weiß ich, dass der nicht so denkt, dass ich da irgendwie was mach. Bei Stain natürlich auch nicht, aber das ist halt so, ist halt so alte Etikette, so. So chasing bad. Ja, das kommt auch noch dazu. In die Schublade will ich niemals rein. Theatro, viel lieben Dank für die Wii-Sub im 12. Ein verdammtes Jahr, Supportmann, dankeschön. Und Arztkun, dankeschön für den Prime-Sub auch im 12. Auch ein Jahr, danke. Nimm alles, was du brauchst. Nee, nee. Und dann schön mit Partner-Icon-Flexen, nicht wahr, Kuba? Der wirbt ja aktiv, finde ich. Ja, das ist aber hier auch so. Ich hab auch Comment für Juri. Kuss, 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 kuss. Arztkun, dankeschön, kuss, kuss. Poco-Loco machen wir gleich. Nur keine Pommes, mehr was? Keine Pommes? Archangel? Wir machen gleich Pommes, immer mit der Ruhe. Bitte nicht hauen, nein. Oh, warte. Das, das verstehe ich ja aber. So ein kleiner Kuss, nur auf Backe, wäre schon Zucker. Sag, wie ist das? Ja, okay. Okay, ich denke dran. Machen wir, machen wir. Heute wird übrigens ruhig. Ich glaube, heute ist den Pinsel sein Dodge-Tag. Aber wir haben ein paar Sachen in der, in der, die Tuning-Scheiße so zu tun. Ein paar Gespräche so, dies, das, ein bisschen Kreis, EP hier und da und so. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Cool, denke, dann werde ich auch mal wieder rein, schon später noch EP. Scheiße, von was redet ihr? Und warum ist der Chat so aktiv? Was wollt ihr eigentlich alle? Leute, wie ruhig, wie oft habe ich das schon gehört? Was geht da eigentlich jetzt ab mit Roy? Ist das jetzt EZ-Beef? Nein, nix. Die Leute, die auch einen Roy zu gucken, die wissen da Bescheid, was bei Roy abgeht. Und EZ ist das halt einfach so eine, wie eine Angelegenheit. Ich sag ja nicht von heute auf morgen, EZ mit meinem Charakter so scheiß auf Roy oder so. Was ich dem aber sagen werde, ist, dass ich kein, also EZ, dass ich keinen Bock mehr auf dieses Drama habe. Weil ich versuche, irgendwas aufzubauen, dann ist dann halt, dann sind da neue Leute dabei, wie Pinsel und Apache und so. Und im ersten Moment ist das voll gut. Und ja, wir machen mit und ich mache mit und eine Stunde später wird dann auf einmal gesagt, nee, habe ich doch keinen Bock so drauf und darauf habe ich keinen Bock mehr. Alter, wir spielen LP so. Ich habe klar keine Drama geben, EZ so, ist doch alles cool. Aber nicht auf die Art, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will mich unterhalten, Alter, ich will Spaß haben. So egal, auf welche Art und Weise. Ob ich jetzt, ob ich jetzt reinkicke, wo das voll drüber ist, oder ob wir im Kreis stehen und irgendwie Business klären und Shit. Ich habe keinen Bock mehr darüber, Gedanken zu machen. Einfach machen, Alter, dass ich das besser machen kann. Ja, warte, hast du mir Jades OC oder nicht? Natürlich nicht, Alter. Jünger. Kommt dein RX-7-Breitbau nun eigentlich? Gibt es da Infos? Boah, soll ich dir mal, soll ich euch, wollt ihr, soll ich euch spoiler? Soll ich euch spoilern? Ihr seid eh so hungrig, Alter. Soll ich spoilern oder nicht? Oh, Boit, oh, Boit. Ja, ja. Nein, ja, nein. Wie war das? Mein Tag war gut, Björn. Ich hoffe, deiner auch. Hungrig, wissen wir schon. Ja, voll viele wissen das wahrscheinlich schon. Weil ihr auch woanders guckt. Vielleicht, Socker, vielen lieben Dank für den Online-Resub sogar, Alter. Im 59. Monat. Seit 59 Monaten für Fortnite, Alter. Ist so. Und Feierhaus, dir danke für den Prime-17. Nimm Moin. Es gibt kein IP-Script. Hallo, Mad Mike. Hunger, hab Stuhlgang, Lul. Frau Bruder, Alter. Ich spoiler nicht, werdet ihr sehen. Schattenbund wirst du sehen. Aber ja, du heuchlst doch gar keine Ahnung, Phone-Piece. Hab ich auch nicht, aber ich fand den Wallpaper trotzdem cool. Du bist ein dreckiger Panaraki, weil du sitzt im Team-Sig und antwortest nicht, Alter. Ja, Oui, Oui, Caillou-Trux. Werdet ihr dann gleich sehen im IP. Doof, Kerzen, dann gehen wir rein. Ganz einfache Kiste, Salude. Grüße, Q-Tank, Grüße und Haki, hallo. Ich spoiler nicht, aber ja. Ja, ja, nein, ich guck dir auf den Finger, pass auf. Hallo, Slavik. Und du ziehst aber auch durch Slavik mit dem Medic-Pommes, ne? Das freut mich richtig, dass dir das Spaß macht, Alter. Ja, was für ein Hälftchen hab ich denn hier vor mir liegen. Letztes Mal haben wir zeitlich nie alles geschafft vom Script. Oder wenn ich AP scripten würde, oder wenn das erlaubt wäre auf Sektor und die Leute da mitmachen würden, hätte, glaube ich, jeder Sektor-Streamer so um die 5000 Zuschauer, Alter. Da kannst du aber von ausgehen. Wenn man sich da absprechen würde, was heute passieren wird und so. Oh Gott, Alter, was, ey, das wär ein richtiger Film. Hallo Schmack-Kumatz. Oh Gott, warum hab ich den Wallpaper? Leute, ich hab keine Ahnung von One Piece. Ich hab den Wallpaper genommen, weil der cool aussieht. Sorry, ich wusste nicht, dass er eine Form hat. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich fand das einfach cool. Okay? Wenn ihr One Piece Fragen habt, einfach an Rakim, meine Assistentin, einfach Assistent anschreiben. Der weiß alles über One Piece. Der hat die 1700 Folgen schon fünfmal geguckt. Brauchst immer noch, bekommen hat man im Griff, wollte es aufhören. Da hab ich noch im Loch Videos geschnitten. Ja, wie? Aber recht hast du da, Mensch, recht hast du. Tut mir leid, Daddy. An Discord dem Wallpaper kann ich nachher hochladen. Weiter, das mach ich jetzt. Wir haben gerade eh nichts zu tun, außer scheiße labern. Oh, Demba hat mir geantwortet. Musst ja ab und zu mal nachfragen, wie es den Leuten geht, weil von alleine melden die sich ja nicht. War das mit VIP, Sade? Warum hast denn du keine... Hab ich die VIP weggenommen, weil du... Weil du gesnitcht hast? Weil du uns verraten hast? Wallpaper... Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein. Chat, sind wir dafür, dass die Sade wieder VIP bekommt oder nicht? Lass die Community über ihn richten. Wallpaper ist übrigens hochgeladen. Nö, nö, nö. Wer ist denn das? Esawu? Nee, nein, nö. Wer doch? Wer ist das? Klenderns, vielen lieben Dank für den Primes ab im 47. Und Matti, Dankeschön für den Prime 51. Und hi, Klenderns. Gönn VIP. Immer, lese sogar Spoiler für 50er Sub-Bombe vielleicht. Soll sich der nahe beweisen. Hansi, Dankeschön für den Primes ab im 20. Erstmal wieder Clipmeister werden, dann sehen wir weiter. Geht nicht. Joshua ist Clipmeister. Warte mal, Rakeem hat kein, warum hat Rakeem kein VIP, Alter? Müssen wir ändern schnell. Okay. Rakeem hat wieder VIP. Ich sage, du musst Video hochladen, wie er Fortnite-Dance macht. Ich mache keine Clips mehr. Merkt ihr was? Alle, die frech waren, VIP verloren. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Ab und zu vielleicht ja. Aber ich bin ganz ehrlich, manchmal verteile ich VIPs wie an Peter Klause damals, weil ich das lustig fand, weil der geschrieben hat. Und dann ist es aber auch irgendwann mal wieder gut, ne? Was ist denn alles VIP auf dem Channel hier? Hallo, Veloro. Ach, okay, 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 okay. Ist eigentlich Ultras 44 noch unter uns? Heißt das einer? Oder Maximoto? Aki ist da. Shatman und Emre. Emre ist ja so-kollege. Jemmo, Andi, Doomfox, Shorty, Matze, Mojo, Leo, Knister, Lazarus, Schwester, Kusch, Goofy, Payne, Edel, boah. Ja. Wehe, wehe, what denn, what denn? Nicht alle, die frech waren, haben VIP verloren. Mich hat der mit Mord bestraft. Komplett krank. Hallo, hallo, Kerem. Ich lukte so viel um jemals. Aber jetzt mal ganz ehrlich so, und ich möchte eine ehrliche Antwort von euch. Fühlen das manche, wenn die VIP bekommen würden? Also, ist das auf Twitch so, dass man dann so einen besonderen Status irgendwie hat, im Chat? Nö, oder? Na, Kerem, über dich müssen wir gar nicht quatschen. Du bist in den meisten Kanälen nur VIP, weil du da Werbung für Amazon Prime machst. Die respektieren dich nicht mal als Person, sondern nur für deine Werbung. Und das ist schon, also, das wäre echt bitter. Oma, hast du einen Schlaganfall? Jo, doch, packst du mir immer in die Twitter-Bio, genau wie Mord. Machs Screenshot und schreibst in die Twitter-Bio. Bei dir VIP zu sein Best als Präsi in den USA? Oh Gott, Alter. Nicht wirklich bekommen wir ja trotzdem dumme Antworten, aber auf einer Stelle, wo es diese extremen Bubblegib da ist. Wie, von wem bekommst du dumme Antworten? Von mir? Oh Gott, Jamal, du lebst noch, Alter? Mit dem Prime Sub im 36. Ich hab dich groß gemacht, Alter. Dankeschön, Jamal. Achso, VIP kann eigentlich schreien bei Emote only. Ah, hallo, Smashing. Ich glaub schon, ich glaub schon. Jamal ist ja sass, ja, das stimmt. Hallo, Sackfalte. Jamal fand ich es bei Fortnite-Ressourcen, nicht mehr bei New World. Und VIP sieht cool aus. Kann man das nicht eigentlich so machen? Wo ist Loco? Der müsste das wissen. Dass man für Kanalpunkte irgendwie sich VIP quasi kaufen kann? Dann hätte das auch mal einen Sinn. Das geht bestimmt, oder? Kann man. Aber dann ist das auch nichts mehr Besonderes, oder? Kann man VIP für Kuba, wenn der Reins hat? Dann gerne. Nein, können wir machen, warte. Ey, ich muss auch gucken, wo ich bleib. Echte OGs brauchen kein VIP, das stimmt auch wieder. Dann haben das zu viele. Ja, aber man könnte ja so machen, hat man irgendwie eine Million Kanalpunkte, oder so. Ne, für eine Million Kanalpunkte, kann man sich ja mit mir Relive treffen, ne? Ist das nicht bei Twitch so? Haben das nicht viele Streamer? Ein Relive-Treffen, Eis essen für eine Million Kanalpunkte? Und auf die Frage zurückzukommen, ich sage, du darfst ja wieder finden, ich finde es, ne? Hast du nicht auch nur bestimmte Anzahl für VIPs? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ich kann so viele reinmachen, wie ich, ne, ne, man kann so viele reinmachen, wie man will, um woher ich das weiß. Rakim hat damals so einen Freestyle-Rapper auf Twitch gefolgt und immer zugeguckt und der hat seinen Kanal so Mod City genannt, da waren alle, ne, VIP City oder so und da hatten die alle VIP- oder Mod-Status. Da habe ich dich für eine Million Kanalpunkte küssen, Kürbis, da muss da Mila vorbei, Alter. Und da was a real Chakun, Alter. Achte, das war ein Mod, ja, ja. Für zwei Millionen Duisburg-Bahnhof mit Kürz rumlecken. Sechs Stunden Fahrt für ein Eis essen, ey, sechs Stunden sind gehen ich, ne? Und Kuva, danke für die We-Star beim 55. Monat, Alter. Mal endlich, sagt er, 54, du Keck. 55, du Keck. VIP ist begrenzt, schaltet man mit Twitch-Erfolge frei, ich habe aber alle Twitch-Erfolge, die gibt, außer, dass ich hundertmal raiden muss, da fehlen mir noch zweimal dann habe ich alle. Das habe ich das letzte Mal sogar nur gelesen. Hallo, Neo. Und dafür, dass Isade das weiß, verdient der VIP. Ey, die Community soll entscheiden, Alter. Nehmen wir Isade wieder auf und nicht. Guckst du, Animes, ich habe mal ein paar geguckt, ja. Ich würde auch in Zukunft mal welche gucken, aber ich habe keine Ahnung davon und weiß nicht, welche cool sind. Von was hast du mehr, Prime Sub oder normal? Äh, beides gleich, Bruder. Prime Sub ist halt für dich halt günstiger, weil das in deinem Prime-Abo-Ding drin ist. One Piece, aber hat super viele Folgen. die Community entscheidet mit einer Umfrage. Ja, ich stimme einfach mal für Ja, weil Isade, das ist ja auch eigentlich nur ein Meme, wenn ich mal sage, weil Isade hier von wegen, du bist zum Pinsel übergelaufen und so. Ich meine, ist ja wirklich, ist ja wirklich passiert, aber ich habe trotzdem auf Ja gestimmt. Ich habe Black Lagoon geguckt. Ich habe Attack on Titans geguckt, aber ich weiß nicht, ob ich zu Ende geguckt habe. Ich habe auf Netflix diesen einen Anime geguckt, wo die in so einem MMORPG gefangen sind. Den habe ich aber auch nicht Ende geguckt. Und das war, glaube ich, kann man Dragon Ball und so dazu zählen, dann habe ich auch Dragon Ball geguckt. Und Schmuhmann dann schön für den Primes am 30. Jujutsi Kaisen, Sword Art Online, ja genau der. Den habe ich angefangen zu gucken. Digimon habe ich auch geguckt, klar. Was ist denn Jujutsu? Team Isade. 54 Prozent, oh 53 nur noch, da tut sich noch was. Parasite ist auch cool. Chainsaw Man, so geil. Demon Slayer auch zu empfehlen. Könnt ihr mir denn so Animes empfehlen, wo Uwu gesagt wird und so? Attack on Titans kannst du noch nicht fertig geschaut haben, kommt gerade erst Finale. Okay, dann habe ich das noch nicht fertig geschaut. Aber habe ich auch gesagt, weiß ich nicht. Nightlight, vielen lieben Dank für den gifted Zap am Bam Bam, der einfach gebetet hat. Dankeschön. Unfassbar schönes Publikum. Team Wien, Fat Girl of the Coop. Das war übrigens ein Witz, Neo, ne, mit dem Uwu. Nein, hallo Venom. Hallo Teddy. Ey, die Umfrage ist fast 50-50, Alter. Twitch Prime ist kostenlos. Ja, das ist so, Alter. Goblin Slayer bookt auch. Aber ich mag eher so, wo gekämpft wird, anstatt irgendwie so übelsten, ich weiß nicht, wie man das nennt, Chat, ehrlich nicht. Irgendwas mit Knarren oder so, finde ich nicht so cool. Die sollen sich boxen in so einem Chat. Ja, Bruder, wir haben 50-50-Entscheidung. Oh Gott, 51% auf Nein. Was für Baten, kann mein Konto erleben. Bam Bam, immer mit der Ruhe. Setz dich wieder hin, Bam Bam. Ich mache nur Spaß. Beruhig dich, Junge, Beruhig dich. Oh Gott, oh Gott, ja, ja. Burad, danke schön für die WeSau im 30. Die Umfrage zeigt, wie viele hasserfüllte Menschen hier sind. Bah! Wollt ihr das wirklich so stehen lassen? Oh Gott, Fifi, Fifi wieder, Alter, wie die Zeitung, Junge. 51% nach dem Schwester Kuscheltz Ansage gemacht hat. Wieder Fifi, Fifi. Das wird ein knappes Ding, Isade. Du hast hier einige Leute sehr verletzt. Ich sag mir das. Die Wahrheit muss gesprochen werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Isade, ich will dir nur sagen, ich habe auf Ja gedrückt. Merk dir das für die Zukunft. Dem jetzt VIP, oh, Papa Da Vinci hat Ansage gemacht, Alter. Ja, ja, der Kuba hat schon recht, wir haben hier sehr viele hasserfüllte Menschen im Chat. Guck mal, wir machen VIPs, alle wieder. So, können wir die Umfrage beenden. An die Leute, die auf Nein gedrückt haben, ihr solltet euch schämen, solltet ihr euch. Schämen solltet ihr euch, wirklich. Immer so hasserfüllt sein. Das war doch sowieso wieder klar, dass der zurückzukommt zum Papa. Was willst du denn auch bei einem Pinsel? Ich liebe diesen Hass, Alter. Ja. Toxic RP Bubble. Wir müssen wieder anfangen, RP zu beurteilen, Alter. Darauf habe ich richtig Bock. Wir gehen jetzt rein in eine Pommes, Alter, wenn ich einloggen kann. Ich bin mir nie sicher, Alter. Es ist immer so immer so Zwiegespalten. Ob der, ob der Joe mich nur reinlässt. Wen hassen wir heute? Wir hassen niemanden, nur Liebe, Alter. Hallo, Halli. RP, wir werden auch im Chat erlauben. Und Backseat Gaming. Boah, Backseat Gaming wäre richtig fresh, Alter. Warum RP eigentlich Pommes? Ganz, ganz früh hat man Rösti Pommes dazu gesagt. Irgendjemand hat das erfunden. Und Rösti, ne, Pommes, RP. Deshalb sagen wir das heute. Ist das ein Roughly Animated Wallpaper? Ja, Mann, genau. In seiner krassesten Form, Andy Flo. Andy. Ich bin so süchtig nach One Piece, hab das komplett durchgeguckt. Deshalb dachte ich mir, heute nehmen wir den Wallpaper. Voll cool. Jetzt lassen wir mal den Hass raus, wie Kratz auf Versprechung macht und dann doch dagegen handelt. Los, Shit. Was hab ich denn gesagt, Lerante? Was hab ich versprochen und nicht eingehalten? Auf die Schnelle fällt mir ein Setup-Bild, wollte ich ein neues hochladen. Katzenbabybilder kommen noch. Die haben übrigens jetzt die Augen offen, aber ich will die halt nicht nerven, weil die sind noch klitzeklein. Was hab ich noch versprochen? Das ist aber Glück, wie das Voting noch mit Ja endet. War das Irish Setter? Dankeschön, Loco. Du meint, der Chat entscheidet über die Sade. Ja, aber ich bin immer noch die höchste Instanz hier, ne? Mein Wort ist Gesetz. Poostcam hab ich gehört, das war immer nur Bait, ich wollte immer nur eure Subs haben. Okay. Übrigens, oh Gott, stimmt, hab ich gar nicht angesprochen. Ich hab wieder ein unfassbar gutes Angebot bekommen, meine lieben Kinder. Von einem gewissen, äh, Raid Champion Community GTA Rollenspiel Server auf Next Level Basis und es handelt sich diesmal nicht um Grant. Da gibt's nämlich ne neue Pommesbude, Alter. Die sich Majestic nennt. Die haben mir ne E-Mail geschrieben und nicht nur mir, die haben nämlich ne Mast-E-Mail rausgehauen. Da konnte man nachlesen, wen die alles angeschrieben haben, Alter. Ist schon, äh, super serious, muss man sagen. Ich könnt genau gesehen, wem die alles das gleiche Angebot gemacht haben wie mir. Und da sind all die Namen drin gewesen. Da hab ich mir auch gedacht, ja, cool, cool, dass ich jetzt die ganzen E-Mails kenne von den Leuten. Aber das sind wahrscheinlich alles Geschäfts-E-Mails und so, die unter dem Stream stehen. Weil wie sollen die sonst da rankommen? Äh, ja. Ich hab mir mal so ein bisschen ein paar Videos angeguckt zu dem Server und das ist schon, muss man einfach mal sagen. Natürlich ist auf Geld ausgelegt, wahrscheinlich Ingame-Käufe wieder oder Spieleanzahl durch irgendwelche Modifikationen der Mod an sich. Will ich aber auch nicht näher darauf eingehen. Da will ich kein Halbwissen verbreiten. Das Angebot war eher eigentlich so meh. Kann ich ja mal ganz, äh, ganz transparent sagen. Wenn du euch das interessiert, wollt ihr wissen, was die bieten? Habt ihr Bock drauf, sowas zu erfahren? Ne, mit, was du mitnehmen kannst, wenn es schon um den Hauptspiel geht, nee, go. Soll doch Grand RP 2.0 werden? Das ist sogar weiter. Ähm, die zahlen 5 Euro pro Zuschauer. Ich hab aber bei dem, bei dem Google über Sechser, über, über Sechser, Übersetzer nicht rauslesen können, ob das jetzt immer nur für einen Stream zählt oder für die gesamten Streams, die die verlangen. Was ist denn das für ein April, Bruder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ne, über die, über die durchschnittlichen Zuschauer. Also sagen wir mal, haben wir 500, ne, 500 Zuschauer, wenn ich da spielen würde, zwei Stunden oder so, äh, wird man, wird man da mal fünf behalten bekommen. Ich weiß aber nicht, ob das für jeden Stream eins zählt oder für die gesamten Streams, die die fordern. Weil die haben ein Angebot gesendet von wegen, ähm, acht Streams, a zwei Stunden und dann durchschnittliche Zuschauer zahlen mal fünf. Wenn die jetzt alles zusammenrechnen würden quasi oder, oder nur für diese acht, oder nur für diese, ähm, acht Streams mal fünf nehmen würden, wäre das echt ein lächerliches Angebot. Wenn man mal das so vergleicht mit, äh, Genshin Impact oder so, die so für zwei Stunden, ich glaub, zwei, fünf oder so, 2500 Dollar zahlen, ist das schon echt, äh, sehr wenig. Und bam, bam, Dankeschön für 13,37 Euro klappt das ja. Unangenehm gewesen, Bruder. Dankeschön. Aber er hätte es nicht machen müssen. Und der Wee, die kommt wieder mit seine Wee-Power rein. Dankeschön für fünf Gifte klappt. Weiz Maul, Junge. Ah ne, wir wollten ja noch Dings dann. Ist Mila da? Mila, hallo? Ja, gut, dann heißt Zapp schenken. Ja, okay. Mila, da machen wir einmal Bum, Bum, Oko, ja. Nur für dich. Hallo, was geht jetzt ab? Hallo, Chat, was ist los? Hab ich irgendwas verpasst? Bucky, vielen lieben Dank für fünf Gifte Zapps. Zugucker, Dankeschön für fünf Gifte Zapps. Trimetime, Dankeschön für fünf Gifte Zapps. Mr. Pony, Dankeschön für fünf Gifte Zapps. Und Chucky kommt auch noch mit fünf Gifte Zapps. Dankeschön. Und die Leute bedanken sich bitte auch, die ein Geschenk bekommen, ja? Das wäre sehr nett, Alter. Aber ich... Ich verstehe gerade nicht, warum das gerade passiert. Hab ich irgendwas getriggert? Oma, hast du gebaitet? Könnt ihr nicht einfach Subs giften, um sowas zu verhindern? Ey, 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 ey. Weil Oma da gerade schreibt. Chat, ihr wisst, ich hab das immer transparent kommuniziert. Wenn ich sowas annehmen sollte, werde ich sowieso vorher mit euch quatschen. Und ich würde eigentlich gerne nur auf sowas zurückgreifen. Ich hab irgendwas gegen, wir sind nicht. Was hab ich verpasst? Und ich würde sowieso nur auf sowas zurückgreifen, wenn du überhaupt erstens für das Geld ist ganz klar. Um irgendwas, keine Ahnung, eine neue Grafikkarte oder so ein Chip zu kaufen. Oder wenn das mit den Zahlen nicht mehr so stimmt, dass ich damit, äh, was ich mit dem Stream weitermachen könnte. Das wäre so die allerletzte Instanz, Alter. Hab ich gebaitet? Ich weiß es nicht. Boom. Oder war das Oma? Wer war denn der letzte Chucky? Nele Ranta? Vielen lieben Dank für fünf Gifte Zaps. Und Borat? Dankeschön für zehn Gifte Zaps sogar. Precious? Dankeschön für fünf Gifte Zaps. FSA-Schwein? Dankeschön für fünf Gifte Zaps. Daki? Dankeschön für fünf Gifte Zaps. Basti? Vielen Dank für den WeSup im 44. und Wilu. Dankeschön für fünf Gifte Zaps. Der will uns verkaufen. Nein, will ich nicht. Naja, wenn du so ein Spiel zocken würdest, würde, also, meinst du jetzt Genshin Impact? Ich bin, wenn ich Genshin Impact anpacken sollte, bin ich ganz ehrlich, danke, dass ich ausdehnen darf, wenn ich ausdehnen darf, dann hört man euch. Wenn, wenn Ach, ich geh auf K, Alter. Ich kann dir nicht reden. Wenn ich das, wenn ich das spielen, wenn ich das spielen würde, dann würde ich, äh, weiß ich nicht, ich weiß zum Beispiel, dass der Unicorn Hunter, äh, Genshin aktiv spielt, oder semi-aktiv. Schaut sie jetzt, kann ich bitte kurz ausreden, wenn ich so einen Scheiß machen würde, mit dem Spiel, würde ich halt Unicorn fragen, ob er Bock hätte, äh, ein bisschen zu erklären und so, mir das Spiel zu erklären, im Stream, und würde ihn sogar ein Teil davon abgeben. Also würde ihn sogar dafür bezahlen. Weil ich das nicht einfach machen würde, pack auf, Alter. Ich habe eh schon aufgeredet. Aber habe ich, habe ich schon ein Angebot bekommen, habe ich nicht angenommen. Aber Genshin kann man machen, und das ist nicht an sich not bad, ja, aber ist ein Ding, ist ein Gatschahin. Los, dann müsst ihr auch tanzen. Ja, da brennt ja jede Gehirnzeuge, weg in dem Stream. Geil! Zum Glück haben wir das hinter uns. Haha, ja, war super cool. Ja. Und Leranta, ich habe das gelesen, vor allem die Dodges müssen ja belohnt werden. Ich dodge nicht, ich nehme ihr frei. Zweimal in der Woche. Ähm. Wir gehen jetzt in den Pommes, so. Ruhe jetzt hier, bumms. Fuck, jetzt muss ich wieder, oh Gott, wen hatten wir denn? Veluro hatten wir vorgelesen. Unnötig, vielen lieben Dank für die Weezer mit dem 14. Und moin moin, dankeschön, Latshaus, dankeschön für 10 gifte Zaps. Ein Rassgar, irgendwas, ich kann das leider nicht aussprechen, Bruder, tut mir leid. Dankeschön für den, Prime Sub im sechsten. Und Space Pirate, dankeschön für 10 gifte Zaps. Nifty Ape, dankeschön für den Prime Sub im zwanzigsten. Loco, dankeschön für 5 gifte Zaps. MDK, dankeschön für 5 gifte Zaps. Hat er da zweimal, oder? Gott. Und Leranta, dankeschön für 5 gifte Zaps. Diese ganze Sound fühlt sich an, als hätte mir einer gegen Kopf miese Kicke gegeben. so, holt euch eure Kuschel, denke. Ui. Was sagst du dazu, dass du mit Jade zweimal zu tun hast, im RP, Roy, L und der Doc? Ich kenne den Doc nicht. Ergo werde ich mit dem auch nichts zu tun haben. Aber wann bin ich denn mal im Dienst? Morgen? Ja, wir wollten mal wieder, aber das heißt ja nicht, dass ich dann direkt Anschluss da an irgendjemanden suche. Wenn sich das ergibt, ergibt sich das, wenn nicht, dann nicht. Did I... What did I... Dich kenne ich, Karim, ja. Das hat Schwester... Nein, kein Raoul, ich mag das Lied nicht. Wir hätten auseinandersetzt und mit dem Amigos-Kriterium Kaiser wurde verhaftet, ich wurde angeschossen. Weiß ich's da, gestern. Um 12 Uhr. Oh, man hört das ergibt mich gar nicht, Teddy, ist ne Lüge. An Fortnite-Death-Run-Map. Immer wieder Zeit, dass du selber gemacht hast. Ich hab Schreibblockade immer. Ich hätt gern mal wieder einen Track aufgenommen. Welcher Prinzessin hat der in diesen miesen Ring geklaut? Boah, so groß. Der hier, ne? Geil, Alter, hab ich geschenkt bekommen von Roy. Das Joaquin Ghost Reiten. Ach, der Joaquin kann noch nix. Da wird wahrscheinlich heute kein Dasein. Das ist sehr gut. Oh, wow. Det ist sehr gut. Oh, ja. Da wird wahrscheinlich noch nix. Ja, das war ein sehr guter Stream. Ich wünsche euch dann alle noch einen schönen guten Abend. Hat super viel Spaß gemacht. Oh, Arvis hat sogar einen bekommen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was kann ich denn gerade machen? Ich kann im Dienst gehen. Ich habe jetzt noch irgendwas zu klären. Boah, sieht das schön aus, das Spiel. Ui. Claim the turf. Trapa, Leute, im Park und geht nicht. Das Ding ist Sound rum, Bruder. Sag mal, da bin ich's, komm, ob der... Warum sind denn hier zwei Bushältestellen? Oh, da ist aber neu. Aber warum zwei nebeneinander? Was ist denn da hinten? Ah, das kenne ich. Die Tafel ist eine Fremod. Aber warum hier? Schön, schön. Da Vinci ist Dings. Das ist, äh, das ist, äh... Wörter der Creator. Er hat schon, wie die Scheiße heißt. Das ist ja nochmal was viel cooler, was die haben wahrscheinlich noch gar nicht auf, ne? Doch haben wir... Artist. Chat, was steht denn hier für ne Karre rechts? Was ist denn das für ein Auto? Ist das der ZR 350 in Breitbau? Ist er das? Ist er das? Der ist echt hässlich gemacht worden, das stimmt. Ah, er gesehen, Relove. Wait, das ist cooler, cooler als wat. Jaja, die sind so... Jetzt kann ich das ja spoilern, die sind drin. Brauchst dich gar nicht so anschleichen. Ich weiß schon, dass du kommst. Frech. Warum klaust du eigentlich meinen Style, Bitch? Warum klaust denn du eigentlich meinen Style? Ja, soll ich dich direkt wegpumpen, oh wow. Ich bin zu prügeln. Guck mal, wie du rumrennst, genau wie ich. Guck mal, wie du rumrennst. Gott, was hast du denn gefüllte Hose an? Rutsch ein bisschen. Tragen die coolen Kids da so. Ist die Rocks noch nicht schwach? Ne, ne. Ah oui. Was mit Itami? Auch noch nicht gesehen. Nur ein Hof voller Rocker. Ah, wo die Majans? Mhm, ich hab die Majas. Wie viele Breitbaukarren haben wir dir? Äh, sieben. Boah. Aber Motor muss noch angepasst werden, ne? Ja, ja. Aber da sind ja hier Itami Kenzel und so sind ja am rumspielen. Ja, wo ist denn der Itami de Penner? Was? Das ist eine gute andere Frage. Scheiße, Wichser, Alter. Ist so. Hör auf mich zu kopieren, du Kubikern. Hör auf du mich zu kopieren. Es gibt in dieser Stadt nur Platz für ein Köln, das Köln. Ich hol mir gleich eine schwarze Jacke, ich sag's dir. Mach doch, mach doch. Kauß dich eh nicht. Okay, okay. Versuch's doch. Das sieht einfach aus wie mein Charakter, Alter. Und nun wird die Nieder fahren. Ja, aber das ist... Also ich bin eh immer so der Mensch. Und ich freu mich, wenn noch andere daran Spaß haben, ne? Boah, Junge, die haben aber auch hier Karren stehen, Alter. Die hat doch locker schon in den fünf Monaten, die das Service da ist, die hat doch locker schon zehn Millionen gemacht, Alter. Boah, was ist denn das für ein Komet, Bruder? Alter, Schwede. Das sind alles diese Vanilla-Rework-Tuning-Breitbau-Karren und so, Alter. Das ist doch immer lustig gemacht, weil Leute Schäfter fahren. Ja, aber so viele Leute werden den ZR auch nicht fahren. Schäfter kostet halt nur 50.000, Mann. Der ist viel, viel, viel zu billig. Das ist übrigens unser nächstes Projekt im LP. Aber das wisst ihr ja. Bisschen in die Tuning-Szene rein da. Vielleicht mal ein bisschen gucken, was da abgeht. Princess. Oh, das ist von Mila, diese... Kann man das überhaupt zeigen, Alter? Ja, da freut ihr euch wieder, ne, Chat? Da freut ihr euch. Boah, die sind echt... Alter, das... Das sieht schon echt gut aus. Boah, geht von hinten. Ich finde das mit den Felgen nie so schön, wenn die mal lackiert sind. Ja, das ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Jetzt zu viel. Warte. Hau da mal, du Penner. Boah, der Kummiet sieht richtig sexy aus, ne? Mhm. Boah. Das ist aber Einsitzer. Wie, Einsitzer? Der ist Einsitzer. Ja, stimmt. Da ist nur ein Sitz drin. Mhm. Naja, das ist dann für einen, der nicht cringet. Ja, also nix für dich. Aber ich muss echt sagen, die sind echt... Manche sind echt hässlich getunt. Also die Lackierungen. Du darfst den Beschwerden einmal an Itami und Leeroy, ne? Ja, Itami hat keinen Geschmack. Warte mal, du hast... Oh Gott. Was soll ich... Wir müssen unbedingt zum Dings. Du musst deinen Namen ändern. Okay. Du musst Kusch heißen. Adoptier mich einfach. Ich adoptier dich, du bist mein Sohn, Apolde. Perfekt. Boah. Weich ja kurz nochmal um. Der ist unfassbar hässlich gemacht worden. Hallo. Der hat viel zu viel Power auf der Hinterachse. Klub dich aus. Komm mal, ja. Ich kenne das Handling von der Karre. Komm mal, ganz laut. Der hört sich kacke an. Was? Was? Guck mal, der fährt. Bestimmt so 220 oder so. High- puisqu energies. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. der Drohr muss so sein, Alter. Wie im echten Leben. Der Spoiler ist absolut hässlich. Die ganze Karre wurde hässlich gemacht. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja Geschmackssache. Doch, doch. Von vorne sieht der noch geiler aus, wenn man die Lichter machen könnte. Aber ich glaube, Sektor hat die Tuning-Dings dann nicht drin dafür. Müsste man halt auch nachfragen, ob vielleicht Blit Devil die nachschieben kann. Weil die Hälfte davon haben sie drin. Da fehlen ein paar Mod-IDs. Weil die Karren haben so viel zum Tune, Alter. Du kannst vorne so Sleepy-Eyes machen. Nimmt man das so? Diesen bösen Blick und so ein Shit. Dann sieht die Karre echt baba aus. Ja, der Spoiler ist Müll. Aber die machen immer den dicksten Spoiler drauf, weil der dort das Handling verändert, ne? Dann hast du die bessere Kurvenlage und so. Okay, von der Endgeschwindigkeit geht der aber. Könnte ein bisschen schneller sein. Na klar, Bruder, du kannst alles anpassen, natürlich. Ich habe genau die Karre auf Yuri, sein Dev-Server, und da kann ich irgendwo fliegt, die Handling-Datei ändern, also das Fahrverhalten und so. Da habe ich dir mal ein bisschen besseren Anzug verpasst und ein Allrad gemacht, der ist ja hier Hackantrieb. Aber mit dem Karren kannst du mit Hackantrieb nichts anfangen. Und der GTA-Engine drehen die komplett durch. Hat mal der Wurz schon angepasst. Naja, der ist angepasst. Da hat der, glaube ich, der Bobby schon dran rumgefrummelt. Das ist doch nicht das Standardhandling. Oder Itami oder so. Irgendeiner hat da was dran gemacht. Du machst Kiffi-Kiffi-Gingster-Wingster. Aber schön, schön. Freut mich natürlich für die Tuner jetzt, dass es 16 verschiedene Karren gibt. Reitbau-Karren. Wenn da jetzt überall noch das Handling angepasst wird, Alter, dann absolut krass. Was habe ich denn hier für eine Playlist an, Alter? Auf welchem Paper konnte ich steuerfrei muss man 150 Euro schicken für die Karre? Na ja, das ist auf Sektor nicht so. Hier kannst du das IC beantragen. Wenn das Sinn ergibt im RP, dann macht Paletti, dann macht der Joe das. Nee, das hat kein Drift-Handling. Ich würde eh sagen, das hat nicht so ein 30-Sekunden-Auto. Shorty, bist du da? X7? Was macht man da mit dem Relife? Drag Racing und so? Oder Driften? Oder beides sogar? Im Endeffekt habe ich nicht so viel Ahnung von Autos. Auch. Könnte sogar Drift-Handling machen, aber das ist zu viel Aufwand. Verkaufen und anständigen Corsa holen. Eheh, 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 Eheh. Eheh, Eheh, Eheh. Da wurde auf jeden Fall schon mal dran gemacht. Oder ich täusche mich gerade komplett. Einfach die Drive-Mechanik zum VFM-Drift-Server. Boah, Bruder, das wäre so krass, der. Habe ich auch nur auf keinem RP-Server gesehen, Alter, die sowas mal so ein bisschen fördern. Aber so eine richtige Drift-Szene und so, boah. Verstehe nicht, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, warum das keiner macht. Du kannst mal halt Re-Drifting-Modus rein, oder du kannst auf jeder Mod da rein moden, Alter. Das ist gar kein Problem. Das Licht kommt, achso, du meinst, wenn das an ist? Ja, das wäre so ein Fall, das könnte Juri fixen. Aber, pfff, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das Blubbern ist nice. Das kommt aber auch aus der Mitte vom Fahrzeug. Das ist denn der Junge, der so die Karre ausmacht. Jo, du musst die Karre ausmachen, Mann. Warte, ich gehe kurz das Auto draußen ausmachen. Du hast so blaue Augen, Bro. Oh Gott. Kann ich nix dafür, die kommt von meinem Vater. Genetik, ne? Ganz seltene Mischung hier. Da wurde auf jeden Fall schon irgendwas am Motor gemacht, glaube ich. Ja, ja, die sind da rum am Spielen schon seit zwei, drei Tagen. Und immer Feedback mit Tucker. Nicht mit Bobby. Nee, Tucker meinte, wir sollen uns bei ihm melden. Ja, aber Taya Nutz? Taya Nutz hat doch diesen Chip-Computer-Dings, oder nicht? Also, das hat Roxy mir gesagt. Kann sein, ja. Ich will jetzt erstmal den Bobby an. Mach doch. Das war nämlich meine Geschäftsidee. So, ich gehe jetzt deinen Kunden an. Ja, mach mal. Hallo, Mr. Banks. Na, wie geht's, wie steht's? Ja, eigentlich ganz gut, und ihn? Auch, auch eigentlich sehr gut. Da bin ich zwei Tage in der Bude und bestell mir am dritten Tag ne Breitbaukarte und auf einmal sehe ich, dass hier alles voll steht. Auf einmal ist er eine Breitbaukarte, ne? ZR 350, ne? Und du verkaufst auch welche, ne? Ich hab auch ein paar, ne? Warum wird denn da meine Geschäftsidee geklaut? Ah, ist das so? Ja? Die hat ein bisschen inspiriert, ne? Da musste man zuschlafen. Da muss ich aber mal mit dem Tacker quatschen. Da will ich aber eine 10-prozentige Beteiligung dran haben. Ey, 10-prozentige, das ist schon... Ach komm, da können die Dinger gehen auf jeden Fall weg. Ja, ja, die gehen gut weg. Wenn du da noch ein bisschen mit dem Schiff zaubern, mit der Schiff zaubern, so ein bisschen am Motor rumfummelst, weil der eine oder andere hat nämlich, ne? Weißt du ja selber. Ja, ja. Dann gehen die auf jeden Fall weg. Aber sag mal, du meintest ja letztens, die Halle hast du alles organisiert unten, ne? Ja, ja, das ist meine Halle. Was hältst du davon, wenn wir vielleicht mal die Tuning-Szene so ein bisschen... Also du machst das bestimmt schon. Ja. Aber vielleicht mal so ein bisschen neuen frischen Wind reinbringen, damit auch die Käufer der Fahrzeuge noch umgehen. Das klingt doch wie eine Geschäftsidee, oder? Ja, da können wir mal drüber quatschen. Da bin ich auf jeden Fall ganz vorne mal dabei. Sehr gut. Ja, die Halle ist richtig sexy, aber... Das Problem, was ich daran sehe, ist, dass es halt super versteckt ist, ne? Na ja, ist ja auch gut, ne? Ja, okay, voran. Aber ich finde, dann dazu müsste es halt noch eine öffentliche Szene geben, finde ich. Wie es die Ingo trifft. Das muss ich einrichten, ne? Ja, ja. Ja, das meine ich mit Support ein bisschen. Ja, ja, die wissen dann Bescheid, ne? Also die ist schon bekannt, da ist es gedacht, die Location. Ja, aber dann müssen wir mal gucken. Ja, kriegen wir. Was hast du denn so für Karren? Äh... Schakal, und so habe ich gesehen auf Wiener. Schakal, genau. Alle im Wiener drinnen, Marktplatz. Na, ich gucke gleich nochmal. Alright. Ja, alles klar, dann. Schönen Tag, ne? Ja, Lawrence, peace. Dabei... Ich klaue die einfach meine Idee, die Schweine. Ja, will ich Umsatzbeteiligung, Alter. So, was freches. Schau mal, welchen Karren der alles hat. 16 Schnitke mit und ich glaube, die wurden aufgeteilt auf Dings. Auf Bannys und Tyranuts. Junge, ich habe schon wieder Schlagabfall, Alter. 120.000 für den CNF, Alter. Sehr hässlich gemacht worden. Einfach Slot von Ice Age, Junge. Ich muss wieder los. Ey, love you too. Mach's gut, Mann. Lass ihn ja anquatschen. Das Kuss. Mann, wo sind die Karren denn? Ich glaube, Negro. Ich bin aber auch dumm, ne? Wir sind doch hundertprozentig im Marktplatz drin. Was scroll ich denn hier die ganze Zeit ohne? Schön, dass mich einer mal darauf aufmerksam macht, Shit. Hier. Dinker Jester. Jo. Ja, Karren ist auch sexy, glaube ich, gewesen. Boah. Warum immer das mit den Felgen? Ich verstehe. Gefällt euch das, Chat? Ich finde das voll ugly, ne? Einfach Chrom oder so ein Shit, Alter. Oder schwarz. Ich hasse das. Penumbra, Alter. Boah. Auch dick. Hallo, La P noch. Auch schön. Pinumbra, Retro. Auch cool. Auch das gleiche Dings. Ach, das ist der doch von gerade, oder? Gibt's den noch als Cabrio? Reaper-Customer. Reaper ist auch eine dicke Karre. Boah. Aber die Spoiler immer, Alter. Das ist viel zu viel, finde ich. Ich bin kein Fan davon. Na klar kannst du umbauen. Aber du präsentierst die Karre ja so. Aber ist halt Geschmackssache. Was willst du machen? Acelot-Lynx. Auch schick. Oh, der kam ein paar echt dicke Karren rein, Alter. Ach, der steht hier auch, oder? Ich glaube, der sieht grau. Gott, Alter. Der sieht dick aus. Ja, ist krass. Ich muss mal nur gucken, was die Fahnen übermacht Sentinel. Sieht auch dick aus. Hallo Cloud und Don De Vito, hallo. Ja. Wir können, glaube ich, gerade nicht viel machen. Ich stelle von den Nummer rum. Oh, der mir fällt gerade wieder nicht ein, was ich vorhatte. Oh, Pinsel. Hallo? Jo, was geht ab? Oh, Seven of Seven ist die Gang, motherfucker. Okay, ich weiß auch, der ist ja direkt schon die Scheiße am Dampfen. Warum? Der Apache hat mir geschrieben, dass die angegriffen wurden. Erstmal, ja, pass auf, ich weiß ja immer, was passiert ist. Erstmal, hatte ich gestern richtig Business, hatte Sachen geplant. Aber leider konnten Lisa, die konnten nicht schwimmen aus der Gang. Die konnten nicht schwimmen und sind fast ertrunken. Und um Leiband hat sich eine Seealge um den Fuß gewickelt. Deswegen hat die mit seinem Leben gekämpft. So, wir kamen zu nichts, weil die die ganze Zeit, die konnten nicht schwimmen. Wir haben gestern erst mal Seefährtchen gemacht. Ja, was rekrutierst du denn da für Gangster, die nicht schwimmen können? Scheiße, ich war so einsam. Ich gebe jedem eine Chance. Und wer zum Teufel ist Lisa? Jeder hatte eine Chance. Lisa ist immer sehr schweigsam. Meistens, wenn sie mit mir im Auto fährt, dann ist sie sehr schweigsam. Also hast du dir schon eine Freundin gesucht? Nein, die küsst mir eine Basche. Ich mache Sex. Was machen die? Wiederhole das nochmal. Sex. Oh Gott. Oh Gott, Pinsel. Ja. Was machst du da? Was machst du da? Ja, wo bist du? Ich bin unterwegs. Ich fahre jetzt mit dem Auto los. Ich muss dir was zeigen und dann müssen wir ganz kurz jemanden abholen. Ja, komm, wir gehen wickeln. Wo soll ich hinkommen? Ich bin am Parkplatz. Ja. Am Möhre-Park. Okay, ich komme da hin. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wie heißt es, die machen Sex, sag ich euch. Oh, Alter, der Typ, ne? Yo, Kaldus. Was ist los, Kaldus? Kein Itami auftaucht oder Roxy? Sag mal, die sollen mich anrufen, bitte. Mache ich mir euch. Alles klar, bis später mal. Bis dann, peace. Dodo, vielen lieben Dank für 4.20. 4.20. Hallo, was geht? Spielst du noch Dino, Dodo? Vor Pinsel, Alter, ehrlich, Junge. Der rennt über den ganzen Server und sagt, ja, ich bin O7, ich bin der OG und so. Und dann flüstert dir die am Telefon. Die machen Sex. Oh, das wird sehr schwer, Alter. Das wird sehr schwer für die Gang. Musst du ein bisschen leiser machen. Kurz das Spiel. Was kostet Dino? Kostet 25 Euro. Kriegst wahrscheinlich aber auch günstiger. Ich finde, das ist der Beste. Da hast du halt ein Dino und kannst du leveln und dann kannst du PvP machen und so. Das ist eigentlich ganz cool, so für ein, zwei Stunden am Tag. Ach stimmt, du warst ja auf Krücken, ne? Geht's dir besser? Ja. Und wieder ein neuer Worker-Club. Hallo? Jo, was hast du denn für eine Karre, Alter? Alter, guck mal. Ist die Seko da? Das ist Neuro Custom. Ja, apropos Neuro Custom. Doch, den hab ich jetzt jetzt meinen kochen können. Nee. Und jetzt rauskönig. Such die Geil Custom nicht. Ähm. Ach, können ist dein Auto fertig? Weitschers. Ne, ne, 350. Achso, ich war gerade schon so, wenn ich's hab gesehen. Wir müssen halt Business machen, ne, Pinsel. Oh, okay. Dann musst du doch alleine fahren. Ja, wie? Nein, nicht jetzt. Du kannst ruhig fahren, Pinsel. Nein, ich trau mich nicht. Du kommst aber beim nächsten Mal vorbei. Du weißt ja, wo ich bin. Dann kannst du da fahren. Okay. Nee, du kannst doch fahren. Danke, Gunny. Was ist denn schon wieder los mit dir, Alter? Du kannst gerade fahren. Was? Ich wollte die gerade fahren und dann dazu muss raus. Nein, das hab ich überhaupt nicht gesagt. Gunny, verpiss dich. Ja, mach's gut. Hi, Gunny. War das der Gunny? Nein, waren alle heißen Gunny, die da arbeiten. Achso. Wir machen später das Business. Kannst du hinterher fahren? Ich will einmal fahren. Ja, okay. Hahaha. 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 Wo ist, wo ist der Hölne? Der ist Wolkenzell. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Ich weiß. Und dann? Und weg. Warte. Hahaha. Okay, wir müssen kurz zum Taxi, Taxi 5 Euro. Ja, aber der Punch hat mir geschrieben, die hatten Ärger mit denen. Ja, und der Leiband hat mir geschrieben. Okay, dann wollen wir das klären. Ja, aber vorher, ich muss dir mal vorlesen. Okay. Soll ich anhalten kurz? Leiband, Leiband schreibt mir, nee, warte, ich liess, Apache schreibt mir, wir hatten eine Auseinandersetzung mit dem Amigos-Kartell, Kaiser wurde verhaftet und ich wurde angeschossen. Dann habe ich gefragt, was? Und er meinte so, frag nicht. Dann habe ich gesagt, Wichser. Und dann hat er gesagt, Margarino war ein Geiselnehmer Laune und wir waren Geiseln. Und dann wurde Kaiser von diesem Stefano das verboxt. Mhm. Und dann haben Margarino und ich aufeinander geschossen. Das sagt der Patscher. Okay. Jetzt kommt die Story von Leiband. Pinsel, der Apatscher hat mich verraten. Ich wurde von Stefanus zusammengeschlagen und danach bin ich als Einziger in Gefängnis gekommen. Also ist der Apatscher ein Verräter. Also müssen wir jetzt uns mit Margarino treffen. Ja, die sind hier. Hier hängen die ab, Pinsel. Genau, dann müssen wir fragen. Wer lügt halt? Willi steht Kabiliti. Magrelo! Don Sandro! Wir haben was zu besprechen. Wir kommen in Frieden gerade. Puschen, pushen, pushen! Es wird jetzt nicht geknallt. Wir kommen in Frieden. Oh Gott, ich wusste es. Den Amigos ist nicht zu trauen. Mein OG will mit dir quatschen, Don Sandro. Wir haben Business zu bequatschen. Wir haben Business zu bequatschen. Business. Business. In Deckung bleiben ist Erika. Oh Gott, habt ihr schon in den Kopf gerufen, ihr Snitches? Ja, haben wir. Ihr seid gefickt. Was auch stellt. Scheiße, der Motor ist ausgegangen. Gut. Wieso ist er hier? Kommt in 10 Minuten wieder. Wir müssen gerade mit einer Dame reden. Ja, aber... Oh ja, mit eurem geliesten Maserati. Aber Leute, wir haben Business zu tun und unsere Gangster bröselt. Die können nicht schwimmen. Die können nicht schwimmen. Das hättet ihr euch vorher überlegen. Wie schon gesagt, 10 Minuten. In 10 Minuten. In 10 Minuten. In 10 Minuten. Kommen wir wieder. Komm mal wieder. Kommen Sie mal wieder. Los, Launch Control. Abmarsch. Ja, los, Launch Control. Mach dich mit deinem Maserat. Du, rein die Klappe, Johnny Mann. Dich haben wir aufgenommen. Als sie dich verstoßen haben. Okay, jetzt sind 10 Minuten. Get gas. Scheiß Amigos. Okay, ich wollte gestern 35.000 mir ergattern. Nein, warte. Ich habe... Pinsel. Ich habe doch diese Karre bestellt. Ja. Diesen Breitbau. Ja. Importieren aus Tokio. Ja. Ja, jetzt ist der... Jetzt ist aber der Taka hat ganz viele Karren importiert. Der hat quasi unser Business geklaut. Da wollen wir nur Umsatzbeteiligung, okay? Okay. Aber am besten lässt du mich das klären. Ich vertraue dir, du bist der OG, aber... Ich hau dir in so weit vor, dass du bist. Ja, genau. Und genau das darf nicht passieren, Pinsel. Okay. Du weißt doch, wer das ist. Ja. Wir müssen mit dem Taka quatschen. Okay. Gehört es? Ich bin gestern ein geiles Auto gefahren. Weitere. Ich glaube, das ist ein Penumbra Custom. Das ist eines der krankesten Autos, was ich jemals hatte. Und... Ich bin gestern noch ein Auto gefahren. Du weißt dann, wie mein Drafter sich fährt, ne? Ja. Und jetzt stell dir vor, der Drafter in schnell bessere Lenkung und bessere... Ach, du meinst den Dings, was der Dings verkauft, ne? Der Breitband-Drafter. Ich hab vorhin mit dem Dings gesprochen. Perf von dir. Bei der Boat Banks. Ja, ne. Ne. Bei dem war ich gestern auch. Ich bin einen Chagall gefahren. Mhm. Ähm. Absolut. Scheiße, das ist voll die Drift, Kara. Was soll das denn? Ähm, das ist... Hast du dir das schon überlegt, wenn ich Kara du kaufen willst? Also, ich kann ehrenlos sein und mir einen Jogula kaufen. Ich kann aber auch cool sein und wenigstens noch sagen, ich hol mir einen Sultan Gassig. Pass auf, wir halten kurz hier. Ich erzähl dir, was ich vorhabe, okay? Komm, wir schmökern eine. Okay. Äh, ist bei den anderen Gangster bei Anglers-Masajo. Hallo, Axi. Äh, ob du doof bist? Warum hast du mich 300 Mal angerufen? Na, weil wir Business-Sachen hatten. Ja, ich bin doch da. Wo sollen wir uns treffen? Ja, wey, jetzt muss ich gerade mit dem Pinsel kurz quatschen. Ja, und danach? Ja, dann können wir gucken, ob, äh, der Tucker da ist und so. Mhm. Oder willst du das später machen? Ja, mir ist das egal, ich richte mich nach dir. Weißt du was, wir kommen gleich noch Bannys. Ich muss nur meinen OG fragen. OG Penze, weißt du? Hallo, warum lachst du? Zeig mal ein bisschen Respekt. Und wir haben noch was mit dem Kartell der Amigos zu klären. Mit was? Mit dem Kartell der Amigos. Ja, nicht mich. Mit Sandro und den Männern. Ach, okay. Ja, gut, ich wusste nicht, dass die sich jetzt so nennen oder du sie so nennst. Na klar, das ist ein Kartell der Amigos. Die sind brandgefährlich, musst du aufpassen. Ja, weiß ich. Okay, ich melde mich gleich dann, okay? Ja, mach das. Dann muss gleich, Oxy. Pinsel. Guck mal, wie geil ich da stehe. Wie ein richtiger Oggy. Wie ein richtiger Oggy. Hast du eine Kippe? Ja, scusi. Ich hab auch eine. Was denn? Okay, schell. Man sagt, das sind aber nicht solche Gangs. Das ist halt, das ist weird, ja. Pinsel. Ja? Was hältst du davon? Du willst ja eine, wir machen ja gerade eine Gang. Ja. Aber was für eine Art von Gang willst du aufbauen? Weil du bist ja nicht hier irgendwo geboren. Mörder. Eigentlich. Mörder, dann seltener. Bin das manchmal so schwer, mit dir zu quatschen. Okay. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt voll da. Pinsel, wir sind ja nicht hier geboren. Du kannst ja nicht irgendwo hinziehen und sagen, oh, das ist mein Törf. Und das ist unsere Corner, die beschütze ich jetzt. Ich komme aus der Albuquerque und jetzt brauchen wir eine Corner, die wir geschützen. Ja, sowas ähnliches. Was kannst du richtig, richtig gut? Lügen. Okay, und was danach? Klar. Lügen. Und was danach? Leute abziehen und zusammenschreien. Ja, aber wofür bist du bekannt in der Stadt? Seit ich mein Prozess war und nicht auf die Straße gehörte. Ja, aber was hast du bei den Cops gut gemacht? Autofahren. Genau. Ich bin der beste Fahrer. Weißt du, was ich für eine Vision hab? Dass wir uns, dass wir uns, dass wir uns auch mit der Gang unter die Thuner mischen. Ja. Und gestern hatte ich mir gedacht, ey, ich hab keinen Viersitzer, also brauch ich Viersitzer. Wir brauchen Geld, also muss ich einen Shop ausrauben. Also hab ich gedacht, scheiße, ich bleib zu langsam im Auto, aber ich hab ein Boot. Ich hab mich verkauft. Ich hab da irgendwo Scheiß unterschrieben. Wie, du hast ein Boot gekauft? Ja, irgendwie schon. Ich wollte, ich hab mir was bestellt, ein Stabstager für zu Hause, aber auf einmal hab ich ein Boot gekauft. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Dann hab ich versucht, einen Shop am Hafen auszurauben, damit wir dann das Boot nehmen und wegfahren können. Aber die sind alle ehrenlos als surfen. Pinse, brauchst du auch wieder Wades im Vormund, der auf dich aufpasst? Oder kommst du alleine klar? Wie? Na, egal. Wie zu meinem Mund? Mein Vormund? Nee, pass schon, du bist erwachsen. Du bist eh meiniger Kopf, du weißt schon, was du tust. Ja, ich bin 18. Was für eine Vision hast du damit aus 7Pinsel? Ähm, da muss ich mir wohl noch etwas Gedanken machen. Was hältst du davon, weil du hast ja schon zwei richtig coole Karren, ne? Ich besorg mir auch noch einer. Ja, aber das ist ja für Tuning-Szene. Und dann mischen wir ein bisschen Tuning-Szene auf und machen nebenbei noch, also Gangshit halt. Aber wir brauchen irgendwo einen Zuhause-Pinsel. Was ist mit hier? Na, hier geht nicht, da wohnen schon welche unten. Wieso? Du kannst nicht einfach in den Turf ziehen, Pinsel. Okay, wo wollen wir hinziehen? Ja, das weiß ich nicht, mir egal. Sollen wir die Leute hier rausschmeißen? Was für einen Traum hast du denn? Willst du viel Geld haben? Also wenn ich groß bin. Willst du dicke Knarren besitzen? Ähm, ich würd gerne. Du kannst halt verdammt gut Auto fahren, ne? Und ich kann auch ganz, ganz okay fahren. Du fährst schon besser als ich. Weiß nicht. Bin schon lange kein Rennen mehr gefahren. Picke die alle dann. Ja, aber du fährst gut. Das würde halt richtig gut passen zu uns. Okay. Dass wir so ein bisschen uns da, muss ja nicht für immer sein. Nur so ein bisschen Fuß fassen, weißt du? Wir müssen erstmal uns Respekt verdienen. Genau. Nicht mehr, dass die Leute sagen, ja, das ist Pinsel der Kopf. Sondern, ja, das ist Pinsel mit der Karre XY. Und der ist ein richtig kraser Fahrer. Okay. Das ist ein guter, du bist ein guter Wheelman, weißt du? Fluchtwagenfahrer und so. Oh ja. Weil ich sage, ich sage dir nämlich, ich verrate dir jetzt was, okay? Es kann sein, dass ich für die Mafia, du weißt so, wenn ich quatsche, ne? Ähm, Paletti? Genau. Es kann sein, dass wir in Zukunft, ähm, vielleicht... Ja, ich bin dabei. Ich will. Ja, aber dann, Pinsel, bei den Leuten musst du, ich will dich, ich will dich nicht zurückhalten. Du sollst dich feinfallen können. Aber bei solchen Leuten musst du dich halt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen zusammenreißen. Ich will auch zu denen, ja, ich sage nicht mehr Wichser zu denen. Es kann sein, dass wir da, dass wir Sachen transportieren für die. Okay. Also so auf einer Kamer, weißt du? Und das wollte ich heute klären, alles. Ja, ich will. Und deshalb will ich auch in die Tuning-Szene rein, weil wir saugen uns die besten Fahrer. Und dann bauen wir so ein Transport-Netzwerk auf. Von den besten Fahrern und so. Ja, mit Gwenzy, das ist mein Wingman gewesen. Das ist mein Wingman dann. Kennst du den? Nee. Gwenzy, doch, kennst du. Ach, der Frau, das ist der Mann, mit dem wir gequatscht haben, ne? Ja, so. Beim Unicorn. Hallo, bin ich Wassergitter. Wassergitter. Ja, so. Hm. Aber du musst auch wirklich sagen, ob du darauf Lust hast. Ich bin dabei. Aber wenn du keinen Lust hast, dann such mir was anderes. Ich bin dabei. Okay. Wir schießen aber auch, oder? Ja, na klar. Wir sind ja trotzdem Gangster. Wir sind noch Serben. Wir sind aber Gangster, oder? Aber wir machen das, was wir am besten können. Du kannst gut Auto fahren. Ich kann gut schießen manchmal. Weil ich nicht am Schielen bin. Und dann suchen wir uns Leute, die auch zu uns passen. Und dann machen wir einfach, und wenn wir, und dann machen wir, sind wir allwounder. Für alles zu haben. Street Racing, Transporte. Was passiert, passiert. Jo, 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 bin ich dabei, Baby. Bisschen Söldnerei für People und andere. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Drogen dealen. Oh ja, wir brauchen Drogen. Bisschen Rashisch und so. Rashisch. Und Frösche, ja, brauchen wir. Ja, Frösche. Okay. Wir ziehen ganz groß Business auf, okay? Das wird super. Ich bin voll dafür, Gerdes. Alles klar. Deswegen bist du meine rechte Hand. Ja, ich bin ein Fertcoiler. Du bist ein kranker Motherfucker. Und du machst, worauf du Bock hast. Und ich bin, ähm. Aber du musst dann, kannst du dann der Second, also du musst auch Ogi sein, aber er ist nach mir, weil ich hab das zuerst gesagt. Ja, okay. Aber wenn ich, wenn ich krank bin, dann musst du bei Ogi sein. Ja, okay. Okay. Weil sonst splitteln sich die Gang, wir haben die nicht in Kontrolle, die Wichser. Dann bist du mein Vertretung dann, wenn ich Husten hab oder so. Okay. Dann bin ich Fize-Orgi. Fize-Orgi. Ich bin Fiete. Fiete. Fiete-Orgi. Fiete-Orgi. Und Mila ist deine Frau. Ja. Mila ist, ähm. Sagen Sie in den Arms. Ja. Scheiße. Wir brauchen Ränge. Wir fangen an mit Rekruten. Eigentlich brauchen wir keine Pinsen, aber ich weiß, dass du darauf stellst. Echt? Jo. Das ist doch krass, Chef von der Rekruten. Wo ist Helm? Der Rekruten. Wir brauchen Rekrut, Fake-Wilbel. Naja, wir können ja mal zu den anderen Gangs fahren und fragen, ob wir die Ränge haben. Und wie die Leute nennen. Man kann ja, man muss ja nicht das Rad neu erfinden, ne? Wir machen Ränge dann. Ich bin OG, das ist der Höchste. Tja. Geil. Wie abfällt. Ja, gehört es? Wie sieht's aus? Kommt ihr vorbei oder nicht? Wir kommen jetzt vorbei, Rieder. Habt ihr schon auf den Dächern verteilt? Wir wollen wirklich nur Quatschen. Nicht verteilt, das MG ist durchgeladen. Jörg hält schon den Munitionskasten. Nein, OG will nur Quatschen mit Don Sangro. Eigentlich mit Macaroni auch. Und mit Macaroni, okay? Wir kommen bis gleich. Ciao. Es kann sein, dass die uns einen Hinterhalt führen. Ich rufe ja die Polizei an. Nein, nicht. Nein, Pisse. Mach das nicht. Wir rufen nur den... Wir rufen nur John Lugan, wenn wir richtig am Arsch sind. Okay. Ansonsten we don't talk to police, okay? Aber... Aber wenn... Was ist, wenn... Wenn die uns schnappen? Jo, dann müssen wir das durchnehmen wie echte Männer. Du weißt doch, welche Leute im PD sind. Das sind doch alles Idioten. Das stimmt. Aber meine Gang hängen noch im Wasserbecken. Dann müssen wir mit denen einen Schwimmkurs belegen. Na, gestern haben wir ein Sehfettchen gemacht. Ich habe gesagt, so, jeder taucht jetzt auf den Boden und kommt wieder hoch. Warte mal. Nein, nein, Gott. Was ist denn das? Ach, hier ist unser Stützpunkt. Nein, Pisse, komm schnell wieder rein. Schnell rein. Warum? Dann gehen wir nachher einbrechen. Das ist auch nur gut. Das können wir auch machen, Pisse. Verbrecher, Einbrecher, Bande. Ja. Wir machen alles. Wenn ein Herz heute sagt so, dann morgen macht er so. Genau. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Ja. Und weißt du was? Was dann? Wir hören uns von den Gängen immer die Ideen an und dann können wir variieren. Aber ich bin der OG, ich entscheide sie. Ja. Bisschen, du warst mich fertig, Alter. Aber alle haben mit Sprache recht, aber ich habe immer mehr. Ich bin der Oberhaupt, dann. Denk dann, du bist der OG, du musst jetzt mit so einem Sango und Macaroni quatschen, ne? Was soll ich nochmal sagen? Na, irgendwas mit dem Apatschob, das stimmt und so. Ach ja, das ist gut. Wir haben uns letztes Mal ein richtig gutes Angebot gemacht. Mit dem Cannabis. Ein Gramm für 10 Dollar. Ja, wir sind dabei. Okay, wenn du das entscheidest, okay. Aber denk dann, dann müssen wir anpflanzen, ne? Ja, dann brauchen wir noch ein Gärtner. Dann machen wir eine Riesenfarme. Ja, dann machen wir so eine 200 Pflanzenfarme, okay? Könnte, das ist eine gute Idee. Soll ich mal einen Wienenden nach Gärtnern suchen? Nee, mach das nicht. Bin so, wir suchen so, Leute. Okay. Dann brauchen wir echt viel Wasser, ne? Du musst jetzt wie in den OG aussteigen, okay? Guten Abend, wir sind da. Süße. So. So ist richtig. Verneigt euch erst mal. Nee, nee. Also. Wir haben Business zu gern. Business. Business? Ich dachte, ihr macht den Walk of Shame. Wartet eine Sekunde. Ich habe noch... Das darf ich Wichser sagen? Na klar. Du bist der OG. Ja. Aber Pinsen, denkt an. Wir sind hier in einem fremden Turf. Richtig. Und du wolltest mit Don Sandro und Don Macaroni quatschen. Ohne Schießen, okay? Ja. Ja, nicht, dass sich wieder Leute im Gebüsch verstecken. Hier ist nämlich kein... Ohne Schießen. Wir haben nichts dabei, Guck. Kommt ein NPC auch hinter dem Maserati vor, oder wie ist das? Sag das nicht, da holen Leute rum. Warte mal. Wer ist das? Ist das eine Verstärkung? Gehen wir nicht. Das ist eine vielbefahrene Straße, siehst du doch. Ich habe mal eine Frage. Ich habe hier eine Monster-Gang im Schleppdau. Ja. Die ficken alles. Aber jetzt kommt es um die Würstchen, ne? Ähm. Der eine sagt... Ich lese euch das mal vor. Ich habe es vergessen. Das ist halt einfach ein Comedy-Gang-Effekt. Warte. Hast du gerade eine sexuelle Erregung während du Nachrichten? Nein, ich bin mit ihm gekifft. Ich bin völlig doof. Ach so, das habe ich jetzt... Wir waren gerade neue Produkte testen mit neuen Geschäftspartnern. Aber der Apache hat gesagt, bla bla, dann ist das passiert, dann wurden die eingepackt, Schießerei mit Margarin und bla bla. Ja. Und mein Leihband wurde verbokst von Stefano. Und der andere sagt, ey du, weißt du was, der Apache hat mich verraten. Wem kann ich jetzt vertrauen aus meiner eigenen Gang, Leute? Also, das wäre die Frage an uns. Ähm... Wer lügt? Apache oder Leihband? Also, ich habe gestern Apache, ja, Glieder gebrettert, sozusagen. Oh Gott! Und der komische, wie hieß der Kaiser, ne? Der wurde tatsächlich verprügelt von Stefano, wegen den Namen. War die Vorrunde. Okay, und wer... Aber hat der Apache den verraten? Den Leihband, den Kaiser? Ähm... Hat er die Nähe getrieben? Ein bisschen, ja, doch. Okay, dann wird ein disziplinarverfahren... Du musst dir was anbieten für die Information, das du musst machen. Dann soll ich dem anbieten? Na, du weißt, was du vorhin gesagt hast. Worauf du einsteigen wolltest. Leute, wir wollen Drogen. Für den 10er Kurs. Ihr wollt für den 10er Kurs einkaufen bei uns. Du hast damals zu uns gesagt, für 10 Dollar, die Drogen. Das ist so dumm, Alter. Die sind dabei zum Abkassieren. Ich glaube, du hast von Don Sangro das Angebot falsch verstanden, Alter. Boah, ich meine, du waren so schierig. Also, wir kaufen das ein, das ist EK-Pinsel. Das hat nichts mit einem Auto zu tun. Nein, Pinsel. Wir besorgen das und wir verkaufen das für 10 Dollar Programm hier. Ja. Weil die haben einen Großabnehmer. Das ist, glaube ich, schwierig. Und, genau, also die... Nein, das war das Angebot, das wollte ich sagen. Richtig. Also, die allererste Angelegenheit ist mal, ja. Egal, was ihr hier wollt, ihr kennt uns mal. Du kannst mich mal, du Penner. Du hast mich vor Gericht komplett versucht zu ficken. Nein, du wolltest die Finanzbehörden auf mein Konto jagen. Du läufst zum Angels of Death und erzählst darum, dass wir Wade Chamberl entführen wollen. Und du glaubst, dass wir mit dir irgendein Business machen. Und ihr habt das Feuer auf uns eröffnet. Warte mal, einer von euch ist zuerst mit Knarre ausgestiegen. Nein. Der Typ mit dem Holzbazen rein, natürlich. Nein. Doch. Aber es kann sein... Ja, wie soll man das... Egal. Es kann sein, dass ich geschielt hab. Ist auch scheißegal. Ist auch scheißegal. Wir wollten uns entschuldigen und würden gerne ins B-Size-Side schauen. Und ich hab überhaupt nichts vor Gericht gesagt. Ich hab nur Sachen angeschnitten. Dann hab ich da wohl auch geschielt vor Gericht. Und meine Ohren waren auch zugelegt. Meine Ohren haben meine Ohren geschielt, Alter. Ohren können nicht schielen. Und selbst wenn Don Sandro irgendwas passiert, denkst du wirklich, dass sie ermitteln? Das war eine absolute Freakshow. Das ist mir scheißegal. Du weißt, wie ich drauf bin. Mir geht's ums Prinzip. Hört mal. Wenn ihr beiden irgendwie in dieses scheiß Business einsteigen sollt, ja, wollt, dann dürfte Don Sandro erstmal ein Geschenk bringen. Und zwar zwei Kilo für umsonst. Zwei Kilo Cannabis. Ja, für umsonst. Und dann denke ich drüber nach, ob ihr wieder ins Geschäft einsteigen könnt. So sieht's nämlich aus. Bei zwei Kilo? Und wo kriegen wir das her? Ja, Pinsel. Und das ist jetzt das, wo ich auf deine Fleck vertraue. Ja, das könnt ihr auch bei uns kaufen. Das kostet 40.000. Ja, das könnt ihr machen. Das könnt ihr machen. Das entscheide ich nicht. Das entscheide ich, Pinsel. Ihr könnt es ja so machen. Ihr überschreibt uns die Maserati und dafür kriegt ihr zwei Kilo. Das ist ungefähr, das ist ein gutes Angebot. Ich habe 35 auf dem Konto. Vielleicht kriegen wir 5000 Rabot. Pinsel, du machst mich sprachlos. Du machst mich echt sprachlos. Aber ja, Don Sandro, du hast schon recht. Aber ich habe es für Wade getan. Ja, dann geh doch zur Welt hoch und mach mit dem Geschäfte, wenn du es für Wade getan hast. Ja, aber die können das halt nicht. Du hast dich ja anscheinend entschieden, aber du weißt ganz genau, dass Wade Schämpel eine absolut idiotische Person ist. Ja, weil er ist so glücklich. Ja, er ist glücklich. Aber brauchst du Leute, die glücklich sind als Geschäftspartner oder brauchst du Leute, die verdammt? Nein, da ging es ja nicht ums Geschäft. Wade hat nur einen Pinsel angerufen an dem Tag und hat geweint am Telefon und meinte, könnt ihr mir helfen? Komm, sind gerade so viele Leute dabei und blablabla. Ja, und dann habe ich im Gericht, da bin ich zu Macaroni noch hingegangen und habe gesagt, jo, soll ich für Sandro auch sagen, weil nämlich Woi was angeboten wurde. Und ich wollte auch ein kleines Stück vom Kuchen. Und dann diese ganzen Einrufe, ständig, diese sehr ekelhaften Aussagen gegenüber Individuen aus unserer Gruppe. Das hat Ingo auch gemacht. Sehr unangenehm, Gürtis, sehr unangenehm. Ingo hat den ganzen Abend geweint. Ich bin aber auch schwer enttäuscht von uns allen. Ja, ich auch. Ich bin von mir nicht enttäuscht. Ich bin hauptsächlich von dir enttäuscht, muss ich sagen. Du bist nicht von dir enttäuscht, dass alles kaputt gegangen ist? Die ganze Familie, alles, was wir aufgebaut haben? Aber bist du nicht enttäuscht? Die ganze Familie. Die ganze Familie. Ach, hör mal doch auf. Was war denn das? Diese Familie. Nichts war das. Oh, das tut weh. Ja, das tut weh. Es war ein Furz im Wind. Ich bin nicht hier, um irgendwelche emotionalen alten Geschichten wieder rauszuholen. Das ist die ganze Wahrheit. Entweder du willst hier Business machen, dann kannst du das, wenn du dich mit einem Sachgeschenk angemessen entschuldigst. Oder du willst das eben nicht. Dann verdiene ich mein Geld alleine weiter. Ähm, ich wollte ja ein Yoga. Ein Yoga kostet 4.000 Dollar neu vom Werk. Ja, aber der ist ja schon gebraucht. Der wird in Chile zusammen geackert. Das Ding. Den brauche ich wie ein Loch im Kopf. Da haben wir fünf Stück. Oder Macarena, was sagt das Lager? Ja, vier Stück in die Meike am Operat. Das mit dem Business so pinseln im Schein. Okay, wir sind dabei, oder? Wir brauchen Bedenkzeit, Leute. Und Pinsel. Gut, wie schon gesagt. Bringt mir zwei Kilogramm Marihuana. Und ich überlege, ob ich euch verzeihen kann. Okay. Pass auf. Anders das Angebot. Ich besorge dir zwei Kilo. Warte mal, Pinsel. Ich besorge zwei Kilo. Aber das hat nichts mit Pinseln seinem Business zu tun. Weil ich habe die Scheiße gebaut. Hm, glücklich, ja. Zwei Kilo sind, was genau? 2000 Klamm Pinsel. Ich bringe also für ihn in die Breche. Scheiße, gehörst du jetzt zu Pinsel oder nicht? Ja. Jetzt sagt er, das hat nichts mit Pinseln seinem Business zu tun. Das hat mit meinem Business zu tun. Wir sind ein Ding. Ich wollte gerade sagen, weil hier nicht gerade noch der große Talk von Family gehört ist. Bin sie jetzt Teil deiner neuen Family oder nicht? Ja, aber das hat ja was mit mir zu tun. Ja, okay. Wir können das so sehen. Ja, ich gehört, dass du hast Entscheidungen getroffen. Und ich möchte dir nichts Böses noch sagen. Aber ich würde sagen, du hast dumme Entscheidungen getroffen. Warum? Die waren für einen Moment lustig und du hast aber jetzt merkst du, scheiße, ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Mit den Entscheidungen. Warte mal, du denkst, ich komme her mit Pinsel, weil ich mir dachte, ich will Geschäfte mit durchmachen. Warte mal, disst ihr mich gerade alle? Ja, verdammt, Fachwichser. Ja, warum bist du denn hier? Dann komm doch mal darauf zu sprechen, was du sagen willst. Konkrete Aussagen. Was konkret willst du? Bisher tappeln wir noch ziemlich in den Dunkeln. Gänsel, du musst sagen, was du wolltest. Das wegen Apache. Wir wollten eigentlich nachfragen, ob wir Apache vertrauen können oder nicht. Nein. Nein. Apache schafft es, wenn er die Pistole vor der Nase hat, nicht das zu machen, was man ihm sagt. Apache schafft es, aus einem fahrenden Auto zu rollen, mitgezogene Waffe und sich dann noch zu wehren. Das ist ein echter Action-Head. Da würde ich wirklich aufpassen. Ja, da muss man ganz draufhören. Und was sagt ihr über Leiband? Man sagt nicht im Sonnst, Apache, der Gangster, der ab und an das Tanzband schwingt. Okay. Ja, dann ist die Bina-Verfahren, dem ist man wechseln. Nur deswegen wollte Pinsel her, nicht wegen dem Business. Das Business wurde jetzt nur angesprochen. Na ja, cool, aber dann haben wir ja alles geklärt. Apache ist ein richtiger... Wir denken drüber nach. Und dann kommen wir wieder, okay? Mit zwei Kilo wandern. Aber ohne Bistole. Nur zu quatschen. Das entscheiden immer noch wir. Na ja, grüße. Weil es ist unser Törf, unsere Hut. Die können dann jetzt fahren. Nein, wir müssen fahren. Wir fahren jetzt. Wir fahren. Grüße. Wie viel sind 2000 Gramm? Das sind zwei Kilo. Sechs Hände voll. Korrekt. Und wie viel sind das denn, Blumen? Musst du den Jörg fangen, der ist der Anbauer hier. Jörg, wie viel sind zwei Kilo? Kürtis, du hast ja meine Nummer. Ruf mich einfach an, wenn wir genauer gefragt haben wollen. Hier ist gerade ein bisschen so wie durcheinandergequatsche. Aber ungefähr... Naja, zehn Pflanzen sind vier Kilo. Ne, doch, zehn Pflanzen sind... Ne, zehn... Zehn Pflanzen sind vier Kilo? Hundert Pflanzen sind vier Kilo. Alter, Leute, ich hab die fünfte Kasse gerade so... Hundert Pflanzen sind vier Kilo. Hundert Pflanzen sind vier Kilo. Das ist sogar mehr als vier Kilo. Hast du sogar noch was, was du für dich selber einschränkst? Da sind zwei Kilo und dreißig Pflanzen. Nein, fünf. Also ich würde sagen, 24,5 Pflanzen sind... Sie brauchen Gärtner. ...zwei jetzt. Bart. Grüße. Ihr seht mir nicht wie Marihuana-Produzenten aus. Ich bin ein heavy businessman mit diesem geilen Auto. Grüße. Das hat gut funktioniert. Das war gut. Ich fühle mich direkt besser. Ich lasse Pinsel einfach machen. Ich will denen gar nicht dazwischenreden. Das ist schon lustig. Pinsel hast du großartig gemacht. Danke. Ich habe alles vergeben. Jetzt ist die Frage, Pinsel. Ich muss anhalten. Ich brauche ein bisschen Ruhe immer beim Quatschen. Okay. Wir brauchen 2000 Blumen. Eigentlich nein. Das sind eigentlich unsere Feinde. Ja. Eigentlich sind das unsere Feinde. Wir haben nicht ohne Grund auf die geschossen. Aber jetzt hast du das erste Mal die Möglichkeit, wenn wir uns nicht übers Ohr hauen, Business zu machen. Weißt du, denn das ist der erste Schritt, wo die Leute dann nicht mehr sagen, yo, Pinsel der Cop, sondern Pinsel der Business Roster. Die zwei Kilo zu besorgen ist, glaube ich, kein Problem. Okay. Das ist kein Problem. Du entscheidest. Und ich sage noch was. Meine Meinung, selbst wenn der Patsche mit Knacker aus dem Fahrzeug springt, solche Leute brauchen wir ja. Wir brauchen Leute, die quatschen können und Leute, die auch machen können. Wie der Hang? Okay. Also eigentlich, die hören alle auf, das wollen wir sagen. Weil ich bin doch der Oggi dann. Ja, und solche Leute brauchst du. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Patsche und stellen denen zur Rede, was das soll. Ja, aber willst du das machen, die zwei Kilo? Willst du die rumbringen? Dann arbeiten wir für das Amigos-Kartei. Wo sind denn die? Na, da waren wir gerade Pinsel. Ach so. Dann sind wir aber untergeordnet, ne? Oh, das ist aber peinlich, oder? Naja, danach hast du halt die Option, ein Gramm Cannabis für 10 Dollar an dir abzugeben. Und wenn du mal, oh, was der gerade erzählt hat, warte, ich kann einen Taschenrechner holen. Aha. 100 Pflanzen sind 4 Kilo. Ja. Aha. So, 4 Kilo sind 4000 Gramm. Und wenn du das dann zum Beispiel mal 10 nimmst, dann würden wir mit 40.000 Dollar für 4 Kilo bei denen bekommen. Und 100 Pflanzen ist so eine mittigroße Plantage. 40.000 Dollar. Das wären 40.000. Das ist super viel. Mich wundert es gerade, dass ich einen Taschenrechner für gebraucht habe, dass da einfach Nullen dranhängen. Dann fahr lieber schnell zurück, bevor du das ein andern den Business klaut. Ne, das klaut uns keine. Andere Frage, was willst du machen? Pensel, man muss immer klein anfangen. Ich glaube auch, dass wir klein anfangen müssen. Und dann arbeiten wir uns hoch. Wir müssen erstmal stabilisiert unsere Loser da zusammenordnen. Na, wir brauchen erstmal ein bisschen Einkommen. Wir hatten letztens schon das Problem, Hank hat keine Knarre. Wir haben kein Lager, wir haben nichts. Wir haben kein Lager, wir haben keine Knarre. Wir haben eine Gang, die irgendwie voll die Pfosten sind. Ich war... Also, Pensel, willst du die 2 Kilo besorgen? Okay. Ich könnte Dr. Chunk fragen, oder wir machen das selber. Wie machen wir das denn? Na, das zeige ich dir. Ich kenne mich daraus. Okay. Aber ist ein bisschen Arbeit, ne? Ach. Warte, ich rufe mal Dr. Chunk an. Geht nicht dran. Wir holen uns das bei Dr. Chunk, wenn er es noch hat, auf Pump. Und dann geben wir Dr. Chunk das zurück, okay? Okay. Dann geben wir uns Business. So, du wolltest da Patsch anrufen? Aber du willst das auch machen? Ich will das auch machen. Dann orten wir uns unter und später fickt man die dann? Genau. Weil wir das übernehmen doch, oder? Die Wichser dann? Okay. Dann ruf du eine Patsch an. Und nur weil die sagen, wir können denen nicht vertrauen, heißt das nicht, dass wir denen nicht vertrauen können. Okay. Nein, ich lasse... Ich kann nicht immer dazwischen grätschen. Ich gepinsel ab und zu mal gute Party. Tipps und so und er soll das machen. Wie, du bist schon wieder im Wasser? Wo bist du? Wir wollen ja auch nicht das Serious-Thing in der Gang bestehen. Das soll ja auch ein bisschen Witz dabei sein. Ist Leibert schon wieder im Wasser? Ja, der Pinscher wird sich da schon reinfinden. Der wird schon merken, wo der weiterkommt und wo nicht. Aber das soll er selbst beentscheiden. Ja, das sage ich dir gleich. Du bist meine Erklärung schuldig. Du musst mir nur sagen, wo du bist. Ja? Oben? Oder bist du noch im Wasser? Okay, wir kommen zum Bier. Und welchen Bier im Casino? Das Feindgebiet, ne? Ja, da ist ein Gebiet. Da ist ein Event. Doch, du kannst uns das so zum geben. Aber warum genau? Weiß immer, sollten wir kurz warten? Auf wen? Wenn die beide im Wasser sind. Und dann? Ecks. Göttisch. Meinst du, die machen Sex im Wasser? Wo ist denn das hier? Weiß ich nicht. Wir müssen ja nur gucken, wo der Faduma einfach gucken. Ja, aber hier ist Feindgebiet. Ich habe meine Knarre dabei. Das? Verpiss dich. Schnauze, Wichser. Okay. Können Sie drücken sie? Kein Mann. Oh, Penser, hier bin ich nicht schön. Warum? Hier ist Feindgebiet. Dr. Gimli. Haben Sie schon die Ware? Ja, komm mit. Okay. Hallo, Dingeberg. Oh, die. Hallo. Und was geht hier ab? Oh, kleine Schlägerei oder sonst. Es ist wieder vorbei jetzt. Penzer. Ja. Wo war er? Der Dr. Gimli ist auch ein cooler Typ. Der besorgt Schutzwesten. Von CNT. Für wen? Was haben CNT? Ich weiß nicht. Ich glaube, Dr. Gimli macht das nicht für jeden. Aber für mich, oder? Ich bin doch der Augie. Oh, Kai. Darf ich auch? Weg. Darf ich auch gucken? Ach, guck. Ach, das ist ein schöner Sonnenuntergang heute. Ja, was für ein schöner Sonnenuntergang. Hoffentlich geht es gerade keiner zufällig ein Ei aus dem Auto. Dankeschön, Dr. Gimli. Du hast denn? Naja, Apfel, das Eis. Genau, kein Problem. Lass dir das Eis schmecken, ne? Danke. Okay. Ja, pass doch egal auf. Du spielte mal. Ja. Kann ich auch ein Eis? Ja, vielleicht bekommst du auch ein Eis. Aber du musst ganz schön brav bleiben. Ja. Bei Dr. Gimli muss man sich das verdienen, Penzel. Weißt du noch, wo ich angeschossen wurde im Lost? Äh, ja. Halt dich eine Schutzweste an. Deshalb ist mir nichts passiert. Ich versuche noch ein paar zu organisieren, okay? Okay. Stehen da auch Bräschen drauf? Mhm. Nein, wir sind auch Seven, oder? Ja, aber das ist ja auch nur ein Tam-Deckmantel. Du kannst doch Patscheln nochmal auf mich, ich will da unten gern hin. Das hier ist Feindgebiet. Wir haben auf die geschossen. Ähm. Ey, hier ist zwei Dudeltauben. Komm mal rüber und wartet, bis wir Ende telefonieren können. Was? Hallo? Nein, der ist am Telefon, der meint nicht euch. Oh Gott. Live-Inrader? Ja? Ja? Das ist mein Bruder, du Idiot. Ja, wir brauchen Banner, Alter. Was denkst du denn so? Ich habe zwei Events geplant. Ein Motocross-Event, da fährt man im Kreis mit Motocross-Maschinen. Auf eine Motocross-Schrecke. Nein, das Motocross-Event kommt von diesem Diabolo. Und das andere kommt von, und dann ist noch ein zweites Event, dafür brauche ich ein Feier, das ist ein Crash-Derby, wo man sich gegenseitig berumstern, mit Autos. Bei dem Crash-Derby macht es Taya nass. Da habe ich noch keinen Termin. Ja. Ja, alles klar. Ja, habe ich. Ja, kannst du, mein Lieber. Hier auf dem, hier auf dem Pia. Ja, aber wir können da nicht hinkommen, das ist Feindgebiet. Warum ist das Feindgebiet? Na, weil wir letztes Mal auf die geschossen haben mit Roy. Was wollten die überhaupt? Das wird sofort erskalieren. Wollt ihr wegen der Sache von gestern reden, oder was? Ja, Pinsel will irgendwas. Irgendwas hat der Kaiser noch geschrieben. Da soll ich dir erklären, die Situation. Nein, komm doch einfach her. Ja, komm doch einfach hier an den Rang. Wir sind am Pia, wir sind die Pferde bei dem Riesenholt. Ja, ich melde dich. Ich komme jetzt raus. Vielleicht weiß ich, wie du dich schon bescheidest. Ich kann es gleich. Riechst du eine Nachricht? Soll ich Nina mitbringen? Ja, kannst du machen. Okay, bis dann. Ja, okay. Bye. Ich glaube, der Patsch hat Angst, dass wir den abknallen. Ich? Der meint so, jo, soll ich das am Telefon erklären und so? Das Event ist krass. Da ruft live ein Raider an. Hörst du mir überhaupt zu? Wie schreibt man Raider? Oh, Pinsel, du bringst mich zu Verzäufel. Aber ich finde sie lustig. Ja, wir machen das. Wir quatschen mit dem, der braucht keine Angst haben. Der braucht keine Angst haben. Hey. Hey. Wie schreibt man Raider? Hey. Raider. V-A-D-E-R. In Raider. Gut, hab ich. Wo ist der Schmuck, hä? Er kommt davon mit dem rauen Sakko. Wir müssen gleich noch mit Roxy mit dem Business klären, ne? Okay, und Gwenzie. Mit Gwenzie müssen wir auch gehen. Ja, aber nochmal Gwenzie. Gwenzie ist einer von den Dunern. Okay. Und dann... Und dann versuchen wir da... Was ist... Hallo? Und dann versuchen wir das Ding zu klären, mit den zwei Kilo. Kann das sein, aber mein Mikrofon irgendwas nicht stimmt, Alter? Dann brauchen wir noch einen Gärtner. Nein, das machen wir. Oh nee, ich mach kein Blumenarbeiten. Ich brauch Pinsel. Ja, komm. Ja, jetzt müsste er aber wieder weg sein. Ich hatte gerade so einen Brummen, wenn ich geredet habe, Alter. Hat mich voll irritiert. Jetzt habe ich meine Kippe fallen lassen wegen dir. Ja, ich kann dir eine neue geben. Ja, wie geht's euch? Du Schaltwixer, ich pflück dich auseinander. Danke. Warum? Was habe ich denn da gehört? Ja, was hast denn du gehört? In meinem SML steht drin und du gesnitchert. Ja, wo denn? Du hast den Leiband verraten. Nee. Da weiß ich noch nicht mehr, was der meint. Da muss ich selber nochmal mit dem reden. Ja, Pinsel. Kann ich nur so viel sagen, dass Leiband und ich gestern als Geisel genommen wurden? Und Leiband musste sich dann prügeln mit dem Alfonso. Wurde komplett zusammengeschlagen. Ja, aber das aber wegen dem Namen. Das haben die ab vorgestern links auch gemacht. Ja, genau. Und danach kam Akarin nochmal an. Wollte mich einpacken. Und das endete dann darin, dass er auf mich geschossen hat, ich auf ihn geschossen. Und danach waren wir beide. Ja, dann musst du da an deiner Schusstechnik trainieren. Warum? Er sagt doch auch. Ja, aber wir sind halt ein Gewinnerteam. Kann es sein, dass du schießen willst? Wann halt mehr, was willst du machen? Ja, alle weg. So. Also Leiband hat geschrieben, Apache hat mich verraten, ich wurde zusammenscheinend von Stefano. Und danach ist halt einziges in Gefängnis gekommen. Ja, das sagen wir mal in einer anderen Situation, weil er auf Erfahndungssliste stand wegen irgendeiner Sache. Halt da! Warum? Weit! Keine Ahnung, warum er auf der Erfahndungssliste stand. Der ist im Knast gelandet, weil er auf Erfahndungssliste war. Was hier mir? Dann musste er eine Stunde in den Knast. Also warum er in den Knast gelandet ist, hat er nichts mit mir zu tun. Warum ist er auf Erfahndungssliste? Ich weiß nicht, warum, es hat mich auch gewundert. Pass auf, Apache, die Amigos haben uns angerufen. Und? Die wollen ein Business mit uns machen. Auf einmal. Ja, die wollten schon vorher ein Business mit uns machen, dann hat es geknallt. Die ist Praktikantin. Ja, ich meine die Rohnen, ich weiße, am Ende der Welt stehen. Lina, komm mal ran hier. Sag mal, denkst du, ich bin infiziert? Du hättest ihm immer so sicher als Anstand. Nee, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was Kai sagt. Warte, der Henk. Ey, Henk, wir haben einen Treffpunkt am Pier. Henk, Treffpunkt am Pier. Kaiser ist halt Kaiser, der übertreibt halt wieder. Wahrscheinlich. Komm mal zum Bier, Henk. Sonst muss ich jumpen, Alter. Los geht, Feuer, Feuer. Nein, komm zum Bier. Gib Gas, sonst musst du den Reifen latschießen. Pensel. Dann lass den Apache das dem Kaiser klären. Okay. Wir vertrauen da nicht auf andere Leute, was die sagen. Wen soll ich gesnitscht haben? Na, der Kaiser sagt, du hast ihn verraten. Er ist dem ersten Pinsel. Hä? Keine Ahnung. Ich kann euch die ganze Situation erklären, ja? Ja, selber. Kaiser und ich standen gestern am Whistler und wollten mit Johnny reden, ja? Also hab ich Johnny angerufen, hab mir was erzählt von bla bla bla, dass er da hinkommen soll. Ja, dann kam Johnny. Dann kam Johnny aber nicht alleine, sondern Johnny hat Stefano mitgebracht, dann Stella Alfonso, Mikey und die Schwester von Stefano Alfonso. Und die Truppe von den O'Neill's, ne? Also Macarena und Alexei und der andere da. Das sind doch alles Albuquerque. Und dann wollte Kaiser sich aber nicht prügeln. Und dann hat Macarena gesagt, okay, hier, ich nehm euch jetzt als Geisern an und jetzt prügelt ihr euch. Das ist die gesamte Geschichte. War das? Und warum Kaiser am Ende festgenommen wird, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, das hatte nichts mit der Situation da zu tun oder mit mir. Weil Kaiser steht aus irgendeinem Grund auf der Fahndungsliste oder Stand. Dann hat er bisschen Scheiße gebaut. Umgerechnet ne Stunde. Also er musste ne Stunde im Knast danach. Da können wir doch die... Ich kann doch... War das, Alter? Schon du fragen. Ja, du kannst ja fragen. Also wie gesagt, das hat aber nichts damit zu tun. Ja? Also Kaiser wurde da nicht verhaftet als Täter, sondern Fahndungsliste. Und warum, weiß ich nicht. Das wollten die mir natürlich nicht sagen. Ja, aber ich kann dann nachfragen. Warum sagt der Kaiser dann... Boah, der ist auch kein Scheiß, der ist aber ein Idiot. Weil Kaiser Kaiser ist. Deswegen lieben wir den so. Ja, ist ja auch nix Schlimmes. Die haben uns auf jeden Fall halt angeboten, ein Business zu machen. Ja. Was für ein Business? Wir bekommen für einen Gramm Cannabis 10 Dollar bei denen. Das ist eigentlich relativ viel. Hm. Das sind bei 4 Kilo so 100 Pflanzen. Ja, das soll ich aber jetzt anbauen oder was? Nö, nö. Wir gucken, wir überlegen noch. Ach so. Kann ja sein, dass die uns übers Ort ziehen wollen. Damit hab ich Erfahrung. Ansonsten müssen wir uns unterordnen. Und dann stechen wir aus der Schattenwelt raus. Ach so, was wichtig ist, ne. Die haben mich eingepackt. Macarena hat mich vorher angerufen, ne. Ich hab gefragt, bist du jetzt bei Curtis oder beim Audi? Hab ich gesagt, bei Curtis. Dann hat er mich eingepackt. Wieso? Baa! Na, du bist nicht bei mir. Du bist bei Pinsel. Ja, er hat gesagt, Curtis. Ja, der Pinsel muss sich deinen Lorbeeren nur verdienen, Alter. Das tut mir leid. Die haben dich nur eingepackt, weil wir den einen Tag davor gejumpt haben. Wieso haben die mich eingepackt? Weil wir den an diesem einen Tag, wo wir uns auf der Straße alle geprügelt haben oder die, haben wir den Macaroni gejumpt und zusammengeschlagen. Okay. Also, ist das geklärt, die Sache, oder was? Boah. Oder ist die nicht geklärt? Also, ne, die beste Frage ist... Naja, ist so halb geklärt. Die haben gesagt, wenn wir Business mit dem machen wollen und für die Scheiße, die alles passiert ist, sollen wir denen zeigen, dass wir wirklich Business machen wollen und denen zwei Kilo bringen. Ach so, ne, ich meine eher, ob die noch was von mir wollen oder nicht. Ich glaube nicht. Und die meinten, dass du irgendwie aus einem fahrenden Fahrzeug gejumpt bist und geschossen hast. Pinsel, mein Schatz, was willst du? Jo, Hank, was geht ab? Pinsel ist ein Wein. Ich hab dich zuletzt mit dem Bierhelm in den Augen geklärt. Ja, den hab ich wieder abgelegt. Ah, deswegen hab ich den Ekel erkannt. Aber der Hut ist fesch. Ja, danke. Hast du dir wohl wieder einen neuen gekauft? Ja, klar hab ich mir wieder einen neuen gekauft. Das sieht voll gut aus. Wie geht die hier schon wieder ab? Haben die gerade Eminem gehört? Ich glaube, das klang so. Komm, wir müssen den Pinsel trösten. Der holt schon wieder. Erstmal einheizen. Das ist weiter, okay, Chef. Ja, was soll ich machen, Pinsel? Ich kann nix dafür. Jo, Oki, was geht, Mann? Sok wie kann die? Jo, die kommst du mal auf das Ziel, Alter. Ja, hi, ich bin übrigens nicht verkörd. Ja. Warte mal, ruf den Macaroni jetzt an. Ja. Der muss sagen, dass mein Ding ist. Ja, okay. Und will ich nehmen, ja? Ja, das ist wichtig. Ich sag demnach gleich auch Nummer. Aber ich hab seine Nummer nicht. Hank, ich hab deine Nummer gar nicht. Mach dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, ich hab auch die Nummer von niemandem an. Ich glaube, der ist sauer. Oh. Ach, meine, Hank. Ja, das stimmt. Sonst hätt ich dich auch nicht anrufen können. Wir haben schwimmt dahinter. Du bist so eine Trödeltruppe, ne, Alter. Aber ich liebe es. Was? Wieso? Hank, kennst du dich mit Gras aus? Aber ich rauch grad Gras, Mann. Ja, aber kennst du dich mit den Ambers? Nee, aber die kann nicht vertraut damit machen, oder? Es kann sein, dass wir dick ins Business einsteigen. Aber wir müssen gucken, dass die Amigos uns nicht übers Ort ziehen. Weil dann müssen wir die ficken. Die Taxi-Taxi. Taxi-Taxi. Äh, die wollten wir doch nicht ficken, Mann. Können wir die so oder so ficken? Ja, aber jetzt müssen wir den Business von dir entscheiden. Naja, ihr müsst mitentscheiden. Aber was ist wichtiger? Dass wir erst mal ein bisschen Kohle machen? Da hängt dann nur eine Knarre rum. Halt, stopp. Du brauchst Geld. Ja, Nina rinnt auch ohne eine Knarre rum. Ja, wir brauchen ein bisschen Geld für weitere Autos und so. Und Knarre. Ich hab die Knarre jetzt. Ja, aber die wirst du verlieren. Dann die Kohle. Mies. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Kohle. Ist eine Oggi-Entscheidung. Ja, ist eine Oggi-Entscheidung. Sag ich auch. Ja, also ich finde, eure Ideen sind gut. Aber ich würde mich entscheiden. Wir brauchen Kohle, Leute. Ja, dann Oggi-Call. Ja, dann Oggi-Call. Definitiv. Klarer Oggi-Call, Mann. Also. Kohle machen. Nee, ich besaug die zwei Kilo, damit wir überhaupt ins Business reinkommen. Genau. Von der Connection. Das machen wir gleich eben kurz, Pinsel. Wir müssen ja so oder so nochmal nach Bennys fahren. Und dann Business und irgendwann. Dann versuche ich die zwei Kilo zu holen und dann gucken wir, dass wir das Business starten können. Dann könnten wir eigentlich heute Abend noch starten, wenn ihr Bock habt. Ja. Wir machen jetzt Business. Business, ja. Ihr könnt ja weiterhin noch chillen und so. Macarino ist sauer, ne? Warum? Vielleicht klingt er auch immer so. Sag scheiß auf den. Er ist eh nur die siebte Geige bei denen in seiner Organisation. Na, na dann. Da hat keiner von denen was zu sagen aus der Sandro. Das sind alles kleine Minimis nur. Ich kenne nur den Sandro. Das ist der einzige von denen, den ich nicht kenne. Wir machen Business mit denen, dann bauen wir uns auf und dann gucken wir, was passiert. Okay. Aber ich sage euch eine Sache. Wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, richtig groß, okay? Ja, klar. Ja, kein Problem, Mann. Wir können jetzt noch aussteigen. Riesenplantagen, Alter. Wollt ihr noch aussteigen? Richtig riesige. Oder seid ihr dabei und wollt ihr aussteigen? Ne, Mann, ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Jo, ich bin Hank und ich bin auch dabei. Sag unseren Schlachtruf. Oh, 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 Seven, Grape Seat. Nein, nix Grape Seat. Nein, nix Grape Seat, nur. Nur oh, Seven. Ah, okay. Oh, Seven, ging, ging, ging. Weil er hat uns verboten, Grape Seat zu benutzen. Ja, und das ging, ging das richtig. Und er hat sich so den Arsch dafür aufgerissen, hat er gesagt. Ja. Und wir dürfen noch nicht in Grape Seat wohnen. Wie, also nicht mehr im Crack House schlafen? Nein. Wir machen unser eigenes Crack House. Wir brauchen jetzt noch eine Bleibe für uns, wo wir unterkommen wollen. Ja, wo wollt ihr denn abhängen? Im Norden? Ja, wo wollen wir denn abhängen? Also ich hab schon mit dem Dings gekutscht, mit dem Tatooierer. Wie heißt der nun mal? Ja, der und Sandy. Ja, genau. Ja, dem hab ich mal Drogen verkauft. Der ist eigentlich ziemlich lässig. Mann, mit Popcorn. Und Popcorn meinte zu Mila und mir, wir sollen nach Sandy Shots kommen. Und direkt um die Ecke bei Popcorn ist so eine Bar. Also so ein großes Haus, da können wir chillen. Okay. Das klingt doch nice. Wir können uns das ja mal angucken gehen. Ja, aber Punche, kannst du gut Auto fahren? Nee. Nee? Nein, und Leiband auch nicht. Äh, geht. Ist ausbaufähig. Okay. Okay, also der Einzige, der Auto fahren kann, sind Curtis und ich. Bei Lisa muss ich überhaupt nicht nachfragen, ich kann nicht mal schwimmen. Äh, ich meld mich gleich. Na, boah, ich hasse das, ne? Scheiße. Ja, willst du ein Paar aufs Maul? Aufs Maul? Aufs Maul, oder was? Ich weiß, wie ich fahre. Geh weiter, du Wichser! Okay, chillt ihr dann noch hier? Äh, nee, wir müssen gleich auch nochmal los. Okay. Wo geht Tank mit? Weil wir müssten kurz an der Kamera gehen. Wir haben nur einen Zweisitzer. Ja, da hin. Aber Hank hat doch sein Moped bei. Wollt ihr die Hank mitnehmen? Geht ja nicht. Na, ihr fahr mit seinem Moped nach. Ja, ich fahr euch hinterher. Ja, von mir aus. Wir klären das mit dem Drogen. Oder melden wir uns dann nochmal? Nee, 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 das klären wir zusammen. Das klären wir zusammen, nämlich. Wir klären wir zusammen. Nur das mit Roxy jetzt noch klären. Ach so, wenn die Karte. Weil das hat nichts mit der Gang zu tun. Nee, das ist wegen Auto. Was haben wir denn? Das war's wegen der Karre. Okay, dann bis später, Jungs. Ja, bis später. Wir werden noch Self-Song rausbringen. Boah, das können wir eigentlich auch machen. Wenn ihr Bock habt. Ey, scheiße. Das ist eine gute Idee, oder? Ich bin sowieso Rapper. Und dem kann ich dann beibringen. Ja, das hab ich mir gedacht. Machen wir einen Song. Ja, und ich bin Apache. Dann müssen wir mit Paper quatschen. Der hat sein eigenes Label. Ja, dann müssen wir ihn fragen. Ja, da wolltest du eh einen Song mit mir machen. Was ist denn ein... Ja, Ding. Wenn ihr wollt, könnt ihr den mal versuchen zu erreichen. Oder die Brickse. Ja, die Bricksems, die Family, wie die heißen. Ja, ich ruf den mal an. Okay, let's go, Pinsel. Habt ihr die Nummer vom Brief? Ich habe die. Bis später, bis gleich. Na, die. Ja, ich glaube, ich. Okay, komm. Habt ihr die Nummer? Das ist immer so kacke, wenn wir wegfahren, wenn wir was anderes zu klein haben, und die lassen uns alleine. Wirkt uns nicht. Aber Pinsel, wir müssen wirklich darauf achten, dass sich jeder selbst beschäftigen kann, ne? Ja, ja. Also, ich kann mich selber beschäftigen. Meistens am Abend. Da macht er meistens Spaß, Curtis. So, Pinsel bauen wir auf. Jetzt bauen wir richtig auf. Aber ich habe irgendwann das Gefühl, dass Sand uns in den Tisch zieht. Nein, so. Aber der hat das angeboten, bevor wir... Wie, Fan? Wenn wir uns in den Tisch ziehen, dann ficken wir die. Okay. Ah, jetzt rufe ich kurz Jean-Luc an und frage mal... Okay. ...was links ist. Übrigens, Pinsel, ne? Warte. Warte. Verweil. Tschüss. Mann. Ist doch wieder traurig. Ich muss dir nur was sagen. Ja, ich will. Es kann sein, dass ich bei richtig wichtigen Sachen... Ja? Du kennst mich ja, Pinsel. Ich habe auch nur eine andere Seite, okay? Ja. Es kann sein, dass ich manchmal anders rede. Wie denn? Zeig mal. Ja, so dann. Wow. Du weißt, ich habe zwei Gesichter. Okay. Nicht, dass du dich schreckst. Könntest du das nochmal sagen? Nee. Einmal. N-n. Sag nochmal. Ja, so dann. Nee, ein Krabbe. Okay. Aber das war stark. Ich habe Gänder oder ein ganzes Krabbe. Boah, jetzt gucken, wo die blöde Roxy ist. Ich meine, gerade im Telefon schuft gleich zurück. I love you. Kann ich jetzt den Jean-Luc kurz fragen? Ach so, warum? Warum der links in der... Das ist das Auto. Guck mal, der hier vor mir. Der vor uns. Der weiß Schrode. Den musst du mal Probe fahren. Da draußen um mir? Ja. Willst du den mal Probe fahren? Ich lasse das machen. Oh Gott. Beruhigt euch. Der war schon so. Lernt parken, ihr Fachwechsel. Weißt du, Gönnis, was hast du gemacht? Das war der Wind. Das himmlische Kind. Ich habe die Kran nicht berührt, man. Ja, ist gut. Was war denn das? Das war der große Spoiler. Spoiler. Wo ist denn dein Auto? Dann rufst du den Jean-Luc an. Boah. Dahinten der Weiche? Was denn? Denn dahinten der Auto? Nein, das Italien. Ich geh kurz pinkeln, okay? Okay. Dann rufst du Jean-Luc an. Okay. Und behalte nach, du bist reich. Du bist voll auf Klo, Alter. Hast du Hilfe? Ganz kurz auf Karchat. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dankeschön übrigens für deinen Prime Sub und herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist noch da. Und Mike, Dankeschön für den Prime Sub am 11. Und Conan live. Dankeschön für den WeSup am 29. Hihihihi. Ja, ihr seid immer ruhig. Hallo, Ernie. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, Bobby Banks. Oh, so viele Autos hier. Das sind ja schon wieder da hinten. Bei mir ist aber alles gut. Wir sind im Aufbau mit Pinsel seiner O7-Gang. Wo ist der schon wieder hingerannt? Pensal! Wo ist der? Maxi? Pensal! Entschuldigung, feuchst du die Tür auf. Ein bisschen vielleicht präzisieren, was du gerade meintest. Bin hier! Bin hier draußen! Pensal, wo bist du? Pensal! Spann nicht mal! Komm, ich bin hier! Oh! Am Wasserspender! Ach! Wo soll ich Schnauze über den Boden machen? Roxia, nicht da rein, Pinsel! Hat er uns gerufen? Bitte? Nicht, komm raus! Okay, wir sind gleich fertig. Nein, Pinsel, wir haben nichts. Komm raus, ja! Okay, aber könnte sich weiter zu Eis! Ja, das können wir gleich, komm! Wir haben fünf Minuten noch. Wir haben ein Geschäftsumgespräch hier. Das ist jetzt aus wie du. Ja, das ist mein Bruder. Heißt der Eis? Ja, und ich heiß Cream. Du nimmst dir auch jedes Recht raus, ne? Ja, ich hab dich gesucht. Aber ich war doch pinkeln. Und dann dachte ich, du warst da drin. Ich war doch pinkeln. Junduk hat mich weggedrückt, der ist sauer jetzt. Halt, schuf den an. Wehe, der geht bei dir ran. Klingelt. Wir dürfen hier mal kurz. Grüße! Warum drückst du den Pinsel weg? Die Straße braucht dich. Der hat mich eben auch weggedrückt und ich dachte, du bist eine Geisel oder Verhandlung? Nee, nee, Verhandlungsführung. Schon wieder eine Geiselnahme, Alter. Ja, ist eigentlich schon eine Weile her. Ist auch wieder erfrischend, jetzt nach ein paar Tagen Ruhe. Na, gestern war doch eine. Hat Macaroni gezählt. Oh, ich war die letzten zwei Tage nicht da. Sollen wir da hinkommen und einfach reinpushen? Die sind schon kurz davor, einfach reinzupushen. Wo ist das denn? Beim Juwelier, aber bitte nicht jetzt einfach reinpushen. Nee, nee, machen wir nicht. Ich meine, wegen Medien muss ich jetzt ja sagen. Aber dürfen wir Gaffen? Bitte, Gaffen, klar. Okay, dann bist du reich. Wird wahrscheinlich da Zugriff geben. Okay, gleich schnell. Pinsel, schnell zum Möbelier. Warum, ich habe dein Auto gesehen. Ja, das steht voll in der Ecke. Schnell, wir können Gaffen, das ist ein Geiselnamen im Juwelier. Hast du denn schon gefahren? Na, Caro. Muss noch ein bisschen in der Motor gearbeitet werden. Deshalb wollen wir ja nachher quatschen. Komm, wir gehen Gaffen, Affen. Pinsel. Ich bin drin. So. Schon wieder gechillt. Du alte, kleine, süße, viele Bär. Schon wieder eine Geisennahme. Ich habe mal eine Frage. Frage. Ich habe eine Frage im Radio heute Morgen gehört. Okay. Und du musst jetzt raten. Okay. Was du denkst. Sieben. Ist es, ist es Pflicht, wenn du einkaufen gehst, ja? Ja. Ich glaube, du gehst einkaufen. Ist es Pflicht, hinter deinem Einkauf einen Warentrenner zu legen oder nicht? Nee, ist kein Pflicht. Denkst du, du wirst es nicht glauben, denk dran, in welchem Land Übertragung. Ja, in welchem Land denn? Da, wo die, da wo die ganzen Polizisten herkommen. Ja, dann ja. Denkst du, ist es Pflicht? Oder nicht? Dann stimmt. Oder denkst du, es gehört sich nur so? Oh Gott, warum bin ich hergekommen? Was ist denn hier? Äh, ich glaube, der ZDR da und der, ich glaube, der kostet 180.000 oder so. Aber ist auch wieder ein Ziel, ne? Wenn mein Vordermann den Warentrenner hinmacht, mache ich noch einen dazu, weil ich ihm nicht traue. Die neitet vielen lieben Dank für den Primes ab dem 34. Ja, aber ist das Pflicht oder ist das nicht Pflicht, Chad? Wisst ihr das? Ich glaube, in Deutschland schon. Naja, obwohl, nee, ich glaube nicht. Das ist einfach so eine Etikette, das macht man einfach so. Einfach für die Hilfe, für den Kassierer. Oder? Ob man einen Warentrenner zwischen den Einkäufen legen muss oder nicht. Obwohl, Deutschland ist immer so eine Sache. Ich denke nicht, wenn die Alter in der Kasse sein Zeug bei dir mit drauf macht, bist du halt selbst schuld oder nicht. Ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass das Pflicht ist, aber macht das trotzdem. Ey, ich hoffe so sehr, dass das DBX nicht Schrott geht, ne? Ehrlich, Alter. Was war das gerade mit dem Sound? Das macht mich ein bisschen, das beunruhigt mich ein bisschen. Sehr schön. Naja, ich hab nix zu drum gespielt Hast du eigentlich ein Schlüssel für das Auto? Nein Willst du einen haben? Dann hätt ich's ausgemacht Also, der Glück meint Also, ich glaub nicht Ich glaub nicht, dass das Pflicht ist Das ist richtig Ja, das ist nicht Pflicht Aber man könnte denken, es wäre Pflicht Ja Der Jean-Luc meinte jetzt gleich Zugriff Die knallen die gleich ab Wir müssen nicht auf Roxy warten Bevor wir weitermachen können Okay Kann ich für den Notfall einen Schlüssel behalten? Für die Karo? Ich guck, ob ich nur einen zweiten dabei hab Wenn nicht, dann machen wir irgendwann nach Nur für den Notfall Aber ich hab nur einen hier Okay Aber Mila müssen wir einen nachmachen Mila hat auch einen Okay, dann Was, der Jean-Luc Komm, wir gucken hierzu, Kai Hast du Ferngas dabei? Ja, immer Arbeit, Arbeit, Arbeit Ich weiß noch nicht, wo ich mein Zinn gepackt hab Du rauch Ja, ich war polizist, ich hab viel geklaut Ach, ich hab meins gefunden Ach, hier, ja, ich auch Ich hab's in genau denselben Taschen wie du Dann würde ich gleich sagen, fahren wir mit Roxy und rufen den Attacker an Fragen, ob er Zeit hat Und ich hoffe, dass er Zeit hat Dann quatschen mit dem Und dann müssen wir mit den Tunern nochmal quatschen Das sind deine Kollegen Ja, mit Gwen, die kann man quatschen Und du musst den Penumbra mal testen Zu fahren Der fährt sich echt geil Meinst du, gehen die gleich rein? Warum sind wir eigentlich keine Newsreporter geworden? Ich glaube, das macht auch Spaß, die Arbeit Ich hab mich schon aus dem Auto während der Fahrt springen sehen Nur für den besten Report Muss, bei Newsreporter denke ich an Wenn ich an uns denke, denke ich gleichzeitig An das Auto von Scooby-Doo, kennst du das? Ja, ja Wollt ihr dann alle mal rausspringen sofort? Ja, so ein Buntes und da springen wir rein Hallo, Boss, ich hoffe, geht's gut aus, ja Direkt mit dem Camerphone in der Hand oder wie das Ding heißt Ja, frag mal Los, jetzt push da rein Scheiß Telefon Hä, Mama, fern nicht aus Wo bist du? Na, wir sind kurz bei der Geiselnahme Gaffen Welche Geiselnahme? Ja, Jubiläer, bei dem Jubiläer wird überfallen Labe? Und John Glück meinte gerade, die gehen gleich da rein Und dann knallen die die ab Oh, oh Ja, dann mach das und meld dich danach Wir sind fertig Hast du vielleicht schon mit dem Tagger gequatscht heute? Was? Hast du schon mit Mr. Tagger gequatscht? Ja, wegen der Autos überstellen Aber bisher noch nicht mehr Naja, willst du den anrufen und fragen, ob er gleich Zeit hat? Äh, ja, ich muss eh Autos bestellen Ansonsten können wir auch dann zusammen da runterfahren Ja, ja, das würde ich dann sagen Dann sag ich einfach, ich will Autos bestellen Und dann können wir einfach kurz mit dem Klass schreien Und was war nochmal der Plan? Wegen der Software nachfragen, ne? Wegen der Software? Ich glaube, jemand hat am Zeltar 350 schon gearbeitet, ne? Ja, der fährt sich irgendwie ein bisschen besser Hm, ich glaube, ja Vielleicht mal, dass du Bobby und Tainats Oder Itami oder so Das kann sein, das weiß ich nicht Wir können ja Hilfe anbieten So ist es nicht Ja, ja, wir können Hilfe anbieten Fragen kostet nichts Genau Ähm Ja Achso, genau, wegen dem Parkplatz Wollten wir fragen Oder? Hm, ja Aber das Das kann ich dem auch anders verkaufen Ich habe nämlich das Ja, ja, das machst du Ich habe ein paar Geschäftsbeziehungen mit dem Okay, dann machst du das Wir fragen einfach wegen der Software Ja, ja, machen wir Okay Dann sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast Dann fahre ich bei dir mit dann oder so Alles klar Bis gleich Okay, dann bis gleich Blück M M Ist langweilig, ne? Ist das ein Undercover-Chef da? Ja Schrecklich, oder? Jetzt, ähm Ja, es geht jetzt gleich los, ne? Die wollen wohl fliehen Aber ich rette hier Ich spreche hier mit Keine Ahnung Aber es sind einige Leute Mach doch Nee, nee, nicht hier rein Nicht hier rein Die bekommen Ärgerpinsel Wir müssen gleich direkt zum DOJ Wir nehmen nur noch schnell die Verfolgungsjagd mit Naja, die kommen ja nicht hier weg Es gibt nur zwei Eingänge Hinkst du richtig mit MPs da rein? Nee, nee, nee Wir warten erstmal, ne? Wir haben jetzt die Geister Die kriegen jetzt eingeräumt zu fliegen Mal gucken, ob sie es hinkriegen Oder ob wir es hinkriegen, die zu schnappen Naja Ich denke, mit 20 Korbautos habt ihr eine kleine Chance Ja, ich denke so zwei, drei Prozent Denk dran, wir sind Söldner, ne? Wenn wir da was machen sollen, sag ich halt Ja, ich treffe den Hinterhalt von denen Was kostet ihr? Was kostet ihr? Schnell OG sag du Mindestens 2,50 Dollar Was ist denn das? Meite Also für die Aztekas, dass wir die fertig machen, haben wir eine Kette bekommen Also 5,5er mach ich verdammt viel Wie viele Geistern haben die? Nur eine, Amateure Einen nur? Die wussten, glaube ich, sowieso nicht mal, was sie machen Die haben die ganze Zeit auch mal neu besprochen Ich schmeiße mal Geld aus Oh, Dankeschön Ja? Bleibt, hoff nicht mal dran zu bleiben, wenn die weg waren, ne? Mehr will ich erstmal nicht Okay Bleiben wir dran? Wir müssen da gar nicht hinterher fahren Das kostet mich gleich ein paar Anrufe und dann weißt du, wer das war Ja, wir müssen die aber noch erwischen, während wir dran waren, weißt du? Ja, aber die kommen doch nicht hier weg Ja, natürlich nicht, nein Natürlich kommen die nicht hier weg Warte mal, soll ich die einfach aus dem Leben? Sie sind so gut organisiert Warte mal, ich darf pitten, oder? Ja, aber das machen wir nicht Ich habe keine richtigen Da haben wir halt hier versuchte, schwere Körperverletzungen oder sowas Könnte man dir halt unterstellen dann Aber ist da eine Gang Angelegenheit, weil ihr eine Gang seid Und dann wird es eh eingestellt, ne? Ja, aber Pinsen denkt dann, oh, Seven Snitchers get Snitchers und so, ne? Er hat mir Wie viel Geld hast du mir gegeben in dem Kubär? Also 5000? Keine, das ist für 5 Tage Für die Zukunft, ne? Ich lutsch Ich lutsch die Reise Was lutsch du? Ach so, sie reisen Ist auch klar Was auch sonst? Was auch sonst? Ich meine, ich habe eine Bimmelpumpe oder lutsch Dann willst du mir sehen Das mache ich für einen Fünfer Der gibt mir 5000 so viele Pimmelpumpe Kannst du gar nicht aufhören? Status zur Geiselübergabe? Da dranbleiben Ich lutsche 10-4 Die haben unten so einen ekligen 6x6 haben wir schon gesehen Das wird so ein Ding Das wird einmal querfühlt einen den Berg hoch 6x6? Ja, aber langsam Aber wenn die quer den Berg hoch fährt Ja, dann braucht ihr auch so ein Jeep Seid doch clever Was ist denn mit dem Walker? Ich habe gar kein Helikopter mit dem Himmel Ja, das ist deutlich weniger geworden Das hat Walker so veranlasst Und das denn? Ja, weil der auch oft unnötig draußen war Aber aktuell ist gut Wir versuchen gerade einen rauszubekommen Wir haben auch nicht so viele Piloten Jo, ich bin Pilot Ich bin jetzt auch Pilot beim Belk Haben wir jetzt Seid ihr auch Pilotensöldner? Na klar Ja Also wir sollten dann für alles nähen Nicht schlecht Oh, da muss ich den Walker mal ein bisschen mobben, ne? Sag ich, wie es ist Was für eine Flasche Der Rotor läuft an Es beginnt Es beginnt Es geht los Sollen wir ihn da herfahren? Wir schießen einfach dem Reifenblatt Pinsa, du kannst nicht einfach auf dich schießen, Bro Ich bin voll bei dir Ich bin echt voll bei dir, Bro Aber Pinsa, manchmal sind Dinge ein bisschen zu übertrieben Warum? Wenn es nach mir gehen würde, würde ich da jetzt reinpushen Und die einfach abknallen Ja, aber das ist doch völlig übertrieben Ich würde sagen, dann soll das von Pinsa übertrieben sein Das macht keinen Sinn Ich finde, das sind übertrieben Du, Heinz, die Gorschen da drin Das kriegst du einen auf den Mund, meine Kerl In der Zusammenarbeit mit der DOA Ein Austausch von 5000 Tacken Würde ich sagen Könnte ich mich da Hättest du mich mal berätet, auch zur Polizei zu kommen Dann wären wir jetzt beide in den DOA Oh, die fangen an wegzulaufen Wir sind schon mal Okay, okay Ja, viel Glück Komm, wir steigen die Karre Wir fahren mit und gucken Boah, Treibsand Aber du kennst sie doch, Pinsa Die heulen immer rum Wer? Na geil, sie nehmen mal die Korpsen Durch uns würden die den 10,99 starten, ne? Wir zahlen die Autorapparatur, wenn wir die Pitten Die von Münzen zwei Streifen auch mal abnüssen werden Der hat 5000 Bescheid, wir können die Bitten Wir haben gleich nur Bitten Zieh mal ne Maske auf Pinsa Oder ne Maske? Ich weiß halt nicht, ob sich so ein 6x6 gut pitten lässt Der fährt einfach über uns drüber Wo steht denn da 6x6 drin oder da draußen? Ja, drüben Auf der anderen Straßenseite Die können doch auch Die können doch auch Haftbomben da rankieren Das ist überdrehen können Oh, die rennen da hin Schau mal, die maunen direkt so Das sind richtige Anfänge Guck dir das an Die werden fahren, die werden fahren Das ist doch kein 6x6 Gut entfernen hier Ja, ja Oh, ja, oh, fack dich Hab ich nicht gesehen Scheiße, hab nur Maske aufgehört Entschuldigung Ah, ihr Beifahrer, wie sieht's mit dem aus? Hänsel, nimm die Maske runter Krank Wir hätten euch geholfen Wir hätten den weggepettet Ja, wir wollten euch unterstützen Aber das sind die absolute Amateure Das ist überhaupt Wir sind kein Officer mehr Und? Wir sind aber, wir haben Zivilcourage Wir sind seltener Wir werden bezahlt für so Situationen Wir haben 5.000 Dollar dafür bekommen Wofür? Das will ich die wegpetten Von wem? Das sag ich ihnen nicht Von einem Polizeistreifendienstler Weil der dachte, die schaffen das nicht Der hat uns 5.000 gegeben Hast du die Reparatur in dem Auto mehr? Nee, das glaub ich nicht Ich hätte auf die Reifen geschossen Und wäre davon gefahren Dann hättet ihr den gestellt Oh, die Der Staatseigentum kaputt gemacht Direkt Sachbeschädigung Jawohl Du einfach kommst die nicht davon Ja, aber das war ja gar kein 6x6 Wo sind die jetzt hin? Wo ist Linti? Wer jetzt? Warum sitzt der Rechter ja am Klappstuhl? Ja, du guckst dich das Ganze an Also ich bin dafür, dass die Polizei viel Härte durchgreift bei sowas Einfach mit dem Knüppel in die Fresse Ja, die gibt jetzt Vollgas Die rammt erstmal ein bisschen in den Bus Das ist halt einfach die einzige Sondereinheit Die wir aktuell haben, nicht wahr? Das ist halt wahrscheinlich auch der Bus mit den Menschen Die das interessiert, wenn die da sind Ich glaube, die wollen auch mit dem Bus flüchten Ja, die sind in den Bus Was ist mit dem Bison, der schwarze? Ja, gutläufig ausgestiegen Was passiert denn hier? Was passiert hier schon mal da? Was machen die? Da hinten rennen wir weg Was passiert denn hier? Da ist der Patsche Warte mal, unser Team läuft Meinst du die Meinst du unser Team? Meinst du Patsche und Hängwarnas? Oh Gott Weißt du, was der Leinwand mir schreibt? Was denn? Mach dir keine Sorgen um mich, Pinsel Der Schmerz sitzt tief Aber ich werde mich dieser Finsternis In meinem Herzen alleine stellen Sie ist nun Teil von mir Meinst du, die haben eine Geiselnahme geschadet? Unsere Gang? Ich weiß nicht Könnte sein Also zutrauen würde ich denen das Leiband, wo bist du? Wie? Auf welche Streife bist du? Okay Warte Jetzt sagt nicht die wollen das Der läuft vom Prison zu Fuß Neben Highway in die Stadt Gerdes Warum ruft er sich kein Taxi? Ja Ruf dir doch ein Taxi Leiband Nein, der muss immer vieles nachdenken Ja, der soll das mit der Patsche mal klären Du musst halt mit der Patsche an und klären das Weil er hat mir mit anderes erzählt Du weißt nicht mal, warum du sagst, dass er dich verraten hat Hallo Dr. Chuck Hallo Gerdes Wie geht's Ihnen? Oh, ich bin entspannt Das freut mich Dr. Chuck Ja Wennst du und ich wollen ein Business starten, ja? Also Ja, wir müssen Wir sollten Also wir bräuchten zwei Kilo Marihuana Haben Sie sowas noch im Lager? Wie viel ist denn zwei Kilo? 2000 Gramm Nein, habe ich nicht Aber ich denke, du könntest Dinkelberg fragen Der ist ja Reden kann ich fragen? Dinkelberg Der war ja unser Gärtner Ich bin mir sicher, dass der noch was hat Denken Sie, ich kann da auf Pump was holen und ihm das zurückgeben? Ja, frage ihn oder kauf es ihm ab Ja, aber der wäre ja bestimmt einen stolzen Preis dafür Keine Ahnung Frage ihn einfach Dinkelberg lässt ja mit sich reden Okay, und hier ist übrigens beim Jubelier Hast du ja eine Geisennahme Vielleicht, wenn ihr gleich medizinische Dings benötigt Medizinische Dings? Ja Ich glaube, ich gehe jetzt in das Unicorn Was machen Sie denn da? Ja, Brüste Die Brüste Ist da heute eine Party? Ja Okay, vielleicht kommt Penso nicht später um vorbei Die haben aber heute ein bisschen Business noch Ja, die haben nicht mehr lange auf Scheiße Ja, okay Wir haben viel Spaß bei den Brüsten, Dr. Chuck Ich frage mal Dinkelberg Ja, mach das Dankeschön Oh Gott Penso nicht mehr so viel Aber Dinkelberg vielleicht Und der Dr. Chuck Der geht jetzt ins Unicorn Ich sag so, warum Weißt du, was Dr. Chuck sagt? Der tanzt Der tanzt Den hat mich total versaut Hallo Dinkelberg Das wird sie gar nicht sein Ich hab grad mit Dr. Chuck gequatscht, ne? Ja Und der hat mich an dich verwiesen Du hast nicht zufälligerweise zwei Kilo Marihuana rumfliegen? Äh, wofür? Penso und ich wollen ein bisschen starten Und damit das Wissen Ja, das kostet aber, ne? Was kostet das? 20.000 20.000? Ja, okay, ich guck mal Überleg's dir, weil das ist schon vorbestellt Das ist schon vorbestellt? Ja, das soll eigentlich an anderen Kunden gehen Aber bei dir würde ich dann vorziehen Okay, ich guck mal, was ich zusammenkratzen kann Alles klar Ja, bis dann Ja Scheiße, man Die machen Business damit Fuck, Pinsel, wir müssen selber pflanzen Ähm Ja, und jetzt? Jo, da müssen wir selber machen Müssen wir Wie? Ja, wie? Ich zeig dir, wie Wir besorgen Samen Töpfen, Erd und Dünger Ich hab davon geliegend Jo, und dann Und dann geben wir das Die Frage ist nur Oh Gott, Pinsel Wir müssen locker 100 Töpfe machen Was für Töpfe? Na Erde Erde in die Töpfe Samen rein Na dann los Wir holen Töpfe Das ist kein Problem Das Problem ist Wir brauchen eine gute Location Wo keiner unsere Plantage findet Ja Wir müssen in die Berge oder so Ja, dann lass uns in die Berge Nee, wir müssen jetzt erst mal zu Raxi Und dann machen wir Business Aber willst du alle an einem Ort Oder lieber verteilt? Ja, das müssen wir noch gucken Eins nach dem anderen Pinsel, okay? Okay Wir müssen die Berge Töpfe pflanzen Da kommt der Selbstkurs Nee, keiner gepflanzt Der frisst das Zeug Der weiß, was dann wert ist Ich wüsste vielleicht eine gute Location Aber das müssen wir organisieren für morgen Jo, Pinsel, wer will da gepackt werden Mit 100 Pflanzen, ne? Dann gehen wir richtig lange rein Wenn wir uns Lichter besorgen Weiße Lichter Neon-Dampflampen Dann können wir das auch im Untergrund machen Okay Ich wollte Raxi verkankt Das Telefonat ist mit Taka Oder der hat keinen Zeit Okay Dann können wir aber hochrechnen Eins noch mal an dem Pinsel Okay Ich wollte Dog dueln Wo ist die Roxy? Weg Die ist ein PD Ja, ihr habt sogar denselbe Tattoo Ja, der macht mich ja nach Oh, diese Frau, ne? Du machst mich nach Nee Klaus mein Style, bitch Klaus mein Style, bitch? Nee Doch Ich hatte ja zuerst Das stimmt nicht Oh, doch Nee Ja, die ist schon Da war die noch nicht mit dem Laden drin, du Idiot Alter, ihr habt sogar dieselben Gramotten an Wollte ich halt sagen Selbe, rosa, selbe Schuhe Auch den gleichen Ring, guck mal Guck den Ring an Das ist ein Familienerbstück Genau Wir sind nämlich bei Sliverwinn Ja, pss Das gibt's doch gar nicht Du Faker Nö Doch Nö Zurück, ich bin gleich fertig Zwei Minuten Dann kam es gleich Wie lange braucht die? Zwei Minuten Oh, das dauert so lang Können wir den Penumbra mal fahren? Ja, und die ist einer mit Gras von euch? Leider nicht Ja, we Es reicht, um feminin zu sein Gott Äh, für den Penumbra hab ich keinen Schlüssel Hast du noch einen von euch? Welchen Penumbra? Hier, der hier Für den hab ich Ihr könnt mit dem von Roxy fahren Ist mir egal Nein, wir wollen einen Den hier Den, den Den weißen Das ist derselbe Das ist derselbe, nur ein grün-lila Hä? Nein, wir wollen den Penumbra kasseln Das ist der doch Der hier Das ist derselbe wie da drüben Aber der ist schnabrioli Können wir den Verdeck hoch machen? Ich hab Angst vor Winter Ja man, fuck Winter Den soll ich testen, Pinsel? Ist der gut? Ja Das sieht aus wie das Mobil von Joka Danke, Eis, Eis Bänker Danke, Eis, Eis Ice cream Oh Gott Ja, pass mal auf Oh, der fährt sich gut Oh ja Der fährt sich richtig geil Was ist der schnell? Ja 2,70 Schafft er Ja, dann kaufst du die die Karte Oder für Aber Ich finde ihn Unfassbar geil Kostet 200.000 Und es ist halt schon wieder nur ein Zweisitzer Ich brauche auch mal Viersitzer Und weißt du, was du die machen kannst? Du kannst die Rücklichter anpassen Dass die immer unterschiedlich aussehen Die Rückleuchten Die Bremsbescheiben sozusagen Aber der ist geil, oder? Der Sound ist aber nicht schwach Gott Du musst echt nur auf Tacho achten Ja, wo 2,40 Ja Bei 2,60 habe ich gestern eine Hartbremsung gezogen Aus Angst Ja, aber wegen Bodenwellen Oder wo bist du gefahren? Ja, ich bin am alten Pini Die Brücke lang Richtung Maroua Ja, aber der Fernseher ist 220 Ohne Bodenwellen Ja, ja, das stimmt Aber trotzdem Ist schon geil, oder? Ja, wo? Aber der Sound ist halt leider ein bisschen kacke Joa, macht Spaß, die Karre Macht auf jeden Fall Spaß Und wenn du gerne mit Autos fährst Wo? Ist das hier ein Allrad? Ja Ist ein Allrad Wenn du mit dem Auto fährst Wo hinten? Hack and Reap Hack and Reap Dann hol Wenn du Bock auf Driften hast Hol dir einen Schakal Kein Witz Boah Ja, schon echt gut 200.000 kostet, ja? Ja Aber Oder Nee, warte mal Vielleicht war das auch Dein Auto War es 100 bis 110 Einer war 100 bis 110 Und einer war Bei 100.000 Ich weiß nicht mehr, welches Was war Ich habe gestern viele Autos in Hessen Bei Wemnen Bei Gwenzie Die geben mir alle mal Schlüsse für die Karre und sagen, teste, teste 260 Ja, Vorsicht Oh Gott Oh Gott Vorsicht, Curtis Oh Gott Ich habe es gesehen Da waren sieben Du Wichser Du Wichser Du Wichser Die Karre Die Karre fährt unfassbar gut Aber der Sound ist mir zu flach Oh Gott Ja Blub, blub, blub Jo, das ist ein richtiges Monster Hallo Cringe Ja, warum verkaufst du nicht den Elegy und kaufst du den? Also in der Karre sehe ich dich, Penzel Bin ich ganz ehrlich Ah, habe ich auch schon gedacht Ja, was ist denn das für ein Biest, Alter Das ist ein Matchbox-Auto Aber der Sound ist richtig wack, ne? Ja, Tatsache Aber wurde das schon am Motor was gemacht oder bekam der so aus Dings? Aus Tokio oder Europa Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen Ja, Roxy, was ist denn der Penoma für ein Matchbox-Auto, Alter? Welches, welchen Penoma? Nein, nein, ich bin den Gartess gefahren Der ist geil, ne? Das ist ja ein absolutes Biest Mhm Bist du bei Bennys? Ja, bin bei Eis mit Penzel Ich komme vorbei Okay, bis gleich Bis gleich Oh, das Und den gibt es doch mit Dach, ne? Mit Hargob Ja, da vorne Was kostet der? Ich glaube, der ist mit 200 Ja, 200 Ja, aber Penzel, du hast Du hast einen Elegy, den du verticken könntest? Es gibt sogar jetzt so ein Auto in der Kran ankauft Das ist der Hamula Bist du Du weißt ja Bist du schon den Draft da gefahren? Mhm Der ist ja eigentlich da vorne irgendwie Kann er mal den Draft da fahren? Ja Ist dann ein Draft da Kast im Breitband? Nee 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 Dann brauch ich den Breitband Der erste kommt jetzt, wir fahren jetzt gleich kurz Business machen Okay Ich weiß nicht, wo der erste könnte mit meinem kurzen Runde drehen Nee, lass später machen Okay Gargai Du weißt ja, wie mein Tourafter sich fährt Und jetzt nachher fährst du mal den Breitband-Tourafter Dann denkst du auch nur noch, ich will den Breitband-Tourafter fahren Das ist tatsächlich so Ist es wirklich so? Ja Nee, das ist mein Bruder Der macht mich nach Wo ist denn sie? Du machst mich nach, du Penner Du machst mich nach, du Penner Yo, shut the fuck up, bitch Oh, slap your ass Ähm Yo, we don't dance on this party, honey Wo ist Brauxy? Brauxy steht hier Hallo, entspann dich mal Raumfeld Besser? Hallo Hab ich doch Was kostet Apple-Nurmbrau, Axi? 200? Apple-Nurmbrau Von euch arbeitet niemand hier, oder? Doch Doch, das ist die Besitzerin Wir stehen zum Spaß hier Ich geh kacken, mein Spocker Bye, bye Ich arbeite hier, ja Cool Ich wollte eigentlich noch fragen Ob ich den Autoscharker anrufen kann Ja, den kannst du mitnehmen Bart, ich glaube, da kommen ganz komische Leute gerade drauf gefahren Ja, okay Einfach nicht auf Pinsel hören Ja, einfach nicht verwenden lassen Genau No, der Oracle Da kommen wir durch dich Ja, ja Okay, aber wenn du Taka anrufst, was sagst du dem? Ja, dass ich runterkomme wegen Auto bestellen Ja, und ob Dann kannst du fragen, ob der fünf Minuten Zeit hat Ja, klar, kann ich machen Ja, aber wenn da schon jemand irgendwie mit Chip-Dings am Arbeiten ist Ja, aber wir können ja dann trotzdem mit ihm Ich meine, der hat den Stand der 350 Ich habe bisher ganz okay eingestellt Oder war das Itami? Weiß ich nicht, Harnel was Ja Ich mag das nicht, wenn man so viel quatscht Taka Die Taka ist cool Ich habe nicht was los Oh, jetzt ist sein Handy besetzt Ja, der geht in meinen Autos Ja, ja, mach das mal Entschuldigung Boah, welcher war das? Welchen meinst du, Dodo? Ich habe, um ja nichts zu sehen, habe ich keine Ahnung, wie die ganze Kranung alle heißen Der hier? Boah Oh, weh, irgendwas, keine Ahnung Aber hier steht der Gelbe Der, das ist Weiß ich gerade nicht Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen Ich fahre auf jeden Fall den ZR Ich wollte dich melden Keine Ahnung Und das ist Der da Nur anders getunt Den werde ich holen Aber ich mache den viel, viel cooler Der Komet, den haben wir vorhin schon gezeigt Der ist auch richtig sexy, der hier Boah, sauber Ich bock auf Tuning, Dinger Der Taka ist immer noch besetzt Jo, schafft man, ne? Ja, ja Ich gehe mal ganz kurz auf Klo Ich gehe bei mich Nee, der Tuning von Daisy sieht echt nicht gut aus Pärnsaal Bin hier drinnen Hinter dir Vom Taka des Pändis nur besetzt Okay. Ich muss auf Glo eben. Jo. Dann brauchst du halb Stunde. Ja, aber es kann sein, dass wir dann schon voll losfahren, ne? Ja. Dann musst du mit deiner Karin nachkommen. Wenn wir wirklich Tuning-Szene gehen, dann kauf dir mal so ein Penumbra. Ich geb dir Geld dabei. Ich werd mir auf den Spahn. Aber du kannst auch den Eligy verkaufen. Wir können den Müller fragen, was es da gibt dafür. Was hat der neu gekostet? 70 oder so. Ja, dann bekommst du locker nur 55. Musst dich halt und schreien. Aber du hast ja eh die ganze Zeit gesagt, du willst im Viertorraum. Also musst du doch Geld haben. Ja, aber ich hab kein. 35.000 halt immer noch. Ich geh ja nie arbeiten. Ja, aber wie willst du? Und ich krieg nichts von der Stütze, weil ich nicht arbeiten geh. Soll ich dir was verraten? Ja? Dr. Chicken wollte mir letztes Mal Geld geben. Ich glaub, Dr. Chicken hat richtig viel Geld. Rente? Ich glaub, bei dem können wir uns was pumpen. 100.000. Lass uns einfach Schulden machen. Ja, okay. 100.000. Und dann besorgen wir den Rest für den Penumbra und dann hast du ne fette Karre. Also erstens, ich hätte Bock auf ein Penumbra. Zweitens, ich würde gerne, ähm, nachher müsst du mal den anderen, ähm, Draft da verändern. Merkst du mal, wie geil der ist im Vergleich zu meinem. Dann verkaufst du auch den LG und den Draft da. Ach, aber das ist mein Herz. Ja, aber was Neues ist auch noch cool. Ich geh lieber Schulden machen eigentlich. Dr. Chicken hat Kohle, der leitet bestimmt was. Okay. Ja, und ich rufe dann nachher, ähm, nee. Ach, küss mich. Ich hab mal Geld, was ich sagen wollte. Wir machen das schon. Wir gehen richtig dick in die Touring-Szene rein. Ah, Viersitzer. Sag mir einen geilen Viersitzer. Ja, da fällt mir nur Jugula ein. Ja, mir auch. Jugula oder Sülter? Das ist doch keine Schande, einen Jugula zu fahren. Außer du gehst den ganzen Tag Kops damit auf den Nerven. Dann ist es kacke. Ja, und das könnte theoretisch passieren, dass ich... Ja, vielleicht einmal, aber nicht den ganzen Tag in den Tag. Nein. Nein, ein Messer ist auch kacke, aber es kommt darauf an, wie du es benutzt. Ein Messer? Das ist jetzt ein Vergleich, Benze. Weißt du? Ja. Lieber mal ein Baseball-Shaker einmal auf die Fresse oder mit der Lampe, oder? Hm. Man hat immer keine Sorgen. Du triffst schon die richtige Entscheidung. Ich muss kacke. Boah. Was ist denn? Ist das eine Hasslatte? Nee. Oh. Boah, wo ist denn die Roxy jetzt schon? Die ist bestimmt auch kacken. Ich geht's kacken. Boah. Okay. Wo ist denn das Bottluch? Robert, für einen Chaos-Tag schon wieder heiter. Leg mich ja mal. Gute Nacht, Loco. Schlaf gut. Schön, dass du hier was. Da, Pinsel, hier. Hier kannst du rein, ja? Hier kannst du reinmachen. Da ist doch ein Eimer. Ah. Da ist doch ein Döffel da. Okay. Ich pass besser hin auf. Mal gucken, wo der Loris hängt. Warte, wo musst du kranken oder pinkeln? Du musst pissen, aber lange pissen. Ja, aber ist doch ruhig heute. Wir sind halt gerade darauf angewiesen, auf andere Leute, ob die Zeit haben und so. Dann können wir weitermachen. Okay. Also machen wir ein bisschen Stehpommes, ein bisschen Chat. Quatschen. Habt ihr denn auch Bock da drauf? So ein bisschen Tuning-Szene? Die Leute sind doch unfassbar korrekt, Alter. Aus Lille-Tokyo und so. Die wir da kennengelernt haben bisher. Ich hab das halt noch nie bespielt. Ich hab richtig Bock drauf, Alter. Müssen wir gucken, was der Tucker heute sagt, Alter. Vielleicht kriegen die auch die Software. Und ich quatsch sowieso mit dem wegen diesen Export-Sachen. Weil wir wollen ja mit dem RTW so ein paar Sachen, so Crime-Sachen, wollen wir so wie DAL halt durch die Stadt fahren und von A nach B bringen und so. Und da hab ich sogar mehrere Überlegungen. Da könnten wir den Gynnie noch mit reinziehen, der irgendwie so ein Auto abschleppt, wo Sachen drin sind. Wir hätten den Helikopter. Und wir haben halt die Tuning-Szene. Da können wir auch noch Leute mit reinziehen. So die besten Fahrer von Los Santos. Dass wir da so Tests machen mit denen, wie bei To Fast and Furious und so. Ja, Konflikt. Darauf kam ich halt wegen Pinseln, weil Pinsel halt auch gut fahren kann. Warum nicht die Stärken halt ausspielen? Ja, das stimmt, Pern. Das stimmt. Ich hab das noch nie bespielt. Ja, okay. Wir hatten so ein bisschen Tuning damals bei Bennys, aber... Diesmal halt richtig. Ich hoffe, dass ich da eine Anteilsbeteiligung links... Nennt man das so? Anteilsbeteiligung? Einfach meine scheiß Idee, Alter. Deshalb will ich auch mit dem Tacker kutschen. Wie heißt der Song da vor? Warte, ich guck. Dead Logs von Juice and Juice. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass der Pinsel im Album pinkelt, ne? Nee, nee, alles gut. Ich hoffe, dass Tange Zeit hat. Wir sind immer nicht immer voll auf Trab. Hi, äh, ich würde tatsächlich schon mal den ersten Drafter bestellen wollen. Äh... Aha, Freitbau. Alles klar. Ähm, hättest du dann auch noch fünf Minuten Zeit zusätzlich? Okay, gut. Ja, geil. Perfekt. Siehst du, der legt sofort auf. Die sind immer auf Trab. Was kostet denn eigentlich, der zahlt der 3,50? Ähm... Tadadadadadadabu. Ja, dann. Ach da. 120 an sich. Okay. Aber weil wir so gut befreundet sind, 75. Wie, du hast gesagt Schugge-Mama. Du brichst mir mein Herz. Und ich hab so viel Schmerz, hab so viel Schmerz. Was ist für dir? Ich arbeite das ab. Was soll ich denn mit... Warum gibst du mir ein ganzes Five-Pack-Slushies? Ja, warum nicht? Ich mag das nicht. Ich verpette dich bei Mila. Warum? Du willst mir 75.000 abnehmen. Hä, das ist IK. Willst du ein S2 Comet Cabrio? Ähm, nee. Scheiße. Ich hab zu viele Autos. Müller. Scheiße, Mann, wie hieß der? Aber war das nicht Milas Auto? Nein, das ist meiner. Wen suchst du denn? Wen brauchst du? Na, den Müller. Müller. Ich hab seine Nummer nur. Ja, warte, ich geb's dir dir. Du wolltest Schugge-Mama machen. 5, 7, 3 mal die 0, 5. Was, was, was? 5, 7, 3 mal die 0, 5. Ist das die Leitstelle? Nein, das war eine Privatnummer. Aber die hab ich gar nicht gehabt. Ja. Das Müller-Mama-Barratt. Hallo, Herr Molle. Hier ist Kördus. Hi. Na, wie ist es? Ja, alles bestens. Das freut mich. Ich war letztens bei ihm mit Roy, ne? Ja. Und da hab ich gesehen, dass sie auch Autos ankaufen. Ja. Da würde ich mich gerne mal informieren. Mhm. Weil ich hab nen S2 Cabrio. Einen Komet S2. Was würd ich dafür bekommen noch? Bei Ihnen? Ich könnte den jetzt auch privat so verticken, aber das ist mir zu stressig. Dafür dürfte ich ihn 100.000 Dollar geben. 100.000 bekomm ich dafür noch? Ja. Okay, das klingt gut. Hat der Kahn es mir ne Liste gegeben? Mehr darf ich nicht bezahlen. Das weiß ich ja. Das weiß ich ja. Ja gut, dann wird... Wie lange sind Sie heute noch in der Arbeit? Oh, ich wollte jetzt eigentlich ins Bett gehen. Na, wir können das doch morgen machen. Ist kein Problem. Ja. Alles klar. Ab 19 Uhr bin ich dann wach. Okay, dann gute Nacht, Herr Müller. Und danke. Ciao. Bye. Der hat immer gute Laune, ne? Ich krieg noch 100.000 dafür. Ja, das ist mega gut. Naja, 140 kostet neun, ne? Und der ist full team. Ja gut, dass du Verlust machst, war ja klar. Ja, das ist ja bei wenig jetzt immer so. Eben. Äh. Ja. Hallo? Ja, Chat, dann geh mal den Komet ab. Scheiß auf die Karre. Äh, ja, ja. Alles gut. Dann können wir den Tuna-Vormus. Wir gehen gegen die vorne, dass du Bescheid willst. Ja, wir machen Anzeige. Bei den Kuppas. Perfekt. Okay, dann bis später. Aber ich mach das morgen dann. Der hat telefoniert, der war in Palito. Der ist jetzt in einer Viertelstunde, hat er gesagt, bei unten am Hafen. Dann können wir hinkommen, dann hat er auch schon... Okay, Pinse pinkelt den noch. Wie lange pinkelt der dann? Willst du den ZR dann direkt bestellen? Weil ich geb dann morgen den Linksaub am Müller. Krieg schon eine Tausend. Ähm. Warte. Wenn du mir den für EK gibst, den ZR, dann zahle ich das Tuning. Das kostet ja auch, glaub ich, so 20.000, ne? Mhm. Also komplett. Mhm. Und dafür klär ich das noch mit dem Werkzeug. Ja, okay. Also da muss ich mit dem Tagger quatsch. Dann brauch ich 240.000, weil ich muss dir einen bestellen, ich muss Eis einbestellen, ich muss Kalito reinkaufen. Ja, aber willst du die jetzt schon rausgeben, auch wenn an den meisten Motoren noch nicht gearbeitet wurde? Äh, ja, müssen wir ja wohl. Die Kunden steigen uns sonst aufs Dach, weil Tayanaz hat die ja auch. Okay. Ich kann dir... Wenn du mir eine Rechnung aufstellst, kann ich dir 75.000 schon geben. Sicher? Ja, klar. Das ist mal das Geld von Paletti, was so Pinsani Wendis ist, aber ich ging, dass er morgen wieder durch den Komet. Und da ist das kein Problem. Ja, okay. Das war von Western Union. Ach, ja. Dann verticke ich morgen den Komet am Müller. Mhm. Dann hab ich das Geld wieder drin, aber brauch ich nur Geld für Klinik. Klinik kriegt ja sowieso Familienrabatt. Familienrabatt? Ja. Wie ist das das, 50%? Ja. Hab ich da Familie gehört? Ja. Ankarika-Kesoi. Aber du mega gehört zu meiner Familie, du nicht. Warum ich nicht? Du gemeinst du bist. Bin ich überhaupt nicht. Üb nicht. Bin ich doch nichts dafür, dass dein Bauch so rüberhängt. Jetzt geht das schon wieder los. Hast du dich aufgeschaut? Nein, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Ja, du bist auch schon ganz schön dick geworden. Na und? Das kommt vom Schokopudding. Schokopudding, guck mal. Nein. Mila mag das. Ja, aber ich... Wir machen nochmal so Warplay. Ich ziehe mir den Blaumann an. Und dann gehe ich in der Küche das Rohr reparieren. Und dann hab ich Bauarbeiterdekolleté. Und dann tut Mila immer mal 20 Dollar da rein. Und wenn die mir dann ein ganz großes Glas voll Eistee gibt, dann verschütte ich das immer über meinen Mund. Auf meine Brust und so. Das kann ich mir absolut uneerotisch vor. Warum das dann? Das ist voll erotisch. Das heißt ich nicht. Nein. Doch. Manchmal kann Mila und die Miete nicht zahlen. Dann muss die Anime mit mir gucken. Das ist Curtis. Das kann nicht erotisch sein. Hälte ich auch gar nichts zu dir. Das mach ich nur für meine Frau. Ja, das ist auch in Ordnung. Du hast Itami verlassen. Das verkauft ich nie. Nee, wir beide haben uns verlassen. Ja, ja. Und dann bist du mit einem Körper zusammen. Oh, ich hab richtig Bock auf dieses Tuning-Ding, ne? Doch. Wissen die anderen schon Bescheid? Auch wegen dem Platz? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht. Itami habe ich heute noch nicht gesehen, ob er schon mit denen gequatscht hat. Oh, ist Itami the Panner. Ich meine die Leute aus der Tokyo. Ja, ja. Das meinte ich ja. Weiß ich nicht, ob er mit denen schon gequatscht hat. Haben wir da jede Woche ein Night Ride? Äh, eigentlich sollte das jede Woche sein, aber irgendwie ist das sehr unregelmäßig, weil die Leute halt immer weniger werden. Versteht? Das riecht ja so super nach Spargel irgendwie. Oh, riecht das nach Spargel? Oh Gott. Oh Gott. Ja, der ist am Pinkeln. Oh Gott. Penselmann. Ich glaube, der hat jetzt irgendwas gegessen, was nicht gut ist für ihn. Der ist ganz schön gewachsen, ne? Oh, Kertis. Ja, was? Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ja, ich muss... Hallo, ich bin ein Doktor. Ich muss gucken, ob er sich identifiziert hat. Identifiziert oder infiziert? Pinsa, hast du Fruchtzwerge gegessen? Ja, den blauen, den grünen, den schwarzen habe ich voll. Den blauen schaffe ich nicht. In dem einmal riecht es voll nach Frikadelle. Das kann sein. Oh Gott. Pensel, du musst den einmal aufschütten gehen. Das ist eine Tuning-Werkstatt. Ja, aber die machen das schon. Die können damit lackieren. Ja, Schatz, oh mein Gott. Stimmt, Eiergelb ist der Wilder Mode. Ja. Also, der Tag hat es jetzt gleich zehn Minuten oder so. Eigentlich könnten wir schon runterfahren ganz langsam. Ja, ja, ich muss nur kurz das Geld umbuchen, dann können wir eigentlich... Kommt der Eis auch mal? Kannst du mal 100.000 leihen? Nee, Eis ist am Tunen, also wahrscheinlich eher weniger. Ich gehe schon das Geld umbuchen. Nee, leider nicht. Boah, sicker. Pensel, wir besorgen die Kohle. Mach nur Quatsch. Ruf doch schnell mal Dr. Chicken an. Okay. Sag Dr. Chicken, ob er dir 100.000... Ob er dir bohren kann, du bezahlst das doch zurück. Ich glaube, du kriegst eh noch Prämien, Weihnachtsprämien und so, wenn du nicht angestellt warst. Herr Dr. Händchen, ich werde gerne Weihnachtsprämie. Kannst du mir noch vielleicht 100.000 schenken? Na, mit der Weihnachtsprämie und den 100.000 könnte ich mir ein Autoschein kaufen. Ich mag's, du bist einfach direkt... Fick dich mit deinem Maisfeld Dr. Händchen? Kannst du mir Geld pumpen? 170.000. Nein, das ist zu viel, Pensel. Ein Penumbra. Keiner Leite, 170.000 Dollar. Kannst du mir die schenken? Please. Was sagt denn dein Kondo? 100... Ja, das passt, dann gib mir das. Wart nur 100.000, Brüder. Komm, Brüder. Wie heißen Sie? Ich hab doch Seed. Okay. Ja, dann... Kannst du was abspachteln? Ich wollte mir eine Karre pumpen. Sonst geben wir zwei Wiggeln. Okay, danke, Dr. Händchen. Ich geb's zurück, Walter, noch ein Jahr. Los. Cool. Und? Ich will meine Kontonummer. Siehst du, ich sag doch, Leite, das. Ja, Dr. Jack? Ich hab mir das schenken. Voll abgehoben, einfach, wirklich. Warte, ich ruf den an. Der Dr. Händchen. Kenn ich gar nicht. Ja, kann ich. Ich kümmer mich darum, dass du... dass der das zurückzahlt, okay? Okay, super. Sache, Leite, ja. Was leist du dem? Boah, weiß nicht. Ich musste mal schauen, weil ich musste... Naja, auch was, ein bisschen eine Rücklage haben, aber ich kann ihm ein bisschen was überweisen. Okay. Aber du kannst ihn auch mal aufs Feld schicken, ne? Nee, er hat die bearbeiten gehen, Brüder. Ja, so eine Arbeit. Aber wir haben so viel zu tun gerade. Alles gut, ich schick ihm was, ja, passt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, super. Dankeschön, bye-bye. Bis dann, ciao. Na ja, mal gucken, was der... Der meinte, schick dir was. Okay. Und du könntest dir bei der Mafia nur Schulden machen, Brüder. Aber das musst du zurückzahlen. Ja, das muss ich mir sein. Lass dich mit Pinseln... Du bist... Oh Gott, Alter. Ich hab grad... Pass auf, hör zu. Ja. Ich hab grad mit Herr Müller gequatscht. Der gibt mir für meinen S2 Cabrio Comet, hab ich 120 gezahlt, 100.000. Das heißt, wenn du den Elegy abgibst, bekommst du Loko Nummer 50.000. Das stimmt. Warte, ich kann schnell fragen noch. Eigentlich? So was jetzt... Warte, ich frag... Warte, ich frag... Warte, ich frag... Ja, ja, ich frag noch Herr Müller. Hi. Herr Müller, ich bin's nochmal, Carlos. Yo. Ich hab auch einen Kumpel, den Pinsel, der hat einen Elegy. Also den ganz normalen, diese Tuner-Karre. Was würd'n denn dafür bekommen? Das ist der normale Elegy. Die ist gepimpt. Und ich will mehr. 50.000. Okay, dankeschön. Ciao. Bye-bye. 50.000 kriegst du dafür noch. Das ist viel. Ne. Oh, haltemohl. Okay, komm, let's go. Ja, ja, let's go jetzt. Warte, Tag. Hey, mir, keine Sonntag, Montag. Das hab ich bisher immer freigenommen. Das ist doch Wucher. Wirklich. Was ist Wucher? Das ist kein Wucher. Das ist ein gutes Angebot. Das ist halt ein gutes Angebot, Pinsel. Hast du geparkt? Ganz hinten. Vielleicht, leider, Dr. Chicken, die Augen ne Tausend. Dann hättest du schon nur noch Firmesbuch. Wer ist Dr. Chicken? Na, Dr. Seed, unser Chef von Belka. Achso, der. So gemein. Das ist so gemein. Kann ich vorne sitzen, Pinsel? Nein. Ich bin der Oggi. Okay, Oggi. Der Chicken Mila wird ich nie verkaufen. Stell dir das mal vor. Du kaufst ein Auto. Du kaufst ein Auto für 100.000, lässt es pimpen, machst es schick. Und dann ist es nur noch 50.000 wert und fährt dafür schneller. Wenn du so weit eine Karte kaufst und damit vom Parkplatz runterfährst, ist die schon 30% weniger wert. Ja, ne, Betrug ist dann. Autos sind nur eine Geldanlage, wenn das Oldtimer sind. Wie viel kostet er, Oggi? Mittlerweile dürfte der knapp 60 kosten. Okay, das Ding ist ein guter Preis. Ja, ach Gott. 50 ist absolut guter Preis. Versuch ab 55 zu handeln. Ne, kann der nicht. Sein Chef, der Herr Karnas, gibt das vor. Boah, so ein getrüger Fall. Da gibt es kein Verhandlungsding. Boah. Ich wusste gar nicht, dass du Max Autos ankauft. Ja, wo? Der hat von Woll die ganzen Karten gekauft für fast 300.000. Ach, ich brauche auch mehr Autos. Ich habe nur einen Yoga. Aber die gehen auch wieder in den Verkauf, ne? Ich glaube das. Hm. Was ist denn? Was ist los denn, Sü? Ich habe ein Boot gekauft, das kann ich nicht verkaufen. Ich glaube nicht. Boah, Pinsel, kannst du dir vorstellen, du bist in den Pinungenrad drin? Ne, ne. Boah. Was ist denn mit dir? Bruchtiger, erlöscht den Durst. Bruchtiger. Darauf kommen wir das an. Na, ne. Ich weiß nicht, wo er steht, ne? Oder wo er ist. Ah, gut. Maybe auch hinten. Nein, wir können gucken. Ähm. Das letzte Mal waren wir irgendwo hier hinten gestanden. Irgendwo. Ist doch jemand links in der Überskunde. Bei der, bei der Garage oder so. Garage. Hier ist doch alles. Guck dich mal an, was die für Karren haben, Alter. Ah, ne, war ja gar nicht da. Was? Sorry. Mein Fehler. Nein, wir sind bestimmt noch nicht da. Ja, hier irgendwo. Waren wir das letzte Mal. Bei dem großen Schiff. Aber ist noch keine da, Roxel. Ja, ha, ist okay. Cool ist das bitte. Ihr sucket vor und rein. Und trinko-la. Boah. Winder uns. Abknallen, die Scheiße. Nicht für mich dabei, würde ich sagen. Wen wollten die anzeigen? Äh, Juri. Dieser Ex-Malik aus dem Baker? Der Box? Genau der. Wie du, warum? Hä, der hat Kalito angezeigt. Er hätte ihn bewusstlos geschlagen und hat uns Teile für das Tuning geklaut. Jo, dann sag doch den Ballers Bescheid. Wozu gibst du denn jede Woche Geld? Tue ich ja nicht. Achso, tust du nicht? Ja, dann kannst du ja auch Seven-Schutz gezahlen. Wir wollen 500 Dollar jede Woche. Ja. Mach ich gerne. Das ist gar kein Problem. Scheiße, hättest du auch bei 5000 eingefragen? 1000 hat er gesagt. Was? Teilst du auf 5000 die Woche? Monkey shoulder, danke schon für den Prime-Sub im 30. Äh, als ob ich nur von der Zeit Schutz bekomme. Und Chad, nehmt euch mal ein Kiengepäckchen. Es gibt doch nicht nur zwei. Wir haben Hank. Wir haben Hank, wir haben Apacho, wir haben Kaiser. Hank, Leiband, Pasche, Lisa. Welche braucht denn wirklich Schutz von euch? Nicht so wie von den Ballers? Wir sind da, wenn... Also wir würden diesen Juri einpacken, den zusammenschlagen. Oh ja. So was macht ihr? Seid ihr so gefährlich? Na klar. Wir haben auf die FC-Gast geschossen für den Piep. Dafür haben wir eine Kette bekommen. Guck da mal, wie ich aussehe. Schat mal pink an. Schat mal pink an, Alter. Geld ist da. Besser ist. Guck mal, Pinsang ist so frech. Wann hattest du denn pink an? Hä? Als schon ein Mann war, hä? Hä? Ach so. Oh, so Buche, der hat mir nur 60.000 überwiesen können. Das ist aber schweiz. 60.000, 60.000, Mann. Ach, echt. Das ist das gar nicht. Ich frage, ob er mir noch 5 überweisen kann, dann habe ich genau 100. Wie cool. Du spinnst ja wohl. Ja. Das ist ja unangbar, Alter. Freak, zehn lieben Dank für die Primes auf den dritten Monat. Dankeschön. Ein paar Eulen, shit. Ein paar Eulen, bitte. Ja, für was brauchst du denn so viel Geld? Na, da will sich Penuma kaufen. Welchen, den schnellen? Kau. Nee, den du hast. Ja, aber dafür doch keine 100.000. Warum trägst du eigentlich schwarze Air Force One? Na, wie? Hast du auf Stress aus? Das kann. Weißt schon, was das bedeutet, ne? Warte. Wenn du die trägst, dass du auf Stress aus bist. Wann bist du eigentlich im Fußballclub? Genau, warum machst du das? Machst du Stutzen dabei. Was sind Kniestrümpfe? Ja, wie? Und vor was schützen die vor Kälte? Und dann losst du bauchfrei rum? Ja, das macht gar kein Wunsch. Das werde die Frauen nie verstehen, ne? Ich auch nicht. Außerdem sind da Tiersch und Oberschenkelstutzen. Und dann trägst du auch noch die Boxerschnurz von Itami. Nein, das ist einfach so ein Knie. Und deine Kette ist so schwer, du hast ja schon einen Buckel. Hat einen Buckel? Du, weil deine Goldkette ist so schwer. Du hast sogar einen Arschgeweih. Das ist doch viel schlimmer. Das lasse ich mir dir nichts wegläsern. Wie, du hast wirklich eins? Ja. Ich wollte da gar nicht hingucken. Ein Cannabisblatt guckt da aus der Hose raus. Bist du sicher, dass das nicht Palmas Plastik sind? Nein. Warum hast du einen Arschgeweih? Was ist mit dir passiert? Das ist eine Rückenkombi. Wie Rückenkombi? Ja, eine Rückenkombi mit einem Teil, das weiter oben ist. Kombis, wenn du die Drogen auf Pumpe holst. Kannst du mir 50.000 leihen? Dann hätte ich das Geld zusammen von Penumbra. Hallo Henk, was geht ab? Pensel! Oh, ich habe eine Idee. Ich spare Geld von vier Sitzen, aber ich habe mich umschieden. Ich hole mir zwei Sitzen. Komm, es kommt wieder. Bitte. Don Sandro. Hier spricht Kardis. Grüße. Hier ist gerade was eingefallen. NPC Kardis. Ruhe, NPC Sandro. Mit seinen Goons. Ja, die Goons ist schon, finde ich, schon wieder angemessen. Ja, das nennen wir. Pass auf, ich habe eine andere Idee, was viel, viel cooler ist. Weil ich weiß ja auch, dass du ein Macher bist. Gehört es, ich höre da schon wieder nur Schmeicheleien. Nee, nee, pass auf. Das ist wirklich was. Und mit dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Hör mir zu, Bitch! Das ist wirklich was Cooles. Ich habe nämlich letztes Mal zwei Dinger bekommen. Und ich habe keine Verwendung dafür. Vielleicht hast du Verwendung dafür. Ich habe so Chipsätze zum Überbrücken von Autos. Was hältst du denn davon? Damit kann man Autos überbrücken. Ja, damit kannst du Dietrich und dann Cockpit überbrücken und die Karre klauen. Wenn du da die richtige Karre klaust, könntest du dem Besitzer ein Angebot machen, dass er sein Auto erst wieder bekommt gegen eine Zahlung. Davon würde ich dir zwei Stück geben. Ich habe nur zwei. Und die sind eine Menge wert. Anstatt die zwei Kilo Gras. Du kannst dann mal jede Karre klauen, die du willst. Das ist so ein Hacking-Device. Du promotest das gerade ganz schön. Ja. Ja. Das ist so ein Hacking-Device. Ja, ja, ja. Ich muss da drüber nachdenken. Fängt da drüber nach, Don Sandro. Grüße. Grüße. Stimmt, wir haben sechs Stück davon. Eigentlich können wir zwei Stück abgeben, Alter. Pinsel. Hä? Oh Gott. Jetzt sag mir bitte, dass du noch diese Hacking-Trips hast, die ich dir gegeben habe. Ach so, ja, stimmt. Ich wurde letztens... Nein, Pinsel. Ich wurde letztens angehalten und durchsucht. Pinsel, du hast die bei. Gib mir die. Die haben... Die haben... Pinsel, ich habe dir gerade Sandro... Ich habe gerade ein Deal mit Sandro gemacht. Du lügst mich an. Gib her. Ich schlag dich tot. Pinsel, weißt du, wie viel Wert die haben? Die anderen können wir verticken. Du kriegst locker 10.000 pro Stück. Gib her. Aber kein... Pinsel, gib mir die her. Okay. Oh Gott, wenn du die... Ich schlag dich zusammen. Dann bist du nicht mehr mein Oggi. Dann bist du mein Ernstfeind. Wie viel war das? Das waren sechs Stück. Oh, ich habe nur noch vier. Kannst du Tacker anrufen und sagen, wir sind da? Ich traue mich nicht. Ich habe den schon wieder anrufen heute. Moment, bitte. Ich muss den Bus knacken. Dann Pinsel. Dann gib mir die vier. Nein, hier. Oh Gott. Ich bin so am schwitzen, ne? Wie gemacht. Der kommt schon, Rux. Der kommt schon. Hines, ich wollte die... Wir müssen den ausprobieren. Oh, Pinsel, ich muss so tief atmen. Oh Gott. Warum? Hättest du die Dinger verloren? Ähm... Kein ist? Ja. Wir müssen die Dinger mal ausprobieren. Nein, Pinsel, wir verkaufen die. Aber ich will es doch auch mal ausprobieren. Wir behalten eins und das verkaufen wir, okay? Was denn? Wir können dir das anvertrauen, Rux, oder? Ja, ja, natürlich. Wir haben so Hacking-Devices, damit können wir Autos klauen. Oha. Mhm. Wir können jede Karre klauen. Kann dein Auto kurz schließen und dann wegfahren mit deinem Karre. Klauen und dann kriegst du nie Wilder, außer du zahlst uns Geld. Ja. Aber das machen wir nicht, weil wir sind Freunde. Ja, richtig. Will ich ja hoffen. Das können wir zu Geld machen. Juri ist gar nicht ganz so gerne klauen und verschwinden lassen. Eiche Karren? Die Karren von Juri. Was zahlst du dafür? Was zahlst du? Den Karren? Na, dann kann ich euch die Dinger auch geben und die können das selber machen. Ja, Eis oder so. Wie viel brauchst du denn? Kann ich damit nur ein Auto knacken? Oder brauche ich für jedes... Und wenn du da verkackst mit dem Code eingeben und so, dann löscht sich die... Löscht sich... Löscht... Löscht... Schmort durch. Es schmort durch dann. Weil das ist so... Ja, ja, so ein Sicherheitssystem, denkst du? Genau. Ich kann nicht löschen... Ich kann das nicht sagen. Löschen? Löscht, dann löscht, löscht. Löscht es... Alter, halt's mal. Alter, gehört das nicht. Nein, ich kann es halt nicht. Egal. Ich bin trotz und schwul. Ich hab das nur meins. Das löscht sich. Löscht. Oh Gott. Sprich mit CH. Löschen. Löschen. Nein, das ist das T, was ein Problem macht. Es löscht. Mit T. Löscht sich dann. Löscht sich dann. Löschen? Hört mal nicht mit D. Nein. Mit T, du Idiot. Alter, oh Gott, bin so... Was? Löschen schreibt man auch nicht mit T, Idioten. Nein. Nein, natürlich. Löschen, da ist überhaupt kein T oder D drin. Ja, bist du Gaga? Bist du mit Sugar? Ja, bist du Sugar? Wie schreibst du löschen? Löschen. Löschen? Pinsa, wie hast du es nicht Polizeidienst geschafft? Du verstehst mich. Ich hab Akten-Schreibverbote gehabt. Verstehst du dich überhaupt? Mann, wo ist denn der Attacker? Boah, du? Keine Ahnung. Ich muss übrigens gleich kurz mit dem alleine quatschen. Aber wenn du mich nicht übelnimmst. Ach, Mann. Pinsa, es dauert eine Minute oder so. Okay. Eine ganze oder eine halbe, ihr? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass auf Seven nur zwei Leuten steht. Ich glaub... Sie rufen mich aber die ganze Zeit an und fragen, wo wir sind. Warum holen wir die nicht mit? Ach so, ja, weil ich Versager sind. Wir brauchen Leute, die sich selbst beschäftigen können. Ich ruf den an und sag, beschäftigen Sie selber. Aber siehst du, dass man löscht? Ja gut, dann macht Sinn. Löscht. Hat. Ja, löscht. Löscht. Die ist genauso wie, ne? Fich. Fich. Löscht. Fich, fich. Löscht. Löscht mit D. Wo ist denn dein T in Löschen? Da ist kein T drin. Aber bei Löscht, bei Löscht ist ein T drin. Aber wer löscht? Worüber was unterhalten wir uns hier aufgerade? Ich hab gehört. Geiß das, geht doch um das Wort löschen. Hä? Nein, das... Nein, löscht. Lasset. Nee, lasset du. Komm, wir gehen. Ich zieh dir die Perücke, war die Birne. Ich zieh dir die Brille von der Nase. Macht nix, ich hab nur eine drunter. Ich schau mir selbst auf den Arsch. Das will ich sehen. Oh, Boit, oh, Boit. Ja, ja. Zeig mal. Nö. Warum nicht? Wünsch ich dann jetzt. Felix, vielen lieben Dank, weil du bist auf den sechsten Monat. Diskus. Wir lassen echt langsam auf sich warten, ne? Ja, sag ich doch. Ja, aber, fuck. Boah. Scheiße, Pense, wir müssen die Dinger irgendwo gut verstecken. Ja, wo? Wir brauchen eine Bleibe noch. Äh, du hast doch einen Juga. Dann nimm doch den und mach die Sachen da rein und pack das Ding. Ich tue das in vier Wochen. Ich sag, ich nehme einen Juga, Packe. Ja, und dann packe ich. Ich komme gleich mal da. Wir müssen uns echt mal ein Dings kaufen, Alter. Kann ich mit dem Typ reden? Ah, wir brauchen echt mal ein Lager. Ich glaub, das kostet aber auch 20.000. Mach ich das auf die altmodische Art, wie alle anderen das auch machen. Wir sind halt echt viel wert. Eigentlich ist das voll lame, ne? Aber es ist genauso lame, nachts über den Server zu rennen und die ganze Karren aufzubrechen. Von daher ist das so 50-50 liegen. Ja, passt gut auf meinen Karren, okay? Da ist nichts wertvolles drin, okay? Da ist nicht so viel, oder? Danke. Doch, das Haus hat ein Lager, aber es gibt Leute, die nachts über den Server rennen und alle Karren aufbrechen und überall in Häuser einbrechen und so. Wenn nur noch so eine Handvoll Cops im Dienst sind. Meistens brechen die sogar in Häuser an und hauen dann, gehen einmal rein und wieder raus, verstecken sich dann aber, bis die Cops weg sind und so. Kai. Puh. Hast du die Hände gewaschen? Nö. Voll eklig. Das ist überhaupt nicht eklig. Du hast den Lülle-Mann im Gefäß, du hast Pissen und wischst noch nicht mal deine Hände aus. Habe ich ja überhaupt nicht, ich mache Freihändchen mal. Mach mal Freihändchen, ja, würde ich schon sagen. Ja. Aber dann pisst du doch deine Hose an. Nein. So lang. Oh Gott, ich wollte jetzt, oh mein Gott, Pencil. Hä? Oh Gott. Was ist denn das eigentlich? Das habe ich in der Tasche. Kannst du das mal ausprobieren? Das ist eine Glaspeife. Warum probierst du die nicht selbst aus? Na, aber ich nehme keinen Drogen. Ich auch nicht. Weg damit. Oh. Wollt ihr einen Flaschi? Ich habe kein Feuer dafür. Wollt ihr einen Flaschi? Nee, danke. Habe ich aber schon eine Hand gedrückt. Ja, aber die habe ich dir doch gegeben. Oh nein. Scheiße. Der war auch echt ganz schön lange, ne? Aber ich traue mich auch nicht anzurufen. Ich habe sie da am Boden gelegt. Ja, hallo? Egal. Ja. Ich dachte, ach. Der Boden hat sie... weg. Die hat sich selbst aufgelöst. Dann war fake. Das war kein echtes Gas? Nee. War fake Gas? Das war Papiergas. Weggefunden. Ab nach Mordor. Seit wann ist hier so wenig los, Bepaletti? Schon immer. Seit Tagen. Machen... Kaufen die nicht mehr an? Weiß nicht, was die machen. Oh, da kommt eine Karre. Aber ich glaube nicht, dass der Attacker ist. Das ist... Das ist Ruby. Ruby! Wir haben dich an der Karre erkannt. Wer ist denn Ruby? Das ist Mr. Banks, du Junge. Das ist Ruby und weiß aber... Oh, die sieht auch schick aus, Mann. Tagsarm. Nee, die will es aber nicht fahren. Das ist eine Dreckskarre. Was? Dreckskarre, wie bitte? Okay. Mr. Banks, der fummelt eigentlich am Motor rum. Macht ihr das? Äh, nee. Nicht? Karre, das ist der Schakal, von dem ich gesprochen habe. Das ist der Schakal, ne? Was meinst du, weil die Idee hatte, sowas zu importieren? Du hast es mal angedeutet. Ja, ja, angedeutet. Ja, genau. Also, du hattest so einen Gedankengang, ne? Mir fällt nur ein Wort an, Mr. Banks. Umsatzbeteiligung. Umsatzbeteiligung. Auf jeden Fall. Darüber quatschen wir immer noch. Abend. Abend. Bisschen Lage. Bisschen Abend, Barry. Wartnöchen. Äh, willst du mich umarmen, oder was, Junge? Warte, jetzt, geh weg. Was ist mein Haftmier, du Spinner? Du kannst dich hier gleich verpissen. Hi, ja. Grüß dich. Geh weg. Hi, na du, wie geht's dir? Ich hab sie lieber. Wie bitte? Bisschen für dir. Auch, gut, danke. Was hast du gesagt, Junge? Ich hab sie sehr lieb. Ich hab sie doch auch, Mensch. War nicht so gemeint. Ich beruhig dich. Ist ja alles auf Augenhöhe. Darfst du eigentlich schon rauchen, Junge? Na klar. Nein, darfst du nicht. Auf Augenhöhe, sagt er. Wenn er wüsste, du. Dankeschön, der Herr. Ja. Schön, wenn du nicht auf Lunge rauchen, ne? Und zwei ZR-3. Da hab ich auch was für sie. ZR-350 und Drafter, ja? Ja, beide. Drafter einmal, den ZR zweimal. Ja, okay. Und du wolltest ein Ding jetzt haben. Genau. Reaper, du starrst mich jetzt zur Annemung. Du wolltest mir... Was ist vor sich? Ist das der Reaper-3? Puh. Ist das der, wo ich mit drauf bin? Das ist der Jakar. Das ist der Rosettenrotor. Ne, da bin ich nicht mit drauf. Meher. Ah, es ist der Meherkrank kommt dort. Schön, schön. Aber ich hab nur den ZR-350. Bestellt der Reaper, der Projektletter gemacht. Ich? Gebt die noch? Was? Welche meinst du jetzt? Ist die Frage. Oh, Scheiße, das klingt in die Buchse. Oh Gott, Pinsel. Nicht so gesund, ne? Hast du schon ein Gesicht gemeldet, Pinsel? Wie gehört denn die Bummskarre hier? Rocko. Wie gehört Rocko? Nein. Die ist geil, ne? Ich hab gefragt, wir haben die gehört. Ja, mir natürlich. Ja, was denn für ein Rocko? Was sollte das witzig sein? Was ist das? Nee, nee, nee. Ist das hier, was du meintest, ne? Mit den Autos? Ich? Ja, ich rede mit dir zu. Ja, ja. Ja, ja. Was los, redest du nicht mehr? Doch, doch. Ich wollte nur nicht dazwischen kratschen. 20, 20, 30. Ist dir doch sonst auch egal, oder? Ja, aber mittlerweile hab ich Anstand gelernt. Ach, was ist passiert, hä? Wie, du hast Anstand gelernt. Ja, viel Scheiße passiert in letzter Zeit schon mal da. Komm mal mit auf Seite, Junge. Alles geht drunter und drüber. Was ist passiert, Junge? Na, hier und ein bisschen da und da, sich die Wege getrennt. Hier, die einen drehen durch. 180. Und so weiter und so weiter. Ach, jetzt riecht ja wieder normal. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, sag mal, wer weiß, dass du zu normal redest? Pinsel, Mila. Oh, danke schön. Nicht viele. Ich weiß auch, warum du mich immer fortquatschst. Du bist ja nur die Kohle. Nö. Ich hab jetzt gar nicht danach gefragt. Eigentlich wollte ich da Roy auch noch verklickern, aber der ist momentan ein bisschen so sein eigenes Dinger machen. Deshalb hab ich auch letztens gesagt, dass das ein bisschen geheim bleiben soll. Oh, wir haben da niemanden, mit dem man drüber geredet. Nö, nö, das ist mir klar. Aber das ist halt nur der Grund gewesen. Alles auf Augenhöhe hier, Junge. Ja, hat doch funktioniert mit den Kaffern, ne? Ich hab gerade schon zu Banks gesagt, Umsatzbeteiligung seh ich mich. Ja, soweit wir jetzt nicht gehen, ne, aber so ein bisschen, ein bisschen, naja, immer ein nettes, nettes, äh, Schubserchen auf die Schulter kannst du machen. Schön, schön, meine Idee, Clown, schön. Schön, schön, schön. Ja, du, was meinst du, wie ich reich geworden bin? Meinst du, weil ich mir was eigenes ausgedacht hab, oder was? Ja, deshalb sag ich dir so, 10% würde ich nehmen. 10%? Ja, hast du ja gerade bekommen, die 10%. Weil das, was der Banks gerade bestellt hat und Roxy, das sind, oh Gott. Du, aber ein schönes Jäckchen hast du an, muss ich mir sagen. Dankeschön. Ja, Paletti, Paletti. Ja, weiß ich auch. Und gefällt dir, es hält dich auch schön warm, oder? Ja, ja, klar. Gänsefeder, ne? Ja, manche sagen ja Gänsefeder. Wir haben ja eine Dodo-Farm in Hamburg, ne? Die letzten Dodos haben wir da nochmal reproduziert. Und haben schön, äh, wie soll ich sagen, ne? Die Dinger sind nicht mehr ausgestorben. Aber jetzt töten wir sie für Jacken. Ganz kurz. Ja, das würd ich auch machen, ne? Wie bitte? Du kriegst dann die Papiere von dem ZR für irgendwas. Ja, warte mal, du hast gerade zwei Stück bestellt? Ich dachte, ich bekomm den Ersten. Ja, du kriegst ja auch den Ersten. Hinten zum Boot. Ja, hinten zum Boot gehören, ne? Und Dings. Okay. Jetzt mal die Oschuhe, Alter. Komm schon, Pensel. Komm schon, Pensel. Pensel, komm noch. Ja, okay. Oh Gott, Alter. Warte mal, können wir den heute nur fertig machen, Ruxi? Also, ja, dann ist der aber morgen und das ist fertig, ne? Ja. Oh, ich hab' alles verpasst. Chat, mein Charakter, das ist ne Fassade, wie auf Homestead damals. Warum waren wir eigentlich hier? Ja, wir müssen mal hin. Links, 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 links. Mein Charakter redet auch normal. Das ist hier nur so ne Art Versteckspiel. Wegen der Vergangenheit des Charakters. Jetzt hier links. Wani. Ich erklär' das gleich nochmal für die Leute, die wir wirklich nicht verstehen. Ich bin echt schwer enttäuscht, Ruxi. Warum? Ich dachte, ich fahr' den ersten, weil das mein Idee war. Den fährst du ja auch, den ersten. Ja, und wem geh halt andere? Achso, die drei sind's, ja, ne? Ja. Ähm, den zu einem Set R kannst du Kürzes überschreiben. Bitte, was? Mr. Tucker, das war meine Idee. Ich hab' dem Paletti grad schon gesagt, Umsatzbeteiligung. Ja, und weißt du, bei wem er dich wegen Umsatzbeteiligung, äh, melden kannst? Ja, beim Banks. Ja, und bei hier, Madame. Ja, hier, ja, eigentlich schon, ne, Ruxi? Also, ich verdiene am wenigsten an den Karren. Die kriegen, äh, die, äh, ich weiß nicht, was die da draufschlagt, aber wenn ich überlege, dass ich ein Penumbra für 45.000 verkaufe und die 150, dann kannst du, äh, 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 so, aber eigentlich ja nur für den Set R350-Umsatzbeteiligung, ne? Ja, eigentlich schon, aber, ja, ja, ja. Aber ich sag mal so, aus meiner Idee ist ja hier Business entstanden, ne? Hey, die Umsatzbeteiligung ist ja so, dass er die auf EK bekommt. Wow, eine Karre. Das finde ich gut, das finde ich gut. Dürfte ich den Penumbra für 45.000 kaufen? 145.000 Pinsel. Äh, ne, aber tatsächlich war das die Idee. Wir haben dann halt nur einen, äh, einen Händler gefunden, der uns eine andere angeboten hat. So, aber, äh. Und weißt du was, Mr. T, wir haben sogar noch bessere Ideen. Tatsächlich? Ja, wir wollen ein bisschen was für die Tuning-Szene machen, damit wir die Käufer der Karre noch ein bisschen anheizen. Ja, das ist doch gut. Wenn ihr da Bock habt, einzusteigen. Äh, hast du mir jetzt die Papiere gegeben? Das ist übrigens meine Idee gewesen. Ja, ja, aber für den Zweiten kriegt er, oder nicht? Ja, ja, klar. Dem bekomme ich. Ja, das geht an. Oh, dann kriegst du auch einmal. Meine Idee dann. Also ich meine, ich muss mich konzentrieren, guck mal, die ganzen Zahlen hier auf dem Tablet. Oh, mit mir am Sicken, du, mit mir am Sicken. So, was willst du haben? Ja, kann ich für den Space. Was willst du haben? Ich? Ja. Kauf mir einen Penumbra-Kasten. Du kaufst dir einen? Schön. Ja, ich brauch nur noch das Geld. Wie viel Geld hast du schon? Ja. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Bisschen. 145.000 Eker. Echt jetzt? Das haben sie gerade gesagt, Mr. T. Nee, 45 bei mir. Moment mal. Ja, ich verkaufe denen für 45 die Karre. Deswegen kannst du dich wegen Umsatzbeteiligung an die wenden. 1 für 52. Ja, ich habe gerade schon mit Banks gesprochen. Ja. Ja, klingt. Dann kannst du für euch einen für 45.000. Händler. Ist doch, ist das eine gemeine Frage? Nee, aber es gibt Händler dafür. Ja, ja, richtig. Ach, schön. Wir haben ja exklusiv. Welche Penumbra denn? Ein Custom? Der gibt 5. Den, den ich fahre, der ist schneller. Der kostet 45.000 Eker. Also ich kann dir einen Rechtslenker empfehlen. Der ist schön. Der ist ein Rechtslenker. Tayan hasst hat den Rechtslenker. Warten wir mal kurz. Wir wollten so oder so nur... Hier. Boxe, du wolltest noch was fragen. Oder ich frage. Oder sagen wir so. Wir haben uns gestern Nacht die Karre nochmal angeguckt. Ja. Ähm, wie soll man das sagen? Da fehlen so ein, zwei, drei Werkzeuge noch. Ich weiß nicht, ob man die aufzustellen kann. Teile meinst du? Bitte? Teile. Nee, die Teile sind da, aber die Werkzeuge nicht dafür. Dass man das anbringen kann. Wir haben die Möglichkeit nicht, die Lichter... Das wird auch nicht gehen, nein. Okay. Das ist so eine Ansichtssache immer. Ah, ja. Okay, okay. Ja, gut. Wobei, die passt doch alles. Aber bei dem Penumbra Custom gehen die Rücklichter. Ja, Pins, wir reden jetzt gerade vom ZR350. Also, ihr meint farbige Scheinwerfer und so, ne? Nee, 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 nee. Nee, nee, du kannst beim ZR350 kannst du die Scheinwerfer so... Beim Normalen. Mittelmäßig reinmachen, so weißt du, dass es müde aussieht. Nee, nee, bei dem Custom auch. Nee, nee, bei dem Breitbau. Ah, okay. Passen Sie auf, Mr. T. Es gibt verschiedenes Werkzeug. Ja. Um zum Beispiel am Trunk arbeiten zu können, am Koffer rum. Mhm. Ihr habt schon ähnliches, also Roxy und so, die haben schon ähnliches Werkzeug aus der gleichen Kategorie. Mhm. Das ist halt, am besten schreibe ich ihnen das per E-Mail, das ist super. Ja, das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, okay. Genau. Das ist, ähm... Ich bin ja fachfremd, weißt du? Ja, ja. Da kann ich das weiterleiten und so weiter, ja. Mhm. Mhm. So, und ich hab gerade mit Mr. Banks schon gequatscht, wegen dem... Ja. Wer arbeitet hier an den Motoren, wissen Sie das? Bei Mr. Banks meinte ich gerade, der meinte, mach das nicht. Nee, nee, da haben wir spezielle Leute für. Also, die sind schon gut optimiert, ne? Mhm. Ähm, genau, die sind nicht so von Werk, aber da brauchen wir halt eine Rückmeldung. Das hab ich aber, äh, Barry und, äh, die haben jetzt ja auch gesagt, äh... Ja, ja, also beim ZR ist es ein bisschen, ja, ich bin den jetzt nicht so gefahren, aber der Penumbra, den ich gestern gekauft habe, mhm, der könnte bessere Bremsen gebrauchen. Ja, das, da braucht man dann halt eine Liste, ne? Ja, ja, aber das kann ich dir fertig und dann... Ja, genau. Was halten Sie denn davon, ob ich jetzt nichts mit Bennys zu tun hab? Weil es gibt ja eine riesige Tuning-Szene, ne? Ja. Und da wollen Roxy und ich und Pinsy jetzt auch ein bisschen was für tun. Also so ein Standort, dass die nicht komplett immer versteckt irgendwo sind, sondern in der Öffentlichkeit auch. Ja. Dass auch interessante, also interessante Leute da vorbeikommen, die sich dann die Karten kaufen. Ja, dass wir so ein Freund das Interest haben oder sowas. Ja, genau. Wir wollten da vielleicht in der Westside so ein paar Lichter und so... so stellen und die denen aufstellen oder selbst was hinmachen. Ja. Damit man so eine offene Szene hat, damit das ein bisschen angekurbelt wird mit den Autoverkaufen. Ja, klar. Und was halten Sie davon? Ich meine, wir haben ja damals die Halle da. Ich meine, das ist ja eine riesen Tiefgarage, ne? Ja, ja. Deswegen, das ist schon gut, dass die da ist, also... Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, die ist doch absolut wild. Das Problem ist halt nur, es ist sehr versteckt und die Leute... Also fürs Racen ist die mega geil, aber er meinte eher so für Tuning-Treffen und sowas, wo man sich klar ausstellen kann. Ja, ja, da müssen öffentliche Plätze, ja, klar. Genau. Er hat noch überlegt an den Megamold, aber in der Westside haben wir einen sehr coolen Platz gefunden. Ja, sehr gut. Was halten Sie denn davon? Also wenn ihr da was braucht, wo wir so Bauarbeiten durchführen, dann sagt er Bescheid, ansonsten können wir auch Sachen besorgen, die ihr selber aufstellt dann. Und dann sind die halt nicht immer da, sondern nur dann ist halt auch ganz cool. Ja, Roxy ist halt sehr, sehr vernetzt, genau wie Bobby in dieser Tuning-Szene. Und jetzt nochmal wegen diesem Leistungsding der Motoren. Was halten Sie denn davon, wenn Roxy, ich sag das jetzt einfach mal, weil das klingt plausibel, mit den Tunern alle quatscht, sich mit Bobby so zusammenschließt und die halt quasi jedes Fahrzeug aufschreiben, was man da verbessern könnte. Ja, genau. Das geht gut, ne? Nee, aber wie gesagt, an dem ZR350, das war ja tatsächlich deine Bestellung. Dann haben wir halt Kontakt zu einem Verkäufer aufgenommen und der sagt, ich hab hier noch 15 andere. Und dann haben wir direkt alles gemacht, genau. Ja, absolut perfekt. Also die Leute freuen sich, ne? Ja, aber wie gesagt, ich würde es auch ein bisschen limitieren, weil sonst haben wir nur noch die Breitbauten durch die Stadt fahren. Ja, das kann ja Rücksicht machen. Wir haben halt gedacht, den Draft-Breitbau und den schnellen Penumbra, den ich ja gestern gekauft habe, den werden wir auf jeden Fall auf 10 limitieren. Der Rest ist ja nicht so übertrieben schnell und vom Handling auch nicht so geil wie die Sind die Penumbras alle unterschiedlich tatsächlich? Ja, ja. Okay, krass. Also die haben absolutes Handling-Unterschied, Geschwindigkeitsunterschiede. Der Penumbra, den ich gestern gekauft habe, fährt über 270 und die anderen knapp über 200. Schön, bei 280 gibt's ne Führerschein-Entzug für 24 Stunden, ne? Dann bricht's nicht über Boden, wenn ich fahre. Aber das ist die meisten, dass sie da besser runterbremsen sollten, ne? Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja generell, mit dem Revolt, da kriegst du ja auch 270 hin, ne? Echt? Ja, 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 ja. Mit Bodenwellen schon. Vom Weinboot am Taxi vorbei kannst du ja mal mit dem Revolta langfahren, ne? Das ist schon... Der gute Bodenwellen. Na, es gibt doch gewisse Fahrtechniken, die dich das, aber das würde ich halt niemals machen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, aber ich finde die RSX natürlich, das ist jetzt letztlich nicht mal das schnellste Fahrzeug, leider, ne? Ja, man sieht schön aus, luxuriös. Tau hat mir auch gesagt, dass der sehr teuer ist. Der kostet 750.000, ja. Aber der ist leider nicht mehr der schnellste. Vorhin hat mich irgendwie so ein Breitbau... Wie heißt der? Nicht dieser, dieser... Nee, der da vorne, was ist das für einer, der erste, der da steht? Schakal. Nee, Jekyll übrigens, nicht Schakal. Och. Ich spreche leider kein Deutsch, ja. Ja, schade. Ist das ein Reaper? Der Reaper, genau. Ja, Reaper, sag ich so. Ja, Reaper hat mich überholt, ne? Nicht, als ob der so schnell ist. Ja, aber das sind doch die absolut krassesten Karren, ne? Ja, 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 ja. Deshalb finde ich das auch gut, wenn die begrenzt werden. Definitiv. Dass ihr überhaupt gar nicht an so Breitbau-Dinger weiterarbeitet. Ja, 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 ja. Die Easter, die limitieren wir auf jeden Fall, aber die anderen, klar... Ich würde alles erstmal nur fünf limitieren und dann gehen die Preise eh nach oben, dann kann man nochmal Geld. Aber ZR350 und der Lynx, finde ich, sind so die bisher noch so, die sind schon am schönsten. Das Problem ist immer diese ganzen dreckigen Spoiler, die die ganzen Schwänze sich hinten drauf machen, ne? Ja. Weiß ich nicht, riesen Wände hinten drauf. Was ist denn los mit den Leuten? Das ist mir nicht klar, das verbessert halt das Fahrgefühl. Das Fahrgefühl, das sieht doch scheiße aus. Hallo, Morales. Du sollst doch nicht im Baum hängen mit dem Ding. Ja, gut, das stimmt. Und weißt du was, Mr. T? Auch kaufen sich ja noch die Racer. Bei dem ZR350 kann man den bösen Blick verpassen, aber dafür gibt's das Werkzeug nicht. Ah, ärgerlich. Oh, das sieht so... Der muss ja erstmal nur mit einem schönen Blick fahren, ne? Jo, der geht auch, findet eigentlich, aber das andere sieht halt... Aber, uh, diese Appelgucke. Muss man mal gucken. Ja, muss man mal gucken, kriegen wir bestimmt hin. Und wenn nicht, manche Sachen gehen halt einfach nicht, leider. Eben, schaust du's. Gut. Und ich wollte nochmal mit ihnen unsere Fjahrung kochen. Ja. Bist du denen sicher? Ich aber bitte nochmal. Ja, ja, ich hab grad schon mit Paletti geredet. Ja. Besser, ähm, die Pläne mit dem RTW und so. Ich hab mir nochmal Gedanken darüber gemacht. Ja. Wenn ihr da wirklich Interesse daran habt, neue Wege zu finden, hab ich sogar noch ein paar andere Möglichkeiten gefunden. Okay. Hm, haben wir tatsächlich. Also, ich kann dir einfach... Also, ich kann dir einfach... Also, ich kann dir einfach mal sagen, was ich nur vorhätte. Weil es gibt drei... Ja. Es gibt drei Vehikel in der Stadt, die niemals angehalten werden. Korbautos, RTWs und... Fällt dir das selber ein? Feuerwehrauto. Ja, dann, ich zähle halt mal einfach zu RTWs dazu. Ja, Taxi wird auch angehalten. Ja, nee, sonst wüsste ich grad nicht. Wenn irgendeine Schrottkarre abgeschleppt wird und die hinten draufsteht, die wird niemals durchsucht. Ah, stimmt. Ja. Und ich hab da einen sehr guten Kumpel im Mirror Park, der die Werkstatt erleitet. Ja. Der muss ja nicht wissen, die sollten sowieso nie wissen, was die abholen. Ja. Aber für so einen kleinen Obolus, wenn die da mit Sicherheit machen, Karren abholen und irgendwo, weißt du? Oh, die müssen's ja auch noch nicht mal wissen, ne? Nee, nee, die müssen einfach nur die Karren abholen. Genau. Darauf aufpassen und dann müsst ihr ihnen quasi eigentlich nur oder jemand anders die Schlüssel übergeben. Das ist auch eine sehr gute Idee, ja. Und wenn die sich darum nicht kümmern dann und der Kofferraum aufgebrochen wird, dann haben die halt Pech gehabt. Ja. Aber das bietet dann auch wieder die Möglichkeiten und vielleicht gewisse Sachen so, ne? Aber bist du denn noch im Baker angestellt? Ich bin noch im Baker unterwegs, ja. Okay, das heißt, du kannst Touren machen. Ja, ja, ich bin noch super gut mit dem Chef. Okay, wie sieht das aus mit dem X-Copter vorne? Ja, der weiß von mir, ne? Ach, der weiß von dir? Oh, ja, ja, den kannte ich halt doch schon vor dem PD-Dienst. Okay. Den haben wir quasi, wenn dich das interessiert, die Geschichte davon. Ja. Wir haben damals mit dem Lück immer gequatscht, mit dem, der jetzt bei der Doha ist. Ja. Und haben dem halt immer so, ganz am Anfang, als wir ohne Kohle hergekommen sind mit White Cats, weil die Konten sind ja gefroren gewesen in Europa. Ja. Wir haben denen halt immer so irgendwelche Fake-Scheiße verkauft als Infos und so. Ah, okay. Da hat sich immer drüber gefreut. Und das haben wir auch nur gemacht, damit wir, weil Pinsel unbedingt mal, der wollte unbedingt mal gucken, wie Polizeidienst ist. Ja, ja. Der wollte mal weg von der Kriminalität. Der kommt auch dümmlich rüber, aber der hat auch, der hat es, der ist gar nicht so dumm, wie der sich gibt. Ja, der hat es meistens mal so eine Fassade. Mhm. Ähm, deshalb war der im PD, der hat sich da angeguckt, aber gekündigt. Okay. Aber den wird... Und was ist mit dem... Wer weiß denn jetzt alles davon? Von mir? Ja. Pinsel und Mila nur. Okay. Ich wollte den Roy dann auch stecken, aber Roy ist momentan echt super komisch drauf. Ja, mit Roy hatten wir jetzt irgendwie gesprochen, dem haben wir aber natürlich nichts davon gesagt. Der hat nur erzählt, dass... Der Du ihm wohl erzählt hast, wir hätten schon gesprochen, aber wir haben ihm jetzt nicht drauf angeguckt. Der wusste nicht, was mit sich anzufangen, keine Ahnung. Ja, ich wusste, dass das passiert. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass ich mich mit euch unterhalten habe. Ja. Und dann wird der super sauer. Okay. So. Wie gesagt, der ist jetzt, glaube ich, auch erst mal... Und da will vielleicht... Er hat gesagt, er will müssen auf der Terrasse sitzen in Graveseed und die Stadt Ja, ich glaube, der tut ihm auch recht gut, wenn er sich mal eine Aussage nimmt. Ich weiß nicht, wie der in Zukunft aussehen wird mit ihm. Ja. Ich habe immer mit dem zusammengearbeitet. Wir haben immer die Füße still gehalten. Wir haben nie jemanden verraten. Wir haben nie irgendwas ausgeplaudert. Okay, damit du Bescheid weißt, wir haben unseren Mann Carlo davon erzählt. Mhm. Und Morales war ja eh dabei. So der engste Kreis weiß der halt jetzt Bescheid. Ja, ja, das ist ja der engste Kreis. Ihr haltet ja eh sowieso eng. Ja. Ich würde halt aber weiterführen halt... Ja, es wird sich jetzt ein bisschen was tun, was vor allen Dingen Auslieferungen und so angeht. Und da ist das eine gute Nummer. Definitiv. Deshalb tacker das auch mit der Tuning-Szene, ne? Da sind die besten Fahrer in Los Santos unterwegs. Ja, ja, ja. Wenn man da mal jemanden braucht, der was schnell von A nach B bringt, da haben wir direkt die Besten am Start, ne? Ja, da stecken wir schon seit Monaten Kohle rein, ne? Ja, davon wusste ich nichts. Davon wusste ich nichts. Ja, 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 ja. Aber das war meine Idee halt. Deshalb wollte ich mich auch mit dem ZR da reinmachen. Ja. Was heißt reinmachen? Das sind super korrekte Jungs und Mädels, die da abhängen. Ja, aber mit einem richtigen Auto macht's halt... Ja, genau. Wenn du da mit dem Schaborek stehst, kommst du nicht, weiß. Ja. Ja, 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 ja. Aus dem Grund hab ich den ZR auch angefragt, so dann... Ja. Und da das jetzt so läuft, hat er super viele Autos importiert, das spielt mir natürlich in den Karten, ne? Ja, ich bin nicht so für dieses exklusive Ding, weißt du, so einer fährt ein Auto oder so. Deswegen haben wir direkt ein paar bestellt für alle. Ne, find ich auch gut, weil... Ja. Ich krieg jetzt zwar so ein bisschen den Lob dafür, hab ihr auch gehört, das hat er da möglich, obwohl jeder da möglich hat. Also bitte nie krumm nehmen. Ach, um Gottes Willen. Kann ja sein, kann ja sein. Ich muss nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das ist... Da steht Paletti schon genug in der Öffentlichkeit. Ja, und wenn dein Interesse besteht, ich werd mich mit denen kurz schließen, werd mal gucken. Ja. Wir wollen unbedingt eine öffentliche Szene machen, damit wir gucken, wer die besten Fahrer so sind. Find ich gut. Und die holen wir dann ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann man später mal so richtig krasse Aktionen machen, wenn wirklich schnell irgendwo was geliefert werden muss oder... Ja. Oder sonstiges, ne? Die halten ja auch alles an. Okay, dann müsst ihr mal so eine Liste machen mit Sachen, die ihr so braucht, die ihr dann abstellen und befestigen könnt. Genau, und dann könnt ihr das spontan machen. Dann kann man die Orte auch mal wechseln. Ja, das ist ein gutes... Oder eben fest irgendwo. Das ist ja auch möglich. Und der Barry ist dann irgendwas dran mit Rundenzeiten und so einen Scheiß. Oh Gott. Oh Gott, das wär richtig mies. Ja, ja. Ich lass die Roxy das entscheiden, weil die ist da mehr drin. Ja, ja. Wir rufen dann einfach an. Oder sie ruft dann einfach an. Nur die hat immer ein bisschen Schiss anzurufen bei euch. Warum? Ja, ihr seid immer so auf Zapp, ne? Ihr wollt doch nicht immer viel reden. Ich hab aber auch. Ich sag dir ganz ehrlich, viele sagen, hier pass auf, kurz angebunden, aber mich rufen 70 Leute an am Tag. Ja, ja, ja. Der eine will eine Pflanze verschoben haben, der eine sagt, ja, ist so. Der sagt, mehr nach links, das Licht ist nicht richtig. Ich renne hier fast, wir könnten den ganzen Tag mit der Uzi rum und Kopfschüsse verteilen. Also wir haben halt wirklich, ja, da ist der Mann, der da gerade hinten kommt, da noch ziemlich entspannt. Ja, deshalb hat der Moralis ja auch letztens gesagt, der war unbedingt eine neue Nummer. Genau, genau. Ich verstehe das schon. Ja, ja. Das war nur so Dings gesagt. Jetzt war Roxy, der meinte, oh. Spiel da was ganz hartes, langes hinter mir? Ja, gib mir ein Zeichen, ich hab die Klavierseite ready, oder? Klavierseite. Ja, weg bist du halt. Nee, aber das mit dem Krankenwagen ist eine gute Idee, weil wir haben jetzt demnächst viele, viele Transporte, tut sich jetzt sowieso nochmal was in der Stadt und da ist Logistik gefragt für bestimmte Waren, ja. Aber Aprio hat immer bei uns, ich meine, die Neugier kickt immer rein, aber ins Paket wird nicht reingeguckt. Wenn ich mir ein Erdewing was liefern soll, ich werde nie da reingucken. Ja, aber dann guckst du rein, bist du das nächste Paket, ganz einfach. Ja, 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 ja. Mir ist mein Leben heilig, ja. Ja. Sehr gut. Die steht für nicht reingucken, so. Aber eigentlich haben wir sogar schon eine Lieferung, oder Jörg, heute? Ja. Ja. Die sollte jetzt in der nächsten halben Stunde mit dem Dampfer kommen, so. Okay, die Anfrage wegen Pinsel gerade, vertraut ihr dem nicht so, wegen Ex-Cop? Ja. Kann er das irgendwie beweisen? Also wir werden das über dich machen. Kann er sich irgendwie beweisen, dass da ein bisschen Vertrauen aufgebaut wird? Zeit, Zeit. Einfach mit Zeit, okay. Er soll zehn Bullen anbringen vor meine Augen. Ja, ja. Ja, das ist das Ding, nämlich, viele sehen ihn als Ex-Cop an oder als Trottel und so, aber wenn er anruft, der kommt da dann alle Informationen aus dem PD ran, ne? Ja, ja, das ist schon gut, aber den kannst du ja nutzen, den muss ich ja nicht nutzen. Ja, 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 das nutze ich auch. Deswegen ist ja alles easy, wir haben immer gerne eine Person, die dann da steht. Genau, pass auf, du kannst gleich, wir rufen dich gleich an und dann könnt ihr bei, also wenn das jetzt so spontan klappt, könnt ihr bei, ah, ich vergesse, die Postleitzahl immer, zwischen 7064 und 7065, das ist da hinter Chumash, da ist ein 24-7. Das ist diese Einbuchtung da, das ist so am Wasser, ein paar Häuser, am West Sideway. Genau, und da ist eine rote Lampe. So, und wenn du dann ums Haus geht, ist eine rote Flagge. Und dann sagst du Bescheid, wenn du da bist. Ich würde sagen, so um 23.15 Uhr. Also Transport mit RTW? Wie du magst, ist ein bisschen brisante Ware und die muss ausgeliefert werden. Ja, wir können, ich kann da doch mit einer normalen Karate transportieren. Ich meine, wenn wir angehalten werden, die wissen so oder so die ganze Zeit, aber RTW wäre halt sicherer, ne? Genau, dann kommen da, da ist das Paket und wie gesagt, 23.15 Uhr, ruft an, wenn ihr da seid, dann sind 50.000 drin für den Transport. 7065? Zwischen 7065, also das ist ja 24-7 da, ne? Und 7064 da, diese kleine Einbuchtung, genau. Neben dem 24-7 ist ein Haus mit einer roten Laterne. Ah, ja, ja, mit dem kleinen Parkplatz, ich weiß. Genau. Okay, wenn wir da sind oder ich da bin, dann fahre ich alleine. Perfekt, alles klar, dann bis gleich. Ja, komm. Ich wollte dich jetzt nicht stehen lassen. Ich wollte nur mal hinterher gucken. Sag mir mal eine Sache, die ich super gut kann. Autofahren. Noch eine? Lügen. Das stimmt. Ja, ich hab gleich ein Date mit Broxy. Was? Du hast mit Broxy ein Date? Nein, 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 haben wir nicht. Ich hab sie gleich schon im Finger gewickelt. Okay, was machen wir jetzt? Bringen wir die Karne, Bennys? Äh, ja, ich müsste die beiden Parkkarten einparken. Ja, wo war das? Stimmt, wir können die überliefern lassen. Ja, ja, richtig. Ja, ich packe dann meinen kurz ein. Ja, dann musst du aber den schickigen Milan machen, dass sie uns holen. Ja, wie? Ich laufe nicht von ganz da hinten wieder hier in Ruhe. Hab sollen, das ist ein Parkway-Ständer, ne? Links neben uns. Ist das ein öffentlicher? Ich denke, ich guck mal, ich frage den mal. Ist den Paletti auf der Pinnwand. In der App. Ist natürlich kacke, dass ich jetzt Pinsel nicht mitnehmen kann. Nee. Ja, Junge, hier wird nicht gerannt am Hafen. Sind hier Ölspuren? Nee, das ist ein Sicherheitsbereich hier. Das ist hier nicht Dortmund-Innstadt, Junge. Ja, so. Was? Entschuldigung, so. Okay, dann lassen wir mal rechnen. Kein Problem, Junge. Gut siehst du aus. Du, gut siehst du mal, ich denkst, ne? Zeig's mal, wie's geht, du. So, heute. Soll ich mich im Klaren? Ja, das ist kein Problem. Dann machen wir den erst mal, ja? Ja, aber Hauptsache, du kommst nicht mit dem Yeti-Kostüm an, ne? Dann ist das Ding direkt in den Dings. Nein, ich bin im Uniform. Uniform? Achso, du kommst mit dem RTW. Natürlich. Gut, sehr gut. Gut. Wir wollen ja nichts riskieren. Ah, schön, schön. Dann würde ich mich freuen, wenn das klappt mit dir. Du, da wird noch mal was aus dir, du. Ich geb mein Bestes. Ja, wir hoffen. Das ist kein öffentlicher Hase. Ja, ich war beim Penumbra. Alles gut. Ich stelle mir 210 aus, den Rest überweise ich. Wie bitte. Proxy, das ist keine öffentliche, ne? Ja, sag ich. Ja, dann fahr ich dir jetzt nach. Kann ich doch abholen. Ja, meine ich doch. Ja, dann let's go. Ja, klar, ich muss noch bezahlen. So. Ich weiß, ich weiß, wer einer ist, hier in der Nähe. Okay. Ganz wichtig jetzt, Penzel. Und es ist wichtig, dass du nicht sauer bist, okay? Ich bin sauer. Nein, du darfst, hör auf damit, Penzel. Aber ich bin wirklich sauer. Ich bin von mir selber ein Teuf. Pass auf, ich sag dir was, okay? Okay. Du hast halt leider wirklich noch das mit dem Kopf an dir haften. Wer sagt das? Nein, das sagen alle. Wir müssen das unbedingt ändern. Das passiert aber mit der Zeit. Mach dir keine Sorgen. Okay. Du musst jetzt aber gleich irgendwas unternehmen, aber ich beeil mich. Und da kannst du nicht bei sein. Ich bin sauer. Nicht sauer sein, Penzel. Dann kuss mich. Nein, ich küss nur Mila. Sei nicht sauer. Ich mach alles für O7. Ich helf dir, okay? Dass du nicht mehr der... Dass du nicht mehr Penzel der Kopf bist. Okay. Aber noch was. Was denn? Broxy will mir den Penumbra Custom für die Einkaufspreis für 45.000 geben. Jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so frech zu ihr bin. Ja, dann musst du dich entschuldigen. Pass auf. Wir bekommen alles, was wir wollen, ne? Nur damit du bescheid bist, Broxy. Für den Parkplatz? Ja, wir bekommen alles, Mann. Ja, und was wollen wir? Ja, da... Weiß nicht. Lass mal den ganzen Tunern quatschen, was die sich vorstellen. Ja, dann... Das von jeden Ideen holen, jeder kann da einen Teil haben. Aber das ist ja auch ein Ding für alle. Okay, dann lass uns die Tarn einparken und dann zu Bennys gehen. Und dann rufe ich alle Mitarbeiter an, die sollen alle rankommen. Okay, und der kann Penzel dann so lange bei dir bleiben, weil ich muss gleich nochmal kurz Dings... Muss gleich nochmal kurz her. Ja, ja, klar. Da musst du aber... Gibst du den für 45.000 am Pensel ab? Ja, hab ich doch gesagt. Boah, ja, Mann! Jetzt, jalla, jalla. Aber soll ich euch zeigen, wo eine Garage in der Nähe ist? Ja, drüben. Wir sind nicht gerannt am Hafen, Mann. Ja, ich hol den Schlaf. Ich fang erst. Entschuldigung. Ja, mach das. Du holst uns ab. 50.000 für den Transport, mal gucken. Ich darf da echt nicht reingucken, Alter. Mach ich aber 50-50 mit Pensel. Muss jetzt noch eine? Nicht, dass der Palettiast sieht, wir dürfen nicht rennen hier. Ja, ja. Das hat mich auch schon angemeckert. Warum darf man hier mit rennen? Weil die überall öltest und so, dann kannst du die verkragen. Aber mit 200 darfst du hier lang krusen. Das ist ja auch was anderes wie rennen. Wo ist denn das andere Auto? Das vorne. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so frech bin. Und wenn ich sage Entschuldigung, ging das so nicht ernst gemeint. Aber ich kann halt auch nicht ernst sein. Kennen Sie, wir machen Big Business. Die Leute geben uns was und bekommen dafür was. Dann bist du wirklich halt was schuldig. Ja. Dann muss ich mit dir doch auf ein Date. Was? Wer muss mit wem auf ein Date? Du kannst noch gar nicht fahren, ne? Pensel will mit dir auf ein Date. Nein, nicht schon wieder. Das Thema hatten wir schon. Pensel. Du bleib einfach voll, okay? Los. Ich glaube, das ist das Beste. Ich lasse mich nicht wieder alte Zicke von dir nennen. Das werde ich nie wieder machen. Ja, ja. Sagst du mir so. Vielleicht rutsch ich mir da draus, aber es tut mir im Herzen wirklich leid. Aber ich kann mich nicht einfach verneutig machen ändern. Ich bin frech, weil ich mir ein Business aufbaue. Okay. Was ist denn Bisschen? Muss ein Arsch noch sein. Na, Quatsch. Nur weil du Buggi bist, musst du kein Arsch noch sein. Aber doch, die denken alle, ich bin Polizist. Darum bin ich. Biss du ja aber nicht. Aber war ich. Ich habe eine Scheiß-Vorgeschichte. Ja, die kriegst du wahrscheinlich auch nie wieder los. Ja, deswegen muss ich jetzt Polizisten erschießen. Was? Nein. Das kannst du doch nicht machen. Doch. Dach Feigling. Würde ich niemals tun. Okay. Pack lieber Juri ein. Hab mit dem Spaß. War ich? Weißt du, wo der abhängt? Warte doch mal. Der war doch mal, der hat mal hier gearbeitet und der war mal im Film. Erklär ich gleich, aber klar. Ja, richtig. Und bei Wiesel News. Also wann möchtest du das jetzt mit den Tunern bequetschen? Jetzt oder später erst? Also ich muss kurz weg. Du kannst in der Zeit, kannst du schon mal zusammenrufen. Ich beeile mich. Okay. Wie lange brauchst du? Weiß nicht. Zehn Minuten. Alles klar. Tschüss. Pass auf dich auf. Hast du den hier bei Roxy? Ja. Hast du den Penoma jetzt auch bestellt für den Pinsel? Nee, noch nicht. Scheiße. Weil ich nicht wusste, dass ich das jetzt tun soll. Er hat es nicht gesagt. Sonst hätte ich das gemerkt. Ja, aber du hast doch die Kohle dafür, oder nicht, Pensel? Du könntest doch den Penoma jetzt... 40 habe ich. Aber er hat ja nichts gesagt, dass ich den bestellen kann. Bei wem? Ich dachte, das macht er. Nein, bei den Tanker. Ja, oder ruf deine Nummer an. Die sind ja noch... Na, die sind weggefallen, ne? Ja, dann machen wir jetzt uns wieder später oder morgen. Ja, das hat doch Zeit. Den einen Tag kommt das nicht an. Okay, bis gleich, Pensel. Okay. Ich hoffe, mir ein schlechtes Twist zu machen. Geh mit Roxy, außerdem steht da vorne ein Angler, Curtis. Das ist jetzt mein Ersatz, Curtis. Hm, hm, hm. Oh, Seven ist gut. Ist halt nur gerade ein bisschen so problematisch. Die sind hier, Junge. Oh, ist auch ein neues Unternehmen. Ähm, wegen Apache und so. Wir sind halt Sachen am klären. Da können die halt nicht mit sein. Mit dabei sein. Weil ich kenne die nicht und ihr habt ja gerade auch gehört und ihr habt ja nicht mal einem Pinselbild vertraut. Ja, der Pinsel muss das loswerden mit dem Kopf, Alter. Das hat er für seinen Charakter, aber das schaffen wir schon. So, zu der Stimme. Das ist wie im echten Leben. Jeder kann die Stimme verstellen. Oder jeder kann einfach so eine... sich verändern halt so tun, als wäre der jemand, der er nicht ist. Und so ist das da bei meinem Charakter. Das habe ich zum ersten Mal damals, äh, auf Homestate gemacht bei His Day und Coco, glaube ich, war das. Ich bin Curtis, aber ich kann auch anders reden. So, manchmal ist mein Charakter einfach dumm und so, um nicht aufzufallen halt, ne? Aber ich kann halt auch anders. Ist halt nicht der dumme, dumme Curtis, ist halt der schlaue Curtis. Der manchmal einfach nur dumm tut. Und das habe ich bei Paletti und Partner gemacht. Also, mein, mein Dings. Ja, ist RP im RP, genau. Und das habe ich bei Paletti gemacht. Um für Roy und, und, und uns allen so neue Geschäftswege zu finden mit denen. Habt ihr ja gerade gehört, so. Sachen transportieren. Mit dem RTW. Auf dem Abschlepper hinten drauf. Art, weiß ich. Tuning-Szene mit einbeziehen. Gucken, wer die besten Fahrer in Los Santos sind. Helikopter und so ein Scheiß, Alter. Two-Facing, genau. Einfach HW-Dent, Alter. Ja, T-Nix. Nur halt ohne halt die Schnauze, ne? Nee, Mila ist halt nicht so. Aber Mila verstellt ja eure Stimme nicht und alles. Doch, doch. Mit Krankenwagen, natürlich war ich im Norden. Ich mache jetzt komplett regulären Dienst. Und wenn die mich anfunken wegen dem Einsatz oder so. Mila macht einfach das, worauf die Bock hat, so. Mila hat auch nicht wirklich viel Lust auf solche Gespräche und so. Die will eher so Spaß haben. Das, was die sonst auch immer macht, wisst ihr, ja. Wenn die mich anfunken, sage ich, dass ich gerade nicht kann. Aber dass er seinen Ruf reinigen kann, ist schwer, wenn er... Ja, aber da über die Zeit merkst du das halt, ne? Aus dem Grund habe ich ja gefragt, kann er das irgendwie beweisen, sodass der halt nicht snitcht. Ich kann ja auch nicht für Pinsel seinen Charakter reden. Ich weiß ja nicht, ob der einfach manchmal, weil er Bock drauf hat, irgendwas verrät oder so. Das Problem ist halt, wenn du mit solchen Leuten im R.P. zu tun hast und die snitcht, irgendwie bist du tof. Und da wird auch von dem Pinsel nicht halt gemacht. Finde ich zwar immer noch nicht so ganz cool, dass man sterben kann, wenn man sich einen Fehler erlaubt, aber ist halt so. Die Cops dürfen uns kontrollieren, aber das wird nicht vorkommen. Also wenn das vorkommt, dann sage ich dir ehrlich, ist das Meta. Die kontrollieren keine RTWs. Das habe ich nun... Auf keinem Server habe ich das jemals erlebt, dass RTWs kontrolliert werden. Noch nie. Ich werde mir jetzt auch was einverlassen für den Chicken. Aber der ist nicht im R.P. Aber ich gehe ganz kurz nochmal auf Klo. Ich habe echt... eine komische Blase momentan, Alter. So, Moment. Aber ich gehe jetzt mal auf Klo. Ich kann mich nicht mal auf Klo. Aber ich gehe jetzt mal auf Klo. Aber ich gehe da. Aber ich gehe mal auf Klo. Und dann werde ich wieder auf Klo. So, Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt trage ich mich hier kurz ein Ding ein. Oh, boy, oh, boy, yo, yo. Oh, phone, Jake. Check. 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 Juh, 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 Juh. Juh, 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 Juh. Juh, Juh, Juh. Juh, 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 J Ich hole den Bock. Kann sein, dass Mina gleich mal kurz den anruft. Dann muss ich noch mal ganz kurz muten, kennt er ja. Ich hoffe, das hat nicht passiert in einer Stresssituation. Genau, Gute-Nacht-Kurs geben. Und Schlaflied singen. Mache ich, mache ich es drin. Und Schlaflied singen. 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 Erstmal abchecken, Alter. Kariot, was geht ab, du Pano? Ganz kurz Telefon. Was soll ich denn hier hingehen, Alter? Hier ist die Flagge. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Ah Mann, ich wusste, dass das jetzt passiert, Alter. Gott, Jesus. Kurz Telefon-Chat, bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, du, Pötis? Jawohl. Wann haben wir gesagt, wo wir uns rappen? Keine Uhrzeit. Ja, um Viertel nach elf haben wir gesagt. Haben wir wirklich gesagt? Haben wir wirklich gesagt. Ja, aber gut, zwei Minuten, die Leute warten. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin direkt um die Ecke, ich muss nur noch runterfahren. Achso, ja gut, dann ruf an, wenn du vor der Tür stehst. Ja, ich bin schon so gut wie da. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben gar keine Uhrzeiten gesagt. Oder ich hab nicht zugehört. Doch, hat er, dann hab ich nicht zugehört. Und der RealLife geht vor. Boah, tut mir leid, schon ist aber so. Muss man ja auch mal sagen. RealLife geht vor. Das ist ein Notar. Das ist ein Notar. Ah, komm runter. Dann war da gerade zu viel Wirbel wegen der Uhrzeit. Was denn? Bisschen spät dran, aber ist okay. Dankeschön. Einmal zum Erdkern. Schön hier. Ja. Wir haben unten einen Pianisten, nur zur Info. Ja, dann bin ich klar, dass... Ja, ja. Nee, nee, ja, wegen... Musikallergie und so. Ich mute jetzt nicht, Schatz, scheiß drauf. So. Doch, ich muss auflegen. Ja. Das ist Jeffrey, unser Pianist. Guten Abend. So, pass auf. Ähm... Ich geb dir erst mal die Kohle. Das können wir morgen machen. Nee, machen wir direkt. Was weg ist, ist weg. So. Alles gut, Curtis? Äh, ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Dann nimm mal die Tasche auf. Äh, Jörg, wo muss die hin? Warte, 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 eine Sekunde. Die muss hin bei 4030 ist die Hausnummer da. An der Ostseite, die Straße zum Kanal hin. 4030 ist die Postleitzeit, ja? Ja, ja, genau. Die östliche Straße davon, die am Kanal lang führt, weißt du? Also östlich 4030 ist ja nicht so schwer. Steht ein Typ, der ist auch relativ dann gut erkennbar. Steht ein Typ, und da ist eine Garagentür, die geht von alleine auf, wenn du ranfährst. 4030, guck mal gerade. Äh, in der Eastside ist das, glaube ich. Äh, in der Southside. Southside, genau. Southside, da wo der Tercoulan war, glaube ich, oder so, ne? Irgendwo da die Ecke. Einfach, wenn du da von der Capital Boulevard rüberkommen würdest nach rechts, und dann rechts an der 4030 die Straße, da muss die Garage sein, ja? Ah, da ist eine Garage irgendwo. Was ist das, ist das der Junkie-Park? Ist das dieser Park? Ah, ist ja egal, was da für ein Park ist. Da wird auf jeden Fall jemand sein. Ja, ich glaube, das ist da in der Ecke bei Gambino, ein bisschen höher, über Gambino. Genau, genau, in diesem Restaurant. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, die stillgelegte Werkstatt. Ja, ja, genau. Also 4030, östlich, abgeben. Reden oder einfach hinlegen und abholen? Ne, du brauchst auch nichts entgegennehmen. Smalltalk kannst du ruhig führen, die wissen, du weißt ja, also der weiß ja, dass du von uns kommst. Alles gut, man ist entspannt. Mach ich. Ja, das war perfekt, wunderbar. Lass mich viel auf mich? Ne, ich bringe ich noch raus. Wie gefällt dir unsere kleine Bar hier, Junge? Ja, schön, ne? Ja, aber die Bilder vor allem. Ja, ja, ja. Können ein bisschen größer sein, die Bilder. Ja, 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 ja. Guck mal, hier ist mein Hund, du. Schön. Ja, zeichn ihn dann irgendwann mal später, der Typ wartet schon. Ja, sieh zu, Körsch. Wir haben, weißt du, Viertel nach, Junge, wenn du nicht auf die Uhr, ne? Sieh zu, wenn wir aber noch die Bilder zeigen. Das geht so nicht, du. Ich bin fix unterwegs mit Blaulicht. Sehr gut. Hauptsache, du fährst niemand über und werden dann nur bollen. Jörg, wir müssen eh los, wir müssen ins Unicorn. Ach, stimmt, ja. Guck mal, der nächste Tempel. So. Gibt's einen Namen, falls da mehr sind? Wahrscheinlich nur einer, ne? Gibt's einen Namen? Äh, ist nur einer. Wahrscheinlich mit Mütze. Genau. Also, wenn da noch mehr stehen, dann fahr weiter. Die mach ich weg, die Drecking. Ja, ja. Alles klar. Denk dran, ich reingucken. Ich geb einfach eine Rückmeldung, ne? Ja, ja, mach ich. Perfekt. Ist am Junkie Park. Da drüber. Ich guck da nicht rein, Junge. Das kannst du voll vergessen, Alter. Niemals in meinem ganzen Leben werde ich da reingucken. Wahrscheinlich hab ich hier so eine Blitzkamera da drin, so eine Polaroid, Alter. Wenn du da reinguckst, schießt die Foto von dir und lädt da irgendwo hoch. Ich guck da nicht rein. Ich guck da ein bisschen ein Wurzelkopf. Ich guck da jetzt mal ein Wurzelkopf. Das ist ein Wurzelkopf. Ja, super. Cooles Navi. Ja, super. Ja, super. Cooles Navi. Kein guter Weg am Unicorn. R2W ist durch die Lämpfe nicht so weit. Wir haben da gerade Pumpen, nochmal wiederholen, bitte. Erste W3, auf dem Weg zum MG-1. Check. Wir sind. Guten Abend. Buenos noches. Schöne ich die Tasche, die ich gefunden habe? Die geholt mir. Dann stelle ich die Herren. Perfekt. Und schönen Abend noch. Innen auch. Was für eine Spannung, Alter. Die Menschen, ich hätte jetzt vernichtet. Schöne ich die покalte. Die Trash caric回來 muss. Die grünen ware. Ja. Die Rochester, die United Kingdom. Schöne ich in den Navidad. Schöne ich die Nummer aus. ja ist erledigt mit dem geschenk das ich besorgen sollte ja 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 aber darauf geachtet wegen der mütze und so den details alles gut ich mich auch dann viel spaß noch im unicorn ja das war unser erster auftrag haben wir denn jetzt alle verstanden mit dem charakter 50.000 hallo ich bin fertig komme ich bin im gefängnis ich habe sie mir ausgehalten ja tut mir leid wo bist du ich komme nicht rausholen ich bin bei der werkstatt im europark ich komme jetzt recheln warum ach du bist ja schon da ne der typ ne alter ich bin habe denn ja wohl der kanal scheiße mit was könnte man das vergleichen jetzt sagen wir so einen film oder so es gibt da mal den körper ich habe mit dem finger nase gesteckt und es gibt einmal den körper ja was ich hier mache ist transporter ganz klar ich suche nach neuen wegen dinge zu transportieren oder die cops ein auf die schliche kommen ich darf nicht in die tasche gucken wie bei transporter das ist aber ganz klar da waren wahrscheinlich gerade waffen drin oder so ich suche nach neuen wegen dinge zu transportieren oder die copter vom wind bekommt ich darf nicht in die tasche gucken wie bei transporter das ist aber ganz klar da waren wahrscheinlich gerade waffen drin oder so gut siehst du denn so ein shit ich kenne ich leider nicht aber grüß zurück ich hoffe dass urlaub und ich hoffe dadurch entspannt ich bin schon so ich bin schon so ein doppelt agent und so ein keckner ich meine ich habe das für regen ja auch gemacht das sind ja auch paar dinge gewesen ich gar kein märziert habe es gibt nur urlaub danke p meister ich lasse dir gut gehen da ich muss gleich nur den gefährlichen don sandro anrufen oder du bist das ausnutzbare opfer ne das sind transport weg will ich werde ich ausgenutzt klar aber ich verdiene kein geld damit und das mache ich halt gleich 50 50 mit pinsel ich habe ich habe meine ich habe meine ich habe mal im habe meinen Apparator gefragt. Die haben die ganze Sache einmal durchchecken lassen. Versuchst du mich ja zu verarschen, Gerdes. Nee, warum? 10.000 ist ein scheiß Chip wert. Ja? Das ist hinten und vorne nicht der Wert, den ich für 2 Kilo Marihuana kriegen könnte. Okay. Dann kann ich dir jetzt jemanden nennen, der dir für 20.000, also für 2 Kilo 20.000 abnimmt. Hm? Ja, wie? Hm? Hä? Ja, wie? Dann kannst du mir jemanden nennen, der mir für 2 Kilo 20.000 gibt. Ich wollte dich nur verwehren. Ich habe dann nachgefragt, nachdem Cannabis-Preis und ich hätte 2 Kilo bekommen für 20.000. Deshalb bin ich direkt mit dem Dings reingestiegen. Und ich weiß, dass diese Chips Dinger 10.000 kosten. So. Also. Insel kann mir weiterhin 2 Kilogramm Marihuana bringen, wenn er mit mir ins Geschäft kam, wer gehört ist. Okay. Aber ich, wir haben nochmal drüber nachgedacht. Und das, was du da gemacht hast, vor Gericht. Hm. Ja. Vor dem AOD, was in meinen Augen noch das viel größere Gericht ist. Komm auf den Punkt, Sandro. Das ist was er weiter ist. Das kann man nicht einfach mit mit irgendeinem Zeug wiedergutmachen. Jo, das ist nicht irgendein Zeug. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Jo, dann fick dich scheiß auf dich. Da musst du dir ganz aussagen. Wenn er so ein bisschen ha ha juhu macht, wenn mein Pinsel dabei ist, Alter. Junge, ich knall den weg, wenn ich das will. Ich brauche ein Geldautomat. Was? Ja, scheiß auf dich. Junge, die Items sind richtig wertvoll. Die sind super, super, super wertvoll und selten. Und das weiß der auch. Nein, der ist nicht so altief. Natürlich würde ich die Items nehmen, Alter. Das war ein unfassbar gutes Angebot. Und das habe ich auch nur wegen RP-Willen gemacht. Weil wir momentan nicht wissen. Ja, Roxy. Ey, Alter, wir warten seit einer halben Stunde auf dich. Bleib so. Entschuldigung. Ich habe vielleicht auch Familie. Ja, aber komm doch mit deiner Familie her und klär das hier. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Wo seid ihr? Ja, mach dir. Ja, auf Penny zu. Wir warten. Na, der Pinsel meint, der ist im Möwepark. Na, ja, Pinsel ist abgehauen. Der hat mich sitzen lassen, mit Glück. Was für ein Penner. Ich komme. Will auf dem Weg. Ja, warte. Auf dem Weg. Bis gleich. Ach du Gott. Ich rufe den jetzt noch einmal an, Alter, ich schwöre bei Gott. Einmal einen leichten Dings ausmachen. Nur für DAT-RP. Nur für DAT-RP. Okay, das muss ich ficken gehen. Wenn die Mini-Quare kommen, knall ich die ab. Okay. 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 So schlecht gehört. Das Waffen ist doch nicht AP fördernd. So schlecht. Die Items sind super selten, Alter. Du kannst da verdammt viel Scheiß mitbauen. Was ideal zu denen gepasst hätte. Ich werde es noch 3 von 10. Ich werde es noch 3 von 10. Ja, Patscher. Ja, sag mal, Pinsel hat mich vorhin angerufen, alles gut? Ja, warum? Ach so, ja, nur so, weil er hat kurz angerufen und dann aufgelegt. Na, vielleicht wollte er sich treffen, wir haben mal gesagt, wir chillen noch. Aber die Zeit ist heute im Flug vergangen. Ja, okay, alles klar. Was machst du? Ich fahr grad zum Pinseln am Möberpark und dann nach Bennys, wenn du willst, komm da hin. Ja, ich bin jetzt Anwalt, by the way, ne? Ja, also, ich werde der Gängeanwalt, ne? Da seh ich mich. Jo, da seh ich dich aber wohl drin. Ja, ne? Komm nach Bennys, Mann. Das sagen alle irgendwie. Apache bleibt gleich. Ja, Apache, ne? Der Anwalt, da und zu den Hefter schwingt. Ja, oder? Na, komm nach Bennys, mein nächster Tuner. Ja, ich komm zu Bennys. Du kommst gleich. Ja, Tag. Junge. Hahaha. Tag. 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 So, na, Beniscom, Alter. Wird wahrscheinlich Crash. Ja, die schlaft gut, wobei. Oh, Dr. Chuck ist im Park. Ja, Penis, wo bist du? Nein, ich bin weg. Ja, warum bist du bei Benis abgehauen? Wie bei Benis? Ich habe gesagt, ich bin am Mörrupark beim Abschlepper. Ja, da war ich gerade. Dann habe ich dich angerufen und du bist nicht drangegangen. Ja, weil ich hier in die Ecke gepisst habe. Ja, kommst du nach Benis, Oua? Ja, klar. Ich habe Geld für dich. 25.000 Dollar. Knicke, ich doch gerne, ich habe mir mehr gegeben. Weißt du was, jetzt kriegst du gar nichts, du Penner. Ja, besser ich... Pass mal auf, Kollege Turnschuh. Vielleicht gibt es noch etwas, Alter. Ich habe jetzt Kopfschlüsse. Mit schwerbeschärflichem Mann. Trau du dich aus dem Auto raus. Ja, wow. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Hab keinen Rückspiegel. Können wir jetzt quatschen, oder was? Kommst du jetzt ran? Ja, na klar. Ja, hopp, hopp, flüssig, garotty. War da glatteis? Mann, ey. Kehrt, dass es da, wo es kennen sei? Okay. Wo es kennen sei? Wenn sie kommen da, oder? Ja, die anderen beiden können ja auch dazukommen. Wir können ja alle zusammen quatschen. Ihr habt volle Möhre. Volle Möhre. Ey, ihr beiden stinkierockers. Ihr könnt ruhig dazukommen. Wegen dem Gespräch. Wie sind das Auto noch? Äh, Kalito, ja. Hallo, Curtis. Ich möchte kein Keks sein. Hola. Ich hab gehört, Pinsel kommt auch noch? Ja. Wo ist der? Mirror Park war der. Und wir haben jetzt einen eigenen Anwalt. Echt? Apache. Der ab und zu sein Heft entschwingt. Ich kenne nur einen Tapache. Okay. Habt ihr das Reik-Wend eigentlich schon durchgezogen? Ein Pinsel, das? Ja. Hallo, wir warten alle auf die. Wo bleibst du? Tja, von... Ja. Du hattest angehört... Wir sind da gerade unterbrochen worden, glaube ich. Also, bei mir hat sich das eher so angehört, als hätte da jemand seine Emotionen verloren. Nein. Sandro, jetzt mal wirklich Butterbeilfische. Die Dinge sind super selten. Und das weißt du selber. Ah, und jetzt mal Butterbeilfische? Ja, dann hau raus, jetzt. Was Pinsel mir liefert, soll Pinsel mir liefern, Gerdes. Aber du musst dir ein bisschen mehr einfallen lassen. Du scheinst zu glauben, wenn du mich öffentlich diskreditierst, ja, bin ich drei Tage später einfach wieder Best Buddy. Weißt du was, Sandro? Du hast ja recht. Ich weiß, ich bin eine noch trafene kleine... Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Du hast recht. Ich musste mich zwischen zwei Leuten entscheiden. Ich hab mich für Wade entschieden. Der hat uns außerdem auch Geld angeboten. Obwohl der kein Sand ist, aber egal. Du hast recht. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Löwe, ein Bär. Und ich sag dir, dass du recht hast. Ja, und du hast... Pass auf. Und du hast den falschen Rehbock in den Arsch gebissen. Ja, Alter, sagst du. Ist auch egal. Mach mal ein Pinsel Business. Ich geb dir die zwei Dinger trotzdem, wenn du die haben willst, okay? Ja, das ist wie schon gesagt. Du musst dir ja richtig was überlegen. Was das auch wieder gut macht. Was soll ich vor dir kniehen, oder was? Nein, 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 nein. Scheiße, seh ich aus wie irgendjemand, der... Wirst du mein Familienerbstück kriegen, den ich gerade? Der will, dass irgendwer kniet oder irgend sowas. Nein, ich will mal ein bisschen Kreativität sehen. Ja? Scheiße, Mann, du bist kürtes Kusch. Soll ich dir ein Lied singen? Ja, das wär zum Beispiel mal ein Anfang. Oh, sein du. Es tut mir doch so leid. Nein, 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 was Schönes. Nein, nein, so was. Mit einer ordentlichen Melodie und einem guten Text. Du willst, dass ich dir ein Lied singe? Ich will, dass du ein Scheiß-Lied singst. Genau so sieht's aus. Ich hab so Bock, dem in die Fresse zu schießen, ne? Kann ich auch rappen? Ja, aber wie schon gesagt, das muss schon ein bisschen mehr Quality sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich sowas dann bekomme. Ich bin nur ein Kreativ. Kann ich den Bild malen? Weißt du was? Ich mal den Bild, okay? Scheiße, aber jeder von uns beiden weiß, was du dann machst. Dann gehst du auf Discord.eg Slash Mind Journey, oder wie die Scheiße heißt. Und schreibst Imagine, Alter. Nein, ich mal... Wenn du mich für komplett dämlich... Pass auf. Ich mal den Bild und das kannst du dann bei deiner Taxi-Taxi-Zentrale hindenken, gell? Was hältst du davon? Nein, du wirst einfach mal irgendeine KI beauftragen und ich kann dir das nochmal nachweisen. Nein. Ich mach das nicht mit einer KI. Das ist nicht so ein Bild. Ich mach dir so ein Taxi-Taxi-Bild. So eine Leuchtreklame. Das kann ich organisieren. Ich muss drüber nachdenken. Das und noch was ich... Das und noch eine Sache, die ich mir einfallen lasse. Ja, es ist so. Es ist so. Ja, ich sag ja, du hast recht. Ja, ja, richtig. Und jetzt muss ich mir überlegen, was deine Schuld bei mir begleicht. Ja, okay, dann überleg das und sag ein Bescheid. Gut. Grüße. Grüße. Ich hab so Bock, der mir in die Fresse zu schießen hat. Egal, RP, Alter. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Was hat die gesagt? Ja. Können Sie denn eine Minute sein? Jo, die Roxy haut uns gleich die Fresse ein. Lass mal rüber gehen. Ich ruf sie jetzt an. Okay. Kann man jetzt quatschen oder? Ja, Entschuldigung. Oh Gott. Termine, Termine. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Schön, dass ihr gewartet habt. Jawohl, hab ich Bock. Ja, nur kurz das quatschen, was wir vorhaben. So, die Breitbaukaren haben wir. Was wollen wir noch? Ah, Lito. Hopp, hopp. Ich bin gerade in einem wichtigen Gespräch, ja. Ja, ich ruf dich gleich zurück. Was für Hölle war das denn? Du hast ja mehr gekotcht. Das ist übrigens, wir haben unseren Anwalt dabei. Ja, angehen. Anwalt Apatja. Ja, schlotz. Hi, Apatja. Hi. Na, Valentina. Pass auf, wir haben vorhin mit Paletti gequatscht. Wir wollen die Tuning-Szene ein bisschen, ja, danke schön. Wir wollen die Tuning-Szene ein bisschen fördern. Wir wollen auch ein bisschen investieren. Was die so oder so schon die ganze Zeit gemacht haben, laut Taka. Keine Ahnung, wo die Gelder geflossen sind oder so. Na, Teinatz, was? Wir hatten die Idee, weil ihr habt ja oben das von Bobby, ne? Diese Halle. Bobby hat das. Ja, oder Bobby hat das und ihr dürft das auch, wir dürfen das nutzen. Aber was haltet ihr denn von so einer öffentlichen Szene? Wir haben das lange Zeit sogar gemacht. Also öffentliche Renner mit den Night Rides und wir haben Strecke und so etwas vorgestellt. Also Problem mit dieser Stadt ist, wie drücke ich ihr das aus? Die Leute haben kein Interesse. Hi. Ja, aber die Leute machen wir das einfach für uns. Die können nicht verlieren. Wir können ja das gerne für uns machen, weil das Verlierer ist ja das Problem. Was heißt, sie können verlieren? Pass auf, da kaufte sich jemand eine Pariah und fährt auf eine Strecke gegen eine Sultan Classic RS. Und jeder hier weiß, Sultan Classic RS ist halt schon harte Müllmöhre. Du warst schneller in Geschwindigkeit. Nee, der fährt keine 200, so dann Classic RS. Der hat die Limiter drin. Und dann fährst du nur mit der Pariah dagegen, die Leute verliere und sage, ja, ich nehme an eure Events nicht mehr teil, weil ich verliere gegen die Leute mit der Pariah. Das ist keine Scheiße. Also die Idee ist es halt, unten an der Westside am Strand ist doch dieser mittelgroße Parkplatz. Der gegenüber der Tankstelle. Gegenüber von der Tankstelle. Also die Idee ist es, Paletti ist bereit, uns, wie waren die Worte? Ja, zu supporten. Alles zu dem, was wir brauchen. Ja, zu supporten. Dort so eine Art Point of Interest zu gestalten. Genau, für uns. Mit Sitzmöglichkeiten, Lichtern, um die Autos dorthin zu stellen, auszustellen, dort Tuning-Treffen zu machen, dass Leute sich treffen können. So, wisst ihr, was ich meine? Von Treffpunkten, die für die Tuner und Tuner-Interessierten. Blöd gesagt, ein öffentlicher, nicht illegaler Treff, wo man sich quasi seine Autos hinstellt, vorstellt, Quatsch, dies, das, hin und her. Naja, die Karre reinzustellen ist dann nirgendwo illegal. Und man kann mit solchen Leuten dann auch mal nicht legale Races planen. Ja, also Digital Tokyo. Ey, lass uns das einfach ganz verkürzen, Roxy. Digital Tokyo, aber ein bisschen größer, weißt du? Man kann das eigentlich verkürzen. Digital Tokyo ist geil, aber hat halt nicht den Platz. Man kann das eigentlich verkürzen, indem man sagt, dass wir uns eine coole Ecke schaffen, wo wir abhängen können. Weil sonst überall zu wenig Platz ist. Und wenn wir da Rennen fahren und das illegal wird, ist es halt so. Klingt doch gut. Ich sage so, jeder Hotspot mehr hilft dir dabei, hi. Wärt ihr da dabei? Hättet ihr Bock mitzuhelfen und das zu gestalten? Genau, zu gestalten. Was man machen könnte? Ideen mit einbringen, dies, das. Wir wollen jetzt eben wieder öfters die Night Rates machen, weil das ein bisschen eingeschlafen ist, lag auch an mir und muss ich ehrlich so sagen. Dann können wir sowieso Night Rates auch mit da unten hin machen. Und dann machen wir sonst einfach, würde ich sagen, über, wie heißt das? Warte, wo ist das? Kann ich dir kurz eine Postwärtszahl sagen, weil ich ihr Tablet mache? Das ist unten bei... West Side, Highway Outfahrt. Da unten an der Tankstelle. Irgendwo bei 51, 46, der Parkplatz. Der mittelgroße. Nicht der bei dem alten Fisch in, sondern der links daneben. 51, 46, links daneben. Ah, ja, das ist der, wo man rausfährt, wenn man unten über das Putschie abhaut. Hi. Du hast halt so die Möglichkeit, da unten, du hast halt eine Garage, du hast eine Tankstelle, du hast einen ATM in der Nähe. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe das Gefühl, hier hätte der mal gewohnt. Und da, da war die Idee halt, vielleicht irgendwie eine coole Chiller-Ecke hinzubauen. Also wäre jetzt mein Vorschlag, wo die Leute auch einfach chillen können, so als Point of Interest. So Treffpunkt für Leute, für Tuning-Szene halt. Ich habe für euch halt, ich war noch nie bei einem Night Ride dabei, werde ich aber in Zukunft machen. Finden sie mit Sicherheit auch. Hi, mir wurde der nächste Ehemal, die, haltet euch fest, bei dieser Wortwitz, Bright Ride machen, wo wir die ganze Breitbox haben. Ich bin, ja, ich, ja, ich, ich bin, ja, ich. Hattest du nicht gesagt, das ist denn was anderes nicht möglich? Ja, bei der letzte Woche war das problematisch, halt. Das ist aber auch nochmal so, durch den Blumen eine kleine Danke, weißt du? Also das war auch nur so eine Idee mit dem Treffpunkt. Ja, ja. Also im Endeffekt, sage ich dir ehrlich, Hauptsache irgendetwas in die Richtung passiert, weil aktuell, so blöde das klingt, Leeroy, mir, Declan, Daniel, Juna, geht da einfach so ein bisschen die Ideen aus, weil die Stadt nimmt halt so wenig an. Ja, aber dann machen wir das nur für euch, beziehungsweise für uns. Hi. Ja, also Bennys und Kurtis und Co. Und Teilen hat so mit allem, mit denen ihr cool seid. Dass man Platz hat mit den ganzen Karren. Und ich meine, da dürfte ja Platz genug sein. Die Überlegung war halt noch mega mal, der Parkplatz. Aber ich glaube, das ist zu zentral, was Pidi angeht. Bloß weg von der Zentral, also ja, würde ich auch sagen. Also wahrscheinlich, das Ding bei der Westside ist halt, du hast da direkt einen Highway dann, ne? Also wenn man fahren will, kann man hochfahren immer. Und Taka und Paletti, also Jörg Paletti, die meinten auch, die bauen uns da alles hin, was wir wollen und brauchen, laut Kurtis. Die supporten uns auf jeden Fall. Wir renden nicht irgendetwas cool, wo du kleine Unterstand hast, wo du vielleicht auch ein, zwei Werkzeuge hinpacken kannst. Dass egal, ob Repairs-Leute da sind oder nicht, dass man da, und sei es nur für Fotos oder sonstiges, eine ein bisschen aussieht, als ob er da geschraubt wird, weißt du du? Ja, kann man mit Sicherheit mit dem Quatschen. Oh, das wäre geil. Hi, weil auch wenn dann die Repairs-Leute kommen, weil seien wir ehrlich, nach jeder zweite Race werden die kommen müssen, dann haben die da unten was zur Schraube. Da müssen wir nur gucken, da müssen wir nur gucken wegen Bobby, ne? Weil der hat mir vorhin am Telefon erzählt, dass der Geld investiert hat in der Halle. Dass da irgendwas hingemacht wurde, also irgendwelche, weiß ich nicht genau. Ja, aber guck mal, du hast ja gestern die Idee geäußert, eben den Parkplatz mit dem Highway wegen den Races, wenn du so, äh, du hast ja da die Brücke, da kannst du die Besucher draufstellen oder Zuschauer oder wie man das denn, ähm, und so eine kleine Ecke, wenn zum Beispiel ein Repairs-Service da ist, wo die halt reparieren können oder wir mal vielleicht, weiß ich nicht, über ein Auto schauen müssen, zweckst du ohne GTC. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so eine kleine Himmelbühne, wo wir so ein bisschen den Leuten zeigen können, was das so möglich ist, wo wir mit dem Tablet halt zeigen können. Also nicht nur für uns, auch für'n Teilen als... Selbst wenn du nicht bei... Selbst wenn du nicht bei einer Werkstatt arbeitest, dass jeder da unten sich, wenn er Bock hat, einfach und seit er seine eigene Karriere gehen kann, weißt du, weißt du, ey, ich bin nur da unten, da kommt immer hin, dann hast du den Punkt zu quatschen mit den Leuten, einfach die Leute ein bisschen was an die Hand zu geben. Ob ihr das von anderen genutzt wird oder nicht, ist egal, wir können das nutze, aber Leute ein bisschen was an die Hand geben, ist halt das Wichtige. Löt gesagt, eigentlich ein Stadtpark für, äh, für, für... Für Racer-Tuner, ja. Da müssen wir nur gucken, dass wir den Bobby da nicht in die Quare kommen, nicht, dass der das gleich vorhatte, oben in seiner Halle. Ja, das müssen wir mal mit ihm abwatschen. Ja, am besten holen wir den mit ins Boot, ne? Ich glaube, da hätte der mit Sicherheit nichts dagegen. Du kannst ihn ja anrufen, herbestellen, dann quatschen wir mit ihm noch mit. Kannst du das heute noch machen? Wie du möchtest. Warte, ob es Zeit hat. Ich würde eher sagen, dass wir den da rauslassen. Echt? Ich sag' euch so, ich muss also, wenn der Bobby noch herkommt, mir fällt dir dann noch ein, ich muss noch meine Golfstischgasse führen. Ja. Ja, da muss ich auch ganz drin los. Ich muss hier auch ganz drin los. Okay, also gibt's da Probleme. Ja, hättest du uns nicht in diese Halle da mal eingeladen, hätten wir davon noch nicht mal was gewusst. Genau. Du, die Halle ist ja das geringste Problem, so. Aber lassen wir das einfach dabei. So, wenn du mal nebeneinander existiert, ist das okay. Wenn du mit ihm klären willst, ob er ein Problem damit hat, ist das auch okay. Falls irgendjemand, Schatz, Roxy oder Eis mit der Zeit bei sein wollt, könnt ihr das gerne machen, ich bin da dabei raus. Ich meine, so eine Riesenmonopolstellung, ich weiß nicht, ob der überall jetzt wirklich seine Finger mit drin haben will. Der Typ ist unantastbar. Okay, also, dann, ähm, nehmen wir ihn nicht mit ins Boot, weil ich möchte, dass ihr dabei seid. Weil ihr, ihr entscheidet, ihr seid die JDM-Profis und ich möchte euch auf jeden Fall dabei haben bei dieser Sache. Im Sinne ist, meinte ich das so, von mir aus kann er dabei sein, die können ja auch alle da unter chillen, da will man ja niemand irgendwie 2016 eine Kreidelinie aufmalen. 17. Auch 17, Entschuldigung. Ja, ich wäre noch anders. Nein, nein, also, mit dem Boot holen für die ganzen Ideen, was wir brauchen, was wir wollen, ITC, da holen wir ihn nicht mit rein. Ich werde ihn auf jeden Fall darauf ansprechen, ob es für ihn klar geht, wenn wir da unten eine kleine Hebebühne hinbauen lassen. Aber das bleibt unser Ding. Ich spreche ihn mit Curtis einfach an, ob er das in Ordnung ist, wenn da etwas anderes nebenher läuft und wenn er nein sagt, wenn ich ehrlich, mir ist er das scheißegal von mir, was können wir das trotzdem machen. Ja, die Halle oben ist halt gut für Races, aber die ist halt so weit weg vom Schuss, weißt du? Ja, ich weiß so. Und die ist nicht offen. Also, meiner Meinung nach ist die Halle nur gut, um Karren zu testen. Nicht jeder weiß davon. Wenn ich Races will, mach ich das auf der Straße, wenn die Cops noch vor Ort sind. Ja, zum Üben ist das geil. Aber das ist so, wie du gesagt hast. Nicht jeder weiß davon. Hätten wir von dir nicht die Einladung bekommen, wären wir nie eingeladen worden. Achso, ich wusste das auch nicht, da. Nein. Ich kannte das zu dem Abend auch nicht. Pinsel hat mir das gezeigt. Jo, scheißerein, du misch mal nicht jetzt hier. Du hast mir das gezeigt, du hast gesagt, wir fahren da hin. Ich kannte das auch nicht. Ich war da vier Tage davor, weil einer gesagt hat, guck mal, ich will dir was zeigen. Der hat mir das gezeigt und dann habe ich gehört, dass ich das auch zeigen wollen. Lass mir großes Jein, ob wir die Kerne in der Raum stehen. Aber das liegt ja wohl nicht an mir. Ich habe da mit dir die... Nein, alles gut. Doch, doch. Du schreib auf, Pinsel ist schuld. Nein, Pinsel ist schuld. Nein, Pinsel ist schuld. Du fixst dich jetzt mal hier, wenn sie du auch. Das mit Robby klären, deinem V07, das klappt Pinsel nicht. Wir gehen mit dem Quatsch und wir sagen, jo, wir wollen da so ein bisschen noch eine... Ne, man kann das ja im Underground halten wie er, aber auch was Öffentliches. Ich kann dir so sagen... Ob man sich da nicht zusammentut, ein bisschen wenigstens. Auch bei unseren Renner und sonstige Kram, die wir hier in dem Mirror Park, im Industriegebiet und so gemacht haben, da ist ja das Underground, weil ist da nichts angemeldet. Wir haben auch angemeldete Scheiße gemacht. Aber ich habe mir halt nie die Mühe gegeben, das zu verstecken. Weil warum soll ich eine Racing-Szene verstecken? Fällt dir eh jedem auf, hi. Ja, und ich finde, dass die Halle das versteckt. Hi, ich auch. Du schattest halt alles ab und seien wir doch ehrlich, wir fahren alle bunte und geile Autos, damit du wie gesehen werden wolle, oder nicht? Ja, richtig. Ja, eben. Zumal von der Halle halt jeder Bescheid weiß. Was wollte Pinsel wegmachen? Entschuldigung, hab ich das laut gesagt? Ich habe mich schon gewundert, was immer so schlackert, wenn du das Auto fährst, wenn ich vorbeifahre. Manchmal benutzt du auch den falschen Knüppel zum Schalten. Oh Gott, was hat das passiert? Ja, Entschuldigung. Aber deswegen arbeiten wir im Baycare, weil Kötis kann dann wieder einringen. Oh Gott. Alter Leute, das tut echt eckig gerade. Ich schlag gleich einfach rum. Also, falls... Keine Beruhigung, Kötis, falls dir deine medizinische Kenntnis mal nicht reichen. Ich bin ein Mechaniker, da kann ich auch eine Hand an... Wo läuft mein Spiegel hin? Also, aber in erster Linie habt ihr Bock drauf, ne? Ja. Und ich will das nicht nur auf Autos beschränken, sondern auf Bikes und so auch. Also alles. Bikes, Autos, einfach Point of Interest für Autos, für die Racer-Szene. Alles, was ein Motto hat. Ein paar Tische, ein, zwei, drei Sofas, wo man chillen kann. Das ist ja auch das, was wir bei den Nightwals sowieso schon immer sagen. Jelak kann mitfahren. Wartest du mit einem E-Roller? Ja, auch E-Roller. Aber ich finde Autos mit einem E-Motor sehr nett. Boah. Du kannst niemanden ausschließen. Das ist gut. Also E-Roller lasse ich nur zu, wenn er mit 20 kmh von We Better the Bread with Butter angefangen kommt. Ansonsten ist das nicht akzeptabel. Aber allgemein habt ihr Bock drauf, alle, ja? Nein, auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir, dass wir es machen. Ob jetzt ein Bobblin mit dabei ist oder nicht. Gut. Ja, sind wir mal ehrlich. Ich habe nichts gegen Bobby. Ich auch nicht. Oder allgemein nichts gegen Tayanas. Die machen das schon gut, so wie sie, also Viktoria und Bobby machen das auf jeden Fall gut. Das Problem ist halt, glaube ich, eher Naoki und Kai. Die haben absolut keine Ahnung von JDMs. Wenn jemand mit einem JDM zu Tayanas geht und sagt, er möchte ein, hier, wie sagt man? Ein Feintuning? Ein Feintuning, danke mir, ist das nicht eingestellt. Dann klatschen die den Motor halt einfach voll. Und das geht halt nicht. Und die Leute hier, also die Jungs hier, die haben halt super viel Ahnung von den JDMs. Ich vertraue ehrlich gesagt unfassbar auf Quenzy und sein Team. Also, Naquenzy. Ich glaube, er meint Kenzei. Also, ich finde, das sollten die Band nach Schlägereien sein. Ich habe Angst, ich habe auch ein bisschen Angst nach seiner Schwänze, so fast so. Oh nein, brauchst du einen Tee? Oh, du baggerst schon wieder. Maul, du hast mir vorhin deine Freundschaft angeboten. Ich mache mir nur Sorgen. Ja, aber du musst ja eine direkte Freundschaft bloß daraus machen. Willst du mir, deine Wohnung ist aber für einen Tee. Okay, einmal geht. Dankeschön. Dankeschön. Das ist mein bestes Freund. Ich dachte, dein Bruder war. Nein, das ist mein Vater. Das ist mein Orkney. Das ist mein bestes Freund, aber... Aber ich habe mich mal verraten für den Polizeidienst. Das ist ein Lüge. Ey, Pinsel, 1.000 Dollar, wenn du den da hinten verklopst. Nein. 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 Bitte, mach es nicht. Nein. Na, beruhigt euch. Feigling. Macaroni, was willst'n du hier?! Fein.、 short turf, motherfucker. Das ist nicht mein Internet. Seid froh, dass ihr neutrale Boden ist. Ja. Set hier했다 gesmoked. Was du tuning? Ist das so, Curtis? Ist das so? Wir sind gerade in Verhandlungen. Warte mal, Curtis, kannst du mal kurz hier einmal nur auf diese Grünfläche kommen? Jo, wenn der mich schlägt, alle drauf, alle drauf! Den findest du auf der Grünfläche eh nie wieder mit dieser Haare. Ah, nee, wir dürfen uns nicht klagen, scheiße, das ist die grüne Wiese, scheiße. Scheiße, man. Da kriegt der Minus-Attribute mit den Haaren, oder was? Wir brauchen auf diesem Parkplatz auf jeden Fall noch ein Fußball-Feld. Nee. Es reicht langsam mit dem Kicken hier, wir nehmen das Handeln. Die haben Basketball gespielt. Ich will Cage zum Kämpfen. Ich will Kalito verhauen, den ganzen Tag. Warum gibt's keine Fußball-Plätze, aber Basketballfelder? Es gibt doch einen Fußballplatz. Links neben dem Mürbur-Park. Es gibt mehrere, hey. Ich wundere, dass Curtis in der Nähe wohnt. Ja. Links neben dem Mürbur-Park ist ein Fußballplatz. Du hast einen Fußballplatz. Ja, und bei dir der Uni auch. Oder spielt nie einer. Ja. Nee, der spielt überall anders. Ja, genau, das wird überall anders. Ich gehe strafen zu können. Ab und zu sitzen da Leute abends auf der Bank und kiffe. Das ist doch ganz witzig. Okay. So, Roxy, machen wir mal eine Karre morgen? Was? Morgen? Die Karre? Wollen wir die morgen machen? Ja, heute nicht mehr. War voll anstrengend. Ich muss mir erst mal holen von dem Stopazen hier. Curtis hat mich eine Stunde hier vergessen. Ja, aber ich habe Pinsel vergessen. Ja. Ich dachte mir so, ach komm, lass es sein. Morgen machen wir das bitte im Auto, ja? Was? Ja, dann können wir ja beide morgen... Morgen bestellen wir deine Penumbra. Ja, und dann können wir beide Karren gleichzeitig machen. Oh, oh. Aber gerne. Aber gerne. Oh, oh, sehr gerne. Schön, schön. Schmackhaft, halt mundet mir. Das schm... Was? 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 Akzeptier's doch einfach. Ich lege das unter euch. Ich lege das alles nicht mehr. Ja. Wenn ihr einen guten anmalt, braucht Apaches anmalt. Ich hab nur nicht mal angefangen. Er hat das Gesetzbuch immer in seiner Bauchtasche dabei. Alles fair. Ja, ne, Apache wird der anmalt und wenn ein Hefter schwingt, ist okay. Wer ist denn Valentino? Äh, ich muss nur ganz kurz wieder sagen. Valentina. Pinsel Valentina. Die Lady mit den blauen Haaren. Hi, das bin ich. Grüß. Du hast es sich mal nicht gezeigt. Wieder ein anderer. Achtung, Achtung, ich spüre wieder warmen Wind. Ja? Valentina steht auf dich. Dann gehst du weg. Valentina steht auf dich. Also... Ja, oui. Ja, dann runter von meinem Schlamm, Valentino. Pinsel, bleibst du hier? Steint jetzt ab. Ja gut, ich hör mich jetzt. Hey. Nimm mich mit. Ich bin klein. Schönen Abend noch. Doch, hau dir mal auf die Fresse. Ab Pinsel. Hast du das verdient? Roxy, wir quatschen morgen. Pass auf diesen Macaroni auf. Ja, was Macaroni? Ja, das ist ein ganz gefeiniger Finger. Ja, ja, ich seh schon. Pass auf dich auf. Warte, sie hat mich angerufen. Ich hab gesagt, geh inside, Baby. Geh inside. Ich hab's so anders formuliert. Ja, alles gut. Selbst wenn du so gesagt hast, vollkommen fein. Ja? Ich rufe die jetzt an. Ich... Genau. Fahr mir grad da. Fahr mir nur... Warte mal, die Sache ist, ich hoffe, sie weiß davon Bescheid, ob ihr... Letty überhaupt Bescheid gesagt hat, deswegen. Ich rufe die jetzt an. Ja, frag's mal, ob sie von dem Event weiß. Ich dachte, die soll entschuldigt sein. Ich dachte, die soll entschuldigt sein. Ich dachte, die soll entschuldigt sein. Steig schnell ein, wir müssen nach Hause. Aber mein Auto schiebt. G'schneilpinsel. G'schneilpinsel. Besser die Frage, E2. Hier ist... Hier ist Pidyswein... Zwei... Ich... Gerdes, warte mal. Ähm... Hier ist Pidyswein... Puschen. Fuck, ich krieg nix geschissen. Geht ihr ins Bettkirchen? Achso, ich geh jetzt schlafen, Patsche. Ja, ist klar, ein Schlafschirm, ne? Bis morgen. Oh Gott, Mann. Ey, nimm mir das nicht übel. Ja? Hast du mit mir geredet? Ja, klar. Nee, wieso? Wenn du morgen unterwegs bist, nehm ich dich im Moment. Ist das hier unten in der Stadt sowas besonderes? Wir haben nur ein paar Sachen geklemmt. Schlafschirm. Keine Ruhe später. Ja, fang mit mir. Davon weiß ich aber nix. Weil Hector 15 Jahre die Schwumrechte nicht bezahlen hat. Das stimmt doch gar nicht. Boah. Pinsel heiße ich. Ja. Oh, Schotti, das wär doch auch was für dich, Alter. Ja, ich bin der mit dem Ero. Zum ersten Mal so richtig, Schotti. Komm ran, Junge. Komm einfach aufs Sektor. Da hast du da auch richtig Bock drauf. Malisto, kann ich dich jetzt abholen? Ich weiße doch. Ja, ich bin schon fast da. Bleib drinnen. Oh Gott, das klingt so falsch. Okay, warte. Du bist beim Diabolo, oder? Okay, ich muss auflegen. Ich bin gleich da. Tschüss. Keine, ich muss kurz zu der Frau fahren. Ja, dann fahr da mit deine Karre hin. Ja. Wusstet sie jetzt Bescheid? Nee, die denkt, ich bin irgendein Typ mit nem Ero. Pinsel, denk am Morgen, ne? Ja. Deine Karre und so. Dann tun, mach die Roxy. Ja, ich versuche immer dran zu denken. Gute Nacht, heute. Kai. Gute Nacht. Nein, du bist nicht zu dumm für Weile. Laberst du, Junge. Oh, das hat Licht ausgegangen. Schnell nach Hause. Wir wissen ja sogar EZ davon Bescheid. Oh, er fährt mit Platten. Wahrscheinlich ist sie ein Fehler. Keine Ahnung, nachher L nicht mehr ein Pin gespielt, aber das ist immer nur gleich. Oh, das sieht schon gruselig aus, wenn alles dunkel ist, ne? Jetzt kommen sie dich holen, weil du deine OC-Stimme genutzt hast, Junge. Dann wär ich schon lange weg. Bodo, nicht News wie Nachrichten, sondern N-O-O-S-E. Ähm, nicht, ich glaub nicht immer. Ich glaub für News muss dieser Alarm kommen, aber den hab ich gemutet. Also kann sein, dass die unterwegs sind. Aber ja, Lichter aus bedeutet meistens immer, dass irgendein, irgendjemand gebannt wird. Also, aber auf RP-Art. Ey, das läuft jetzt an, das ist cool, Alter. Ich glaub ich pinsel gar nicht, statt Geld gehen, machen wir morgen. Hallo? Nein, mich holen die nicht. Jemand anders, der die Regeln gebrochen hat oder so wahrscheinlich. Oder die knallen irgendeinen weg. Oh, das ist das creepy, Alter. Perfekt. Ich trigg die Daumen. Ich bin jetzt sowieso raus aus dem MP. Schnell aufgehen. Ey, aber beim Hoppy hab ich grad gesehen, da muss irgendwas abgehen, Alter. Wen sollen wir hosten, Shit? Ich denk mal, der Pinsel geht jetzt gleich auch? Oh Mann, das freut mich. Tuna-Szene. Paletti. Das ist cool, da haben wir wieder was zu tun. Pass mal vor, wie er lag deine Wohnung. Welches Gift willst du haben, OG Customs? Den Wallpaper, der ist im Disco drin. Im Wallpaper-Channel. Den hab ich vorhin schon hochgeladen. Morgen lang Grant? Nee, nee, nee. Weil ich schick euch einfach zu Pinsel heute. Und der soll ich einfach weiterschicken, okay? Wenn der auch gleich... Der spielt ja meistens auch mal bis 1, 2 Uhr. Ich wünsche euch aber eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Danke für den Support. Ich liebe euch, meine Kinder. Bleibt gesund, lasst euch nicht anquatschen. Und bis später. Okay? Gute Nacht. Bye-bye. Und lieb sein beim Pinsel. Ja, ihr geht es alle besuchen. Kuss. Ja, ihr geht es alle besuchen. Kuss. LSpex-Liter. LSpex-Kuss. Sie kommen rein. Kuss. Kuss. Kuss.